Hallo, Motherfucker. Boah, ich hoffe, das hat alles funktioniert. Achso. 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 Läuft alles? Ja, ne? Sieht man ein Bild und so? Sieht hübsch aus. Okay. Ton zu hell ist egal. Boah, wie ging das nochmal? Was, was Geld abbeteilen? Ich sag jetzt einfach gar nichts. Kann sogar auch rennen. Oh, perfekt. Grüße. Oh, Jack. Tag, Jack. Der Jax hat heute Parkverbot. Der hat in eine Menge reingekloppt. Bei uns, oder? Ja, der Kleine Hechter war frech und dann hat er sich geboxt und jetzt hat er sich eine gefangen und wollte aber nicht abmachen. Was denn? Ich bin Körlis. Ach du, Körlis. Wie war der die ganze Zeit? Körlis Morgen. Alles Gute. Alles Gute, ne? Zur Hochzeit. Alles Gute. Wir haben nicht geheiratet. Alles Gute zur Hochzeit. Wir haben Haie geratet. Alles Gute. Halt die Klappe. Alles Gute. Hab ihr sehen, wie ihr weggefahren seid? War ein Hammerhai, oder? Nein, ein Schrumpzihai. Mich hat keiner angerufen. Komm. Haha. Guckst, erst mal kurz. Die Klappe. Guck, da kommt deine Perle. Aha. Aha. Wer ist der Wexer, mit dem du fährst? Auf den Maul. Mach klar, dass du eine Verlängerung hast. Bei deinen kleinen Schwunz. Mit dir rede ich nicht. Du bist hässlich. Warum fährst du bei dir mit? Jetzt stinkst du wieder nach Scheiße. Ich hatte Hunger, ey. Hast du schon wieder einen Haftschaden, Dicke? Achtung. Was ist denn mit dir? Ja nix, Homeboy. Was redest du so? Warum? Bist du dumm? Nein. Lass dich mal, komm mal her. Willkommen. Was? Du nicht so, ich weiß, dass du da aufstehst. Was, dass du nicht duschen gehst? Mach mal die Arme hoch. Ich war duschen. Ich war duschen. Mh. Boah. Hahaha. 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 Was vergesst? Hahaha. Du willst wirklich... Hahaha. Hahaha. Ah, das riecht. Boah. Wir müssen nur kurz weg. Sag dir. Hahahaha. Brauche ich alles soweit in Ordnung? Nein. Ich will mich umziehen. Okay. Umziehen? Oh boy. Was ist unser Auto? Das weiß man schon. Dann sind wir weiter. Wenn irgendwas ist, gehen wir es anrufen. Guten Tag. Guten Tag. Wer bist du? Ah, wer bist du? Ich hab dich noch nie gesehen. Ich bin der OG der Aris. Okay, freut mich. Wer bist du? Ich bin der OG der Trips. Was bist du? Der OG der Trips. Die Klappe, bist du? OG der Trips, wir hatten Color Change. Eins. Oh, ich bin der Tiefkühl. Guten Tag. Komm, Alter. Warum sagen die, wir sind verheiratet? Was hast du erzählt? Ich hab gar nichts erzählt. Was hast du erzählt? Ich hab nichts gesagt. Die haben gesagt, wir haben geheiratet. Wir wären am heiraten gewesen. Ich hab dir doch gesagt, schick die Post gerade nicht los. Ich hab gesagt, wir haben nicht geheiratet. Wir waren heiraten. Bei einer Quizshow. Und ich hab 2000 Dollar gewonnen. Warum läufst du so wie Quasimodo? Weil ich ein krasser G bin. Was steht die Scheiße aus der Fresse? Hä? Du hast Scheiße in der Fresse. Ich geh mich jetzt aus schminken. Ich fahr. Warum war das Auto? Ich weiß nicht. Wie du fährst, ich fahr. Okay, du fährst. Warum stinkt das auf einmal ne Wurst hier? Wurst? Ich versteh nicht. Ich versteh nicht. Ich hab den Reißverschluss aufgemacht. Warum kommst du wohl mit? Weiß nicht. Was soll ich anziehen? Klamotten. Ja. Echt das? No shit Sherlock? Boah, ich hab seit einem Woche das gleiche an. Bah. Bah, du stehst da drauf. Ja. Du hast dich doch letztes Mal in den Wäschekorb reingesetzt und machst du du Bier halt. In den dreckigen Wäschekorb hast du wohl. Da hast du meinen Socken gerochen und dann haben deine Augen sich gedreht. Du kranke Sau. Du bist ne kranke Sau. Du bist ne kranke Sau. Du bist ne kranke Sau. Wir sind nicht verheiratet. Ja. Nein, meine ich. Also ja. Also wir sind nicht verheiratet. Bist du bescheuert? Was soll ich anziehen? Oh. Ähm. Klamotten. Gute. Schöne. Boah, guck mal. Ich hab kein T-Shirt drunter. Ja. Willst du meine Brusthaare sehen? Ja. Ich hab aber nur eins. Ich muss nicht. Hahaha. Und das ist ganz lang. Ja. Oh, Motherfucker. Manchmal, wenn du schäfst, dann zieht er dann. Ich weiß. Du schäfst nicht. Na, ich merk, dass es mir gefallen hat. Ach so. Dann ziehst du das immer lang und dann machst du mit der Zunge. Brrm. 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 Ja, ja. Ja. Was soll ich anziehen? Ähm. Ich weiß nicht, wonach fühlst du dich? Wow. Das sieht gut aus, ne? Ja. Warum lachst du? Ich... 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 Hab mir selbst... Ich hab mich selbst gekitzelt. Warum? Hahaha. Hahaha. Das ergibt keinen Sinn. Hahaha. Hahaha. Du bist dumm. Ich hab gewonnen beim Heiraten. Hast du gar nicht? Hab ich wohl. Ich hab 2.000 Dollar gewonnen. Na und? Aber ich bin der Gewinner. Äh, äh. Ich hab dein Herz gewonnen. Hahaha. Hahaha. Und musste nix machen. Außer meinen Schwun zeigen. Hahaha. Hahaha. Bäh. 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 Hahaha. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Sieh dich mal... Wie der größte Assi an. Okay, wie heißt dein Nobeteil? Fack dich selber. Was ist mit deinem Stimme? Du klangst gerade auf einmal erwachsen. Echt? Ja. Du machst mir Angst. Klang ich erwachsen? Warte mal, ich bin erwachsen. Bist keine W... Oh. 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 Bleh. Bleh. Uh. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Da hat jede psychologische Fachrichtung ihre eigene Meinung. Das hast du auswendig gelernt. Nein. Uh. Wie findest du das? Peace. Ähm. Ich. Aber bist du? Also. Nein, und du? Ich... Was? Bist du ein Löwe? Ja. Bist du bei der Grove? Ja, schon. Ah. Kann auch bellen wie ein Löwe. Mach mal. Bäh. Das ist auch kein Löwe. Milla, zeig dir mal den Löwe. Ein Löwe? Der holt einen Pitbull. Ah. Das war nicht schlecht. Ja, weiß ich. Ich weiß nicht, was er anziehen soll. Ähm. Boah, sieht gar nicht scheiße aus. Oh. Oh. Was? Ja. Was? Oh. Ja. Ja. Boah. Ich weiß. Das kaufe ich. Oh, okay. Ich mag Grün. Ja, ich mag Grün auch. Ich fühle mich so, als hätte ich Grün gefunden. Tschüss. Peace. Hau rein, Alter. Ich habe gestern meinen Fußnägel geschnitten, ne? Echt? Mhm. Warum machst du zu? Warum machst du zu? Mach doch die Auge auf. Mann. Boah, ich hasse dich, ne? Hallo, und das Fenster. Ja, du bist das Schuld. Ey. Warum bläst du jetzt? Wir haben doch gar keinen Streit. Mira. Es alles in Ordnung. Mira. Hallo? Geht's dir gut? Komm auf die Hatsphäre! Ja! Oh, der ist gut! Uh oh! Falsch in den Park! Wat'n Loser! Ja! Was ist das für eine Wix-Karre? Keine Ahnung! Gehört die nicht dir? Nein! Da mach ich jetzt kurz Prozess! Wer von den Streck ging! Pemmel Lutschamp! Was? Was? Hallo? Hä? Hä? Hallo? 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 Wie geht's hier? Danke für den Nachfolger! Hallo? Hallo? Was ist passiert los da? Auf mein Parkplatz! Auf mein Parkplatz! Auf mein Parkplatz! Geht's weg Bruder! Keine Ahnung! Fuck deine Mutter! Oh! Hier bitte! Iris sieht aus den Vulkan! Mila meinte du hast letztens Durchfall seit 6 Tagen! Halt die Klappe! Sag mal was parkst du hier? Bruder! Das ist unsere Karre! Irgendjemand hat hier hingeparkt! Bruder! Warum schießt du hier alles zusammen? Ja weil das mein Parkplatz ist! Ja dann sag mir das doch normal! Dann kann ich so wegfahren! Hab ich doch! Bruder guck mal nach vorne an die Windschutzscheibe ab! Ja guck mal! Alles kaputten Schuss! Da ist kein Loch drinne! Schacht springen so wie du! So ein Wer von euch wixeln hat gesagt, dass wir geheiratet haben! Jax! Wo ist der Johnny? Fatsack! Das war doch Jax! Nee! Johnny hat gesagt, ihr seid doch hochseidig! Boah Memo kloppt sich schon mit einem Auto! Das ist aber nicht wow! Der wixzt sich ein! Guck mal! Das ist ne Seitenlage! Der hutscht immer ab weil der beschnitten ist! Ich war jetzt eine Woche zu Hause mit Hundenfieber! Und Durchfall! Und Durchfalle! Und Durchfalle! Was ist los passiert? Ja du bist ja nie da! Ach Güffi! Du bist nie da du Hundebock! Du bist nie da! Du hässliger Wichser! Hässliger Wichser! Rät bitte in eine andere Richtung! Dein Mund riecht nach Schwanz! Wie? Bei dem Schwanz! Mit dem Schwanz! Mit dem Schwanz! Mit dem Schwanz! Mein Haar wird noch von Rucker. Achso, ja, stell. Wir kommen gleich wieder. Auf geht's, auf geht's. Ähm, wutschu back, homies. Ja, ja, so warm, motherfucker. Ja, du, du. Oh, ja. Geile Sau, haut mir ins Gesicht. Hallo? Hallo? Du solltest mir ins Gesicht hauen. Achso, ja, klar. Warum? Ich verstehe. Ja, ich hab auch gebissen. Warum? Ja, aber ich lass mich nur nicht hauen. Aber... Was? Warum haust du mich einfach? Du, ich... Ich bin verwirrt. Kannst du mich schminkeln? Ja, komm. Soll ich mich hier einsetzen? Ja, mach es dir bequem, ne? Ja, oder tanz? Geil, das nicht, wenn ich tanze? Ja. Ja. Also, hol mal den Pinsel raus. Ja. Und dann zeigen wir, was du kannst. Okay. Das sieht ein bisschen zärtlich mal aus. Ja, vielleicht ein bisschen was anderes. Warum? Das sieht gut aus. Hör mal auf, dein Kopf zu bewegen. Ja, aber ich muss das Kitzel. Oh mein Gott. Sehe ich nicht aus wie ein Schmetterling? Ja. Oh mein Gott. Das sieht gut aus. Wow. Jetzt kommen meine gelben Zähne zur Deutung. Ja, das stimmt. Aber schön. Aber schön. Sieht aus wie Kunst. Oh. Ich bin jetzt eine von KISS. Okay. Du kannst aber schnell schminken. Ist lange. Ist lange. Du musst mich Nagini nennen. Nein. Da rammelt die Memo mir am Bein. Ja. Oh. Oh. Ich bin in Kiek. Was soll das sein? Ähm. Ja, ich soll kicken. Was? Augen zuhören. Das passt zu mir. Ja. Was. 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 Gefährliches. Ich bin Batman. Aber fehlt nur die Maske. Milla. Du kannst mich nicht verlassen. Ich bin so traurig. Ach du Scheiße. im F5. Im F5. Findest du das nicht schön? Guck in meine Zähne. Ah. Und das hier. Ja. Das ist der Joker, ne? Ja. Das ist der Joker, sein kleiner Bruder. Ja. Lippe. Das ist der Joker, sein Opa. Bach. Fein. Bach. Boah, ich fühl mich wie er, mein Name. Das ist auch scheiße. Ja. Ich bin Robocock. Das find ich gut. Aha. Oder? Ja. Nein. Wohl, das hast du, ne? Nee. Na wohl. Nein, aber nicht so. Uh. Big mit Schnauze. Mit Mustache. Okay. Mehr kann ich halt nicht. Ja, du bist so ein Loser. Boah, fuck you. Ey. Du, 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 dummes Arschloch. Du bist ein Arschloch. Uh-uh. Wohl. Das ist nicht wahr. Dann schmink mich. Okay. Warte. Warte. Sagst du doch mal ne andere Schminke, oder haben die die nicht drin ist. Cut to the heart. You're to play. You give love. Bad name. Mach weiter, ich krieg Ganserholt. I play my cards. And you play against. Okay, nimm mir das. Schmink mich. Ja. Ein bisschen hier gepinselt. Und hier, da gepinselt. Du wolltest doch Wasserfest, ne? Nein, nicht Wasserfest. Oh. Ja, dann mach ich den Rest ohne mit Wasserfest. Okay. Was hast du jetzt mit Wasserfest gemacht? Die Hälfte, die Hälfte vom Gesicht weiß. Okay. So. Rasier dich mal wieder unter der Arme. Das ist schon Busch. Fick dich, ich hab gar nichts. Na klar. Hier, schweiß. Hör auf zu quatschen. Hör auf zu quatschen. Ich mal dir gleich einen Penis am Mund. Ja, es ist ruhig, ne? Ja. Ich will es nicht riskieren. Ich weiß, dass du ganz besonders gute Penisse mal kannst. Hallo, Motherfucker. So, gar nicht fertig. Ach, die Nase noch. Oh, dann sind wir noch nicht gleich fertig. So, Nase. Dann nehmen wir noch einen Teigpinis. Hey! Ich mach einen Schwanz. Ich schwöre. Nein, du darfst nicht mal. Das verboten. Mach mal den Mund ein bisschen auf. Nein, du willst einen Schwanz malen. Okay, okay. So, fertig. Und, bin ich hübsch? Wunderhübsch. Findest du mich gut? Das sieht aber nicht so schön aus, ne? Ja, warum? Weiß nicht. Ey, hallo, ich hab mir Mühe gegeben. Mach das wieder weg. Oh, ja, sitz ich hin. Ohne sitzen. Okay, so. Mach was anderes. Ja, ich muss das erst weg. Mach das ja. Warum spuckst du mir ins Gesicht? Wir sind nicht zu Hause. Wasser läuft nicht. Du bist bereit? Mal das, yo. Das? Okay. Du schielst ein bisschen. Ich find das süß. Halt die Klappe. Ich vermeide mich. So. Du hast voll den stabilen Nacken, ne? Ja. Ja. Aha. Warte, jetzt hier. Hallo, Motherfucker. Da. Okay. Fertig? Mhm. Okay. Komm, warum dauert es so lang? Was machen wir heute? Ähm... 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 Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob was geparnt ist. Du bist geparnt. Und ansonsten... Nein, geparnt. Und ansonsten... Mischen wir ein bisschen in die Gegend auf. Wo ist das, Homeboy? Warum? Ja. 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 Bitteschön, wir sind angekommen. Guck, wie ich so was ausruge. Vorsicht, bitte, Vorsicht. Ich habe nämlich Butter in der Hose. Warte, drrrr. Warte, drrrr. Hallo, Herr Sommer. So, kleide mich jetzt auf. Was? Was abgegangen ist? Ja, BUM ist wiedergekommen. Achso, okay. Ich habe keinen Mold verstanden. BUM hat sich verpisst, ist wiedergekommen. Maxis macht ein linkes Spiel. Nein, die waren hier? Nein. Achso. Mach mal den Kreis groß. Wir haben doch fast zum Krieg aufgerufen und dann haben wir die einmal weggemacht und das war's. Wen denn? Der BUM. Aber ich glaube, da war es noch da. Wie viel? Ja, da war ja noch da. Hast du das? Gestern waren wir Eastside mit sechs Leuten. Also mit drei von der Eastside und vier von uns. Dann waren da 50, 60 Leute. Was? Wer sind die aus der Eastside? Von den Niners? Nee. Ich glaube, die kennst du noch nicht. Araba? Araba oder Araba. Merhaba! Nein, nein, nein. Die werden so genannt, aber das ist ein normaler Afroamerikaner. Warum nennen die die Araba? Irgendwer, wir, weil sich das so im Etablissement so weiterentwickelt hat. Etablissement. Etablissement. Nee, nee, weil das hat sich einfach so ergeben. Wir haben es immer gesagt und seitdem sind das Araba, weil die haben keinen Namen. Die sind keine Gruppe, so Dings. Ach, sind das Nullnames? Ja, ja. Die sollen sich irgendeine Zahlenkombination geben wie 0815 oder so. Ja, ja, genau. 0815. Ja, schöner Ausweis. Ähm, mit denen sind wir cool. Mit denen, ne? Die haben schon ein paar Sachen gemacht, so. Was heißt cool? Kuscheln wir mit denen? Sind die Best Friends? Ja. Arschficken, ja. Gut. Geil. Lecker. Oh ja, Gangbang in mein Ars hinein, ja. So, also, genau. Da war ich gestern da, die waren zu dritt und wir waren auch zu dritt, zu viert oder so. Dann stand da fünf, sechs Leute, haben denen eine Ansage gemacht. Irgendwann ist mir die Hutschnur geplatzt. Dann hab ich denen eine Ansage gemacht und die standen alle mit Knarre draußen. Dann haben sich die fünf, sechs Leute verpisst. Wer, was für fünfzig Leute? Warte. Das waren fünf, sechs Gangs, so. Wo? In der East halt? Ja. Und was wollen die da? Geil. Gangbang. Die haben gedacht, die wollten, dass die komplett aus dem Norden wegbleiben und von allen Routen wegbleiben und bla bla bla. Aber anscheinend wollen die nur die... Da sind 50 Leute hingefahren, um denen zu sagen, dass die aus dem Norden wegbleiben sollen. Ja, und die Leute nicht mal abziehen sollen und so. Dann dachte ich mir so, und warte, warte, wird noch besser. Ein MC hat dann gesagt, ihr dürft diese schwarze Fleck nicht tragen mit dem Totenkopf, weil das die von diesem Devil's MC ist. Wer ist Devil's MC? Ja, die sind schon mit roten. Ähm, und dann meinten die, da hatte ich noch nichts gesagt, da meinten die auf einmal so, ja, ihr braucht ein Erkennungsmerkmal, genauso wie der Töntchenpark. Ihr sollt euch mal alles anziehen. Lass doch so Fußballscher betragen. Ja. Ja, Mann. Wenn wir Klamotten shoppen, dann ziehen wir alle gleich an. Aber warum? Die hat dann das... Warte mal, die haben gesagt, die brauchten ein Erkennungsmerkmal. Ja. Sind die irgendwie dumm oder so? Ja, weiß nicht. Was lahmen die? Ich meine, die sollen sich in einer Farbe anziehen und sich eine Fleck aussuchen, die die da hat. Hahahaha. Hahahaha. Ne Uniform. Hahahaha. Achso. Okay, so. Müsste sie haben, wenn sie im Dienst sind. Wirklich. Das sieht geil aus. Ja. Ja, ich hab mal ein Erkennungsmerkmal. Ja. Ja. Mich würd's auch nicht wundern, wenn die da mit so einer Reihe von Flecks hingehen, die noch nicht besetzt sind. Ich auch. Und sagen so, hier, guck mal, billiger, billiger. Welche wollen sie haben? Ja. Suchen sie sich eine aus. Hallo, Motherfucker. Was ist denn Johnny? Ich weiß, es ist ein Schlaf. Weiß nicht. Dann stimmel den alten Baunner mal vor. Ja, sollen wir hinfahren? Ja, ist wo? Bin man da? Ja, lass gucken. Ja, lass mal hinfahren. Gehen, gehen. Gehen wir zusammen oder wollt ihr alleine gehen? Mal doch, egal. Boah, hat er nicht gesagt. Gehen wir zusammen oder willst du alleine? Achso, und wir haben neue Autos. Wo? Oha. Guck dich um. Im Park überall, Bruder. Wir können später Schlüssel nach. Ist der Vorhang immer nur da? Ja. Ja. Ok, Torus, Komoda. Ne, Torus hatten wir schon. Ja, aber Komoda ist neu. Also das Wichtigste ist eigentlich, ähm, Italy, VSTR, ähm, das blaue Auto. Komm zurück. Wir haben Glendale Custom. Mach die Uwe Krass. Wir fangen zu den Albanern kurz, mir vorstellen. Guck mal. Kommst du mit? Ja. Ich weiß nur nicht, wo hin. Ach ja. Wir haben einen Bus. Was für ein... Was? Wir haben einen Bus? Wir haben jetzt auch einen Linienbus. Warum haben wir einen Bus? Warum haben wir nicht mit einem Linienbus? Weiß ich nicht. Wo haben wir denn einen Bus her? Ich hatte auf einmal Schlüssel in Tasche. Wie? Kann man die Bub kaufen? Nein. Hä? Hä? Willst du sehen? Ja. Warte. Wir können alle Mann mit dem Bus fahren. Dann passen alle rein. Nein, können wir nicht. Das sind nur sechs Plätze frei. Die anderen sind zugeklebt. Und wer wohnt jetzt hier? Gruff? Weiß ich nicht. Wie ich sehe. Ja, warum habt ihr einen Linienbus her? Weiß ich nicht. Ich hatte irgendwann Schlüssel in der Tasche. Wenn du es verwahrstellt habt und mein Schlüssel in geklatscht, dann meinte er so, Ich habe Linienbus zu dicht. Ich will damit fahren. Gib mir Schlüssel bitte. So, jetzt fahren wir damit, oder? Ich finde den nicht. Warte, ich park kurz, dann fahren wir damit. Kommen wir den Bus bauen? Ja. Bus fahren. Ich bin jetzt kalteste Busfahrer. Lass mich raten, Nachtschicht hat bestimmt einen Bus aufgezogen. Fahren wir damit? Brauchen wir Ticket? Ich glaube schon ein Monatsticket. Ich habe ein Monatsticket. Kann mir wer zwei Dollar für Ticket leihen? Nein. Boah, ich glaube, ich bin leider blank gewesen. 2,10 Dollar. Ich glaube, es hakt. Die haben... Das ist eine Linienbus. Mach mal Platz. Fährst du? Mach das Ding jetzt auf. Ne, du kannst mich fahren, wenn du willst. Ja, gib Schlüssel. Oder mach an. Nicht anste... Oh mein Gott. Siehst du? Mach doch mal, jetzt habt ihr Mechanik kaputt gemacht. Hä? Hä? Wartet. Ich sitz hinten, sie alle Fuhrkinder. Ich sitz hinten, sie alle Fuhrkinder. Sie alle Fuhrkinder. Kommen sie rein, kommen sie rein. Kommen sie rein, könnt herausgucken. Wir sind hessische Kommandeelein und nächst du auf uns halt. Ja, ich seid. Bitte halten sich eure Ticket bereit. Ja steigt da halt nicht. Es ist voll. Wir sind gar nicht voll. Jetzt sind 5 drinne Ein Platz ist noch dorthin Was bist du lost in space Junge? Ich bin lost in space ja Warte bleib weg Come on Mach doch Hast du Flashpacks schon? Wer ist denn der Typ jetzt? Der kommt rein Giffy Wo bist du? Was? Ich steig noch mal ein und aus Ich bin noch drinne Da Kann ich jetzt losfahren? Ja Aber Giffy steht nur da Nein Giffy ist nicht drinne Nein Giffy ist nicht drinne Doch fahr Ich fahr einfach Pass auf das Ding ist lang Nächste Halbstelle ist halt Albaner Ich bin jetzt kein Busfahrer Der kann gar nicht fahren Na klar Hast du einen Führerschein für das Ding? Na klar Ja so einen Transportschein Jetzt hab ich dich Giffy 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 Wo wohnen die? Ja überall in 44 Die beste mit Musik Die beste mit Musik Ey Mädchen 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 brauchst du ein Taxi Der hat keinen Ticket Keine Musik Achso Wer ist denn die 44? Sag einfach Wohin? Sag einfach Wohin Wohin? Wohin? Du bist leise Kreuzung Kreuzung bitte links abbiegen Und dann sofort rechts oder? Ja 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 dann sofort dann Blinks Und dann rechts Ach hier beim Timothy? Ja Bist du gar keine? Da stehen doch zwei Wo? Wo? Rechts neben uns und hinter uns Was ist denn hier los? Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Ähm Ja moin Wo ist Jess? Ähm Das ist gerade mit Morphys weggefahren Was ist denn Jess? Äh wo fahr die hin? Wir wollten nicht besuchen kommen Oh wow Besuchen Ey du Fregge Wir kommen dich grad besuchen Du bist nicht da Ich hab gesagt du Fregge Wir kommen dich grad besuchen Du bist nicht da Was für ne FD Du doch nicht so Digg jetzt Jut Ja dann wir abholen Wir haben hier nur Platz Crank shit man Ja Jut Wollt du bekommst mit mir? Geen 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 Du ein Wunder fool Was denn? Ja hab ich's Jut bis gleich Ich will auch Kaffee trinken Ja Mila ist dein Tablet Oh tschuldigung Wir haben heute gepfurt Wir haben heute gepfurt Ja Du hast ja ganz hübsen Der verträgt den Kaffee nicht Nein ich nicht Ich nicht Nein Memo trink langsam Die kommen jetzt Ok muss ich parkeln Einfach hier Links am Rand Wenn das nicht passt Wenn das nicht passt Machen Bernie Gilt nicht Doch Nö Nee Jo gibts da in dem Bus gratis Kaffee oder was? Ja Ja Was gibt der da? Supo oder was? Jo was seid ihr jetzt so gegen uns Junge Gib uns auch mal Kaffee Supo aus dem Automaten Mit Sau Kaffee haben wir das schon hier Jetzt frag doch mal links Jetzt frag doch mal links Das gibt klein Bus bei ihr und Hier Schwung mal gegen die Scheibe Du Fregel Es hat Klassenfahrt Ja Ja Wir fahren jetzt mit allem an zu deiner Mutter Frag doch mal links 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 Da will ich aber nicht hin Ich will nach Wedding Oh 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 Ich habe irgendwas getroffen Draus hier Oh mein Gott Moin Vorsichtig beim Aussteigen Hilfe Ich muss hier raus Mach das Ding auf Ist doch raus Ja Hi Ja Na Muss sehen Sehr schön Stimmt Ey du hast noch ein Kaugel am Hintern kleben Ja Geh nichts Na er Das kann ich Wen Wird es Das sind die Albaner Lackschu Ja Lackschu Was geht ab? Warum winkst du? Was geht? Hallo sagen Hallo sagen Ich habe gehört wir sind Freunde Hm? Warum? Ja nur so Du bist auch Albaner Nein Aber ich kann kurz den Adler machen mit der Hand Machen wir Aber mit einer Hand kann ich den machen Ehrlich? Mhm Guck wie der fliegt Guck wie der fliegt Gleich wieder da Der Adler fliegt Bruder Was hat der Golfcard? Weiß ich Ich glaube wir auch Er ist Golfer Dinger in seiner Freizeit Und bei euch waren 50 Leute und meinten ihr dürft nicht loaten? Ja 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 Ey wir müssen uns erkennlich zeigen Wir sollen Farben tragen damit man nur für kennt Wer von irgendjemandem die Stimme kratzt Was meinst du? Der hat so die Kraft Tut weh mein der Tut weh mein der Was? Achso Pah Schwein Mila gehörst du zu denen? Äh äh warum? Weil du dich da ruhig stellst du Was? Mila ist auch Albanerin Ehrlich? Gar nicht Mhm Also die kann nur den Seelstern Ja nicht Du wohnst Lutscher Oh war ich froh was zu trinken jetzt aber schnell Ja komm da her Ich hab dir gesagt ich hab für dich Komm 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 Ich frag die ganze Zeit ich krieg nichts Der Bus ist noch was Der 30 soll da rein Der Bus ist noch Kaffee jetzt Bitteschön Äh wir haben auch Chai anzubieten wenn ihr welche wollt Ich hab keinen Willst du einen Chai? Ja warte Ich geh mal kurz in die Küche Ja Du musst deine Tiefgejacke Ja 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 Ich hab auch für Dings gelassen Ich hab für DC gelassen Ich hab für DC gelassen Wer ist denn DC? Der chillt bei euch Jack wer ist DC? Ja ich dachte der chillt bei euch He? Keine Ahnung der sagt immer wenn ich ihn anrufe Der ist Junkiepa Ich hab den zwei Ja Junkiepa kann jeder chillen Ja deswegen Wer denn? Aber ich dachte der gehört auch gegen gegen Wer denn? DC DC ist auch bei uns Der ist aber irgendwie überall Und am Cringen und am Park Und beim Kieselstein Ich weiß nicht was Bei dem Kieselstein Oh bei dem Kieselstein? Ja ja Geil Emi kennt den jeder Warum auch immer Warum auch immer Weiß ich nicht Boah Sein Wartemeisterfreund Pumba Sag mal scheiße sind wir eigentlich Geld? Warum läuft der Bus noch? Der tankt Strom Warum? Wo habt ihr den Bus überhaupt her? Weiß ich nicht Habt ihr den geklaut? Habt ihr den geklaut? Oh Und der kommt von den Dreckigen? Und der kommt von den Dreckigen? Das denke ich unterwegs Ich hab da Connections und so Cousins Ehrlich Braucht ihr Waschmittel Ich bin schon waschöne Müssen Mach mal Grüß mal Warum hat man immer Schlüsse vom Bus? Weiß ich Warum rennen drum die Mechaniker? Wer arbeitet? Wo? Wer arbeitet? Wer arbeitet wo? Für 187 Ehe nicht Doch Werkstatt oder? Doch Wo ist der neue Western UG? Ist so Alter Wo ist der? Hä? Warte Freddy Den ruf ich an Freddy Was für ein Feind? Ich glaub das war Max Freddy ist nicht da Freddy komm Komm Freddy Haben Tablet jetzt schon ein Erkennungsmerkmal? Nein Noch nicht Habt ihr auch ne Liste? Die haben immer Die haben immer Krieg Die haben immer Krieg Die haben immer Krieg um die Bei uns weißt du Hallo Bei uns kommen immer so 30, 40 Leute Dann weißt du das wie das sind Ich überlege in einer abanschen Frage hinzuhängen Alter Ist die Brille die ihr an habt Euer Erkennungsflang Ja Die hat jeder von uns Die hat irgendwie jeder von der Stadt Aber schon praktisch da auch Dreck gegenüber von dem Auto aus zu wohnen ne Was der da drüben Ja Keine Ahnung Ich glaub die mögen uns nicht Warum? Weißt du nicht Die gucken immer so komisch rüber ab und zu Dann schmeißt scheiße Ach redest du von den roten oder was? Ja Und Kakaobomben Von den größten Idioten Alter Die Keine Ahnung Mal reden mit denen Die reden irgendwie Erst irgendwie voll verspätet So als ob die irgendwie Messages erstmal verarbeiten müssen Die haben so Vielleicht MSN nicht geabdämpft Irgendwie Was sagt denn da irgendwie so Au 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 Warum Bruder? Weil ich nicht hatte Au Was? Au Au Schlag's schon wieder hin Die Ihr seid auf Klassenfahrt oder was? Ja Ey Genau Da steht jetzt in die Jugend her Ey Jadis gehen ein bisschen Dinge her Ne? Habts schön gekocht? Wir sind auf Kegeltour Auch Die gehen auf jeden Fall hoch Den Ansage drücken Ich ruf den jetzt an Ja Maxis an Wir nehmen uns alle in die Arbeit Du verkrackst deinen Aldi willst ein Brett Was willst du denn jetzt Körlis? Auch mal wieder da oder was? Na klar Ich war krank Aber nicht jetzt Warum nicht? Bist du immer noch krank? Mhm Oh Was hast du? Seid ihr zuhause? Ne Wir fahren Wir holen uns gerade unser neues Besitztum Ihr holt euch unser neues Besitztum Na ja Na ja Wir haben uns was neues zugelegt Was denn? Na Kannst du normal quatschen außer die ganze Ah Ah Richtiger Kino Ich sag mal so Oh Wilson Pilze 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 Hilze Du dummere Rundchen Torräder umstupsen. Wie gesagt, wir holen uns jetzt die Pilzroute. Hast du mitbekommen, was da für ein Clusterfuck gerade abgeht? Warum holt ihr uns die Pilzroute? Ja, Digga, einfach Clusterfuck, Junge. Wir müssen mal unser Geschäft ein bisschen expanden, Junge. Dann erzähl mal, dann komm mal gleich vorbei. Ich brauche ein Update. Ich komm gleich mal vorbei. Ich muss gucken, dass ich immer nur der O gebeln. Es gibt noch, es sind ein paar witzige Sachen in der Stadt, was hier. Ja, dann erzähl gleich mal. Die mich sicherlich interessieren. Wir kommen gleich mal in Ruhe gefahren zu dir. Peace. Die holen sich die Pilzroute. Ja, die haben langweilig. Aber was ist denn mit Gras? Haben die immer noch. Aber gehört die BUM nicht, Pilzroute? Die haben wir doch darunter gesteckt. Haben die das akzeptiert? Gibt es die überhaupt noch? Ja, die sind wieder da. Die haben wohl keine andere Wahl. Das sind nur ein paar veralterte Leute. Die haben Roboterarm jetzt. Das war ein Kerl. Alter. Like Controller. Oh Mann. Controller. Ja, Bruder, was willst du machen? Du weißt, ich wollte dir den Bus nachher mit dir oder wollte ich ihn gestehen lassen? Die Garnis kommen gleich zum Park, ne? Ja. Ja. Dann können wir kuscheln und nicht. Das macht so viel Spaß. Oh ja. Da hast du so viel weniger Stress mit. Aber seid ihr jetzt Albanen oder Araber? Al-Abaner. Genau. Arab-Aban sind wir. Wir sind Araban. Was heißt das? Mal übersetzt mal. Al-Abanen oder Araber. Kurde, mein Gesalny. Was? Banzara? Auch, auch, auch. Auch, auch. Auch? Dann frag die mal, was man macht. Wer, wer, wer? So, Jungs, einmal die Kutten aus, ihr Wichser. Alle die Kutten aus. Sieht die Kutten aus, ihr Wichser. Aber ganz flott. Aber ganz schnell, die Kutten aus hier. Ich hab die Waffen von meiner Freundin. Wie? Freundin, was höre ich hier, TK? Oh, oh, tut mir leid, Schatz. Alles gut, Schatz. Der Kutten aus. Warte mal, habt ihr euch jetzt geoutet? Ja, wir sind schwul. Wir heiraten mit Jonathan. Ich finde das nicht schlimm. Ich auch nicht. Wie er möchte. Ja, richtig. Ich unterstütze das. Danke. Bezahlst du unsere Hochzeit? Ja. Geil. Darf ich auch da hinkommen? Klar. Alle. Ich feiere die im Junkie-Berat. Mit irgendjemandem muss ich doch in die Torte löchern mit dem Finger. Darf ich Bummigchen sein? Ja. Kann ich der Priester sein? Bist du Sonnenbüme? Ey, nimmst du mir hier meine Arbeit weg? Sonnenbüme. Wo sind Max? Die Adis kommen gleich zum Park. Cool. Dann wird wieder gekuschelt. Dann wird wieder gekuschelt. Ja, 80 Gangs bei uns. Ja, U25. Was war der Tanki-Park? Also, bist du mein Trauzeug? Wurde die auch schon eingeladen, die wir zum Park bekommen? Oh mein Gott. Äh. Ja, wo war er schon da? Nee. Ja, wo sind sie? Ich bin doch. Ich überlege auf dich zu schießen, der Herr. Aber ich überlege noch. Hallo? Fingerjuck. Das wird nichts. Nein. Du arbeitest in der Werkstatt? Ja, bei der 1 A7. Beim Logan? Ja. Kannst du klauen? Nein, Bruder. Jess, was hast du letztens Ding, Jess, ne? Bei dem, wie heißt das? In der West Side da, ne? Diesen 24-7. Du bist ein Logan geärgert, ne? Du bist Logan. Du hast doch diesen von den 1 A7 da geärgert. Ja, Logan. Oha. Was du sagst? Warum? Der ist unsympathisch. TV? Ich glaube, keine Maske. Er sagt zu Jess, du schießt eine Maske aus, wenn du mit mir redest. Deswegen ist er unsympathisch. Wir haben ein bisschen Respekt vor dem. Wollt ihr unsere U25 sein? Ich witzig. Aus wechselteam. Nee, nee, ich witzig. Nee. Sollten wir. Ich glaube, wir haben genug Leute, die das gerne sein wollen. Wieso können wir United zusammenstehen? Aber hier gibt's doch schon eine United. Oh, shit. Dann sollten wir die mal fragen. Mit den kuscheln wir auch schon. Lass uns mit allen kuscheln. Ja. Dann brauchen wir eine größere Kuscheldecke. Was war das? War das? Was war das? Geil, der Junkie-Bahn will mich gepuschen. Der Kuschel-Kopf oder was? Etlich nicht auf der Verliererseite. Wo ist denn Mila hin? Die war das eben. Die steht da in Tambus. Die steht da in Tambus und guckt durch. Es wird aber nicht abgepasst. Warte mal, Cody, was machst du denn hier? Bist du nicht im Urlaub? Nee. Was für Urlaub? Kuschel-Pause. Ich mach Fett. Oh. Ich mach Fett in Deutschland. Ja, so müssen wir zum Park. Die Adis kommen gleich. Ja, das ist ein Park. Und die Albaner können auch mal gehen kommen. Passt auf euch aus. Ja, ab in dem Ort. Ja, wir kommen die selben. Peace. Peace. Mila. Und darin. Komm, wir fahren wieder. Ja. Ja. Ich bleib hier sitzen. Ich brauch den Schlüssel. Wer hat denn den ausgemacht? Ja, Memo. Der Hasslinger. Ich bin drin. Oh nein. Willst du fahren? Na klar. Komm, JFK. Ja, ich versuch's. Du Feinsack. Geht einfach hinten rein. Ja, geh hinten rein. Sitzt Mila drin? Wo ist Mila? JFK. JFK. Ah. Komm nach hinten. JFK? Clem. Hallo, Motherfucker. Hallo, Motherfucker. Ich bin drin. Aber was mit Koldi jetzt? Guck mal, der Scheiß da hier. Wer ist neben nicht mitgefahren? Mann, du bist so komisch, ne? Ich weiß nicht. Boah. Schau auf, Vara. Danke, Brice, für die Wii's Up. Ich bin nach C-Sätzen. Geil. Ist so. Er sitzt irgendwo drin, der eben nicht mit drin sagt. Boah, kriegst du's heute noch hin? Ich bin mitgefahren. Ich bin mitgefahren. Cody, hinten einsteigen. 50 Jahre später. Cody, ganz hinten einsteigen. Da ist der Ausbruch, Bruder. Imagine man ist so dumm, man kann nicht im Bus einsteigen. Chat, seid ihr schon Mude? Ne, ich lauf. Hä? Halt, da sitzt du doch drin, ne? Ja, ja. Sie können fahren, junger Mann. Achten Sie bitte hier, rechts vor links. Schulter blieb. Warum, oder fachin? Lass mal in die Polizei uns anhören, halt. Ja, ich hoffe, du hast da eine Lizenz, ne? Oh mein Gott! Damit du besser reinkommst. Halt die Klappe! Ach, auf unseren Wissfahrer. Bis zum Wasser. Festhalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach mal Backslip, Curtis. Ich schau nicht auf die Leute, die nie da sind. Abo, was bist du jetzt so? Immer mit Playstation. Ey, versuch mal auf der Seite zu granden. Du hast mich nicht rausgelassen. Du bist mit Caleb immer im Sockel. Ja, ja, du hast mich eingesperrt zu Hause. Der Johnny kam erst und muss da Tür aufschließen. Willst du da echt... Oh. Guck mal. Aus dem Weg. Hallo. Aus dem Weg. Warte. Hallo. Oh, dass wir denken... Oh. Oh. Wer ist denn der Typ da steht? Mach dich weg da. Bis dann, du. Halt die, du dreckig. Wir parken vorne. Einer musst du ausmachen. Halt die, du dreckig. Ja, mach dich, Bruder. Hilfe. Es sieht einfach so dumm aus. Kann wir bitte jetzt damit immer durch die Gegend fahren? Tag the bullet. Krass, das Tag. Oh, der guckt nur raus. Aber danke. Was, danke? Mein Schwanz hat nur rausgeguckt und du so, boah, krass. Du bist ein Schweinkraus. Schweinkraus. Was? Ja. Du bist ein Schweinkraus. Nee. Geht nicht. Eine von euch. Und dann hab ich den aus der Verwahrstelle abgeholt. Wer ist das Mädchen hier? Ja, klar. Geil. Hallo, warum stehst du auf dem Auto? Hallo? Hallo. Du sitzt nicht. Doch. Du hast in meinem Auge bangen lassen. Aber nur ein Auge sieht das anders. Aber nur ein Auge sieht das anders. Weil ich auf den Jax sein Auto aufpasse, beziehungsweise dass er es nicht abholt. Der darf nicht mehr hierher kommen. Wer der Jax? Ja. Ja. Der Jax oder Jax? Jax. 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 Was machst du da im Nacken? Gut. Danke. Und selber. Gut. Jetzt? Mhm. Jax. Du dreckig ein Lass. Eremaß aus 5. Vier temperaturen. Jax. die kameras bereit und hallo wie geht es das ist ein erdnussflip Ah! Wie hieß du? Ja, jeder hat so ne... Äh, genau. Das sieht man gar nicht. Langsam zum Trend. Das ist... Milla, das ist der Busch. Wenn ich Bauchhalm ziehe, wirkt er länger. Hä? Oh, Nassel. Wow, wir haben Italie? Wir haben alles. Ich will die mal fahren. Kann ich den mal fahren? Warte, hast du nicht die Schlüsse von dem anderen Italie? Nö. Warte, ich kippe ihn ein. Fährt er gut? Sehr gut. Hier. Danke. Die Orange. Boah, schon voll lang nicht mehr gefahren. Ja, wie oft? Aber das ist der GTB. Nee, das ist der GTB. Von hinten ist der voll hässlich, Alter. Der normale Italie ist schöner. Okay. Ohne Tunein fährt die Karre einfach nur ekelhaft Scheiß. Ohne Tunein fährt die Karre einfach nur ekelhaft scheißen. Scheiße, man. Eigentlich verdient das Auto in der Tuning-Kacke. Verändert ja die Meta-Handling und so, wenn man einen Spoiler drauf hat. Wir Zeit, Mr. Unity, wir Zeit. Ja, ja, Computer ist wieder heile. Hast du ein Epileptikum, oder was? Fahr auf rumzuschralen! Fahr! Fahr! Da gehst du da! Und zum Beispiel einen Plattenreifen! Gebt ja gleich. Was? 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 Was hast du gesagt? Äh, ich kipp dir! Später! Ich falle jetzt in der Hand. Geht's dir gut? Damit geht's gut. Nein, der wird geschossen. In der FS-Kanzler auch erschossen werden. Ich hör schon, ich hör schon. Wir sind im Junkie-Bot. Hops überall. Schießen wir? Nein, ich glaub nicht. Schießen wir nicht? Ja! Ah! Ah! Oh! Oh! Oh, der ist so knapp. Wir schießen auf mich, oder? Wir schießen auf mich, oder? Wir schießen auf uns! Echt? Schießen wir auf uns? Ja! Wir schießen auf uns, ne? Weg! Die schießen auf mich! Warum schießen die auf mich? Warum schießen die auf mich? Warum schießen die auf mich? Hä? Ah, du Wichser! Bist du behindert? Tut den Kops nichts! Hallo! Lass den Kops noch in Ruhe! Lauf weg! Die schießen einfach auf mich! Ja, weil die Kops los sind! Ah, die haben mich angeschossen, die Brecken-Schweine! Verdammt gefährlich hier! Ich schieß einfach in die Mensch-Menge rein, ihr volle Loden! Dumme Wichs-Kops! Lass den ficken, Mann! Ja klar, Mann, der muss mich schütteln! Junge, du weißt nicht, wieviel auf der anderen drinsteht steht! Hier ist alles voll! Hier ist alles voll, ihr wissvoller Krasse! Da könntest du uns beschäftigt! Hier ist alles voll! Ich schieße hier! Die haben uns schon weggeschickt, da wir sollen jetzt abhauen, ne? Ah! Irgendwann war der Fischer, glaubst! Oh, Junge, da wollte ich mir einmal in Ruhe zu Hause Schwudel-Magazine reinziehen! Ah! Das ist mir zu mal! Ja, ihr habt euch das! Aber wer knattert, Alter! Aber auf den schießen die! Ja, die haben alles! Oh, die haben alles! Oh, ich schlampe, Junge! Oh, die haben auf mich geschossen, ne? Ja, weil die, hey, stupid sind die Müllkops! Ja, weil die, hey, stupid sind die Müllkops! Ja, aber das Quot davon, dann ficken wir sie! Ja, komm! Easy, Alter! Da sind auf der anderen Seite des Parks und Ultraspiegel, ne? Wann ist die los? Ja, ja! Wollen wir das machen? Schaffen wir nicht! Nein, nein, wir ficken da jetzt nicht rein! Von Dach raus! Aber warte, warte mal! Die haben, die haben nicht gegen Yadis geschossen! Doch, doch, doch! Der hat mich doch gerade angerufen! Nee, doch, doch, doch! Ich hatte gerade mit Yadis geredet, ich sag's was los, aber er knallt direkt weiter! Dave, die haben irgendwas gemacht! Ja, die sind abgehauen von den Kopf und dann... Ja! Also vier Yadis auf jeden Fall! Schöne im Park gesteckt! Nice! Easy! Ich würde schmerzend Geld! Ja, geh hin, lass die anklagen! Ja, lass die anzeigen! Ja, lass die anzeigen! Da hab ich dir nichts passieren! Crazy! Warnslutscher! 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 Ja, schlie... Was? Jetzt können wir, glaube ich, wieder rein, jetzt können wir endlich unsere Schmutz... Also ich kann mir endlich meine Schmutz-Magaziner reinziehen! was für bescheuerte schwanzlucher ja musst du zum kantenhaus wir haben nicht getroffen weil der dann mich ein bisschen angefahren wer da der motor gerade was machen die da vor meiner haustür wir kommen gerade aus der haustür und wollte uns umknallen mann bleibt doch mal hier jetzt alle auf ein fleck sind wir irgendwie schwein in der stadt oder was soll das der herr mit dem militär uniform alles geschossen haben der ihr ja ihr ja kommen mit euch kann man nicht reden kein alkohol vom dienst die ganze stadt umballern schweine es waren zwei von den jahr die sind haben einfach vor dem park und abgestellt und rennen wir quer drüber und die ballern so dumm ich muss ins krankenhaus ja ich würde nur angefangen so unfassbar dumm dann müsste die office sein weil es war nicht wirklich bewusst was sie gerade phase ist weil die leute ist wirklich nicht nicht wirklich kennen ich sag mal so ich weiß ja hier was Phasis beim Junkie Park, ich weiß, dass hier Leute wohnen, viele verschiedene Leute wohnen. Was denn? Wir haben ja einfach aber alles weggerattet, was wir machen. Ja, ja, die dummen Master. Hast du auf uns auch geschossen? Ja, ja. Die haben aber auf mich geschossen. Ja, du hast es geschossen. Ja, du hast es geschossen. Ey Bruder, bitte ziehen wir beide nicht dieselbe Brille. Wir haben nicht getroffen, man bei Dings hat mich mit dem Auto angefahren. Ganze Knie am Bluten. Man will zäh. Man ist 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 zäh. Ne. Schmutz. Der Fischer ist auch komplett im Kopf. Ich hasse weh. Alle Schweine. Alle Schweine. 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 Du Schweine. Curtis. Komm jetzt hier mal einen Arzt. Hallo Mr. Mediziner. Ja, den Hess liegen zuerst bitte. Ja, der wurde einfach von den Kops weggeschossen. Nein, die haben nicht getroffen, aber ich wollte angefangen vom Auto. Beim Weckrein. Altersla, machen wir Chef. Ne, jeder Topf jetzt. Du Dudes. So, bei dir erstmal. Mein Knie blutet. Ich wollte mit dem Auto beim Weckrennen angefangen. Aber nur so ganz leicht angedutscht. Welches rechts links? Rechte. Ach. Die haben einfach auf mich geschossen, die Schweine. Fast weggestoßen. Ja, alles gut. Oberkörper, die rechte Seite. Soll ich mich hinsetzen? Ja, das wäre am besten. Keine Ahnung. Schau mal das mal an. Ich bin so verwirrt gerade, Alter. Ich bin richtig verwirrt. Können Sie dazu gleich eine Akte schreiben? Ja, das werde ich... Ja, das werde ich... Warum muss ich meinen Windows-Drag ja so wegen Motherboard wechseln? Ja, ja. Ich würde doch gerne eine Anzeige erstatten. Bitte. Einmal einen Ausweis von Ihnen, der Herr. Mal 0? Ja. Da bitte. Haben Sie ihn bekommen? Ja. So gut. Kann ich ihn nochmal kurz sehen? Das war vom Auto angefahren, ne? Ja. Hab ich jetzt richtig verstanden. Rechtses Knie tut weh. Ja. Wunderbar. Gut, äh... Der Herr? Roy? Haben Sie ein Kühlpack und eine Bandage? Ich bin vor Schreck gegen eine Laterne gelaufen. Das kann ich... Das mach ich gleich. Ähm... Der Herr, den ich hier hab, Roy, ähm... Vom Auto angefahren, rechtses Knie tut weh. Gar nicht angefahren, ne? Der Herr, der stand vor mir und... Dann ist das ein ganz kleines Stück Holz, so. Okay. Dann hol ich mir gleich eine Trage und nimm damit den Skunk raus, ne? Nein, den kannst du ein bisschen stürzen, dann passt das schon. Okay. Cool, die Idee. Wunderbar. Dann möchte ich mich kurz um den Herr. Dann möchte ich sie gleich mal mit. Wohin? Zum RTL. Wirklich nur einen kurzen Kühlpack. Und einen Schuss abbekommen. Diese Verrückten. Ja. Kann ich. Fühl ich. Stehen hier auf Dächer und schießen einfach. Alles okay? Ja. Nur Jack wegen dem Auto. Der ist ein bisschen weitergefallen. Hat mich angefallen. Der mittlere RTL. Ach du Scheiße. Boah. Spaß, ne? So. Ich fähr schnell auf. Ach du... Boah. Hinten rein? Alter, was geht ab? Na ja, kannst nicht gerne hinten reinsetzen. Ähm. Nicht hier. Wie krieg ich denn dieses Windows Aktivieren Scheiße jetzt weg, Alter? Ich glaube die Tür klärt aber. Ich mach einmal zu und einmal auf. Okay. Ja, bei mir steht unten rechts Windows Aktivieren. Klemmt immer noch. Junge Mann, ich setz einmal zurück. Okay. Aua. Immer noch. Einmal weg bitte. Persona. Jetzt gilt. Wunderbar, wunderbar. Musst du krank aus? Weiß ich nicht. Eigentlich habe ich keine schlimme Verletzung. Okay. Hör mal die Dame hinterm RTL bitte weg. Ja. Oh, oh. Äh, wir fahren jetzt ins Krankenhaus hoch, ne? Oh, da wird wieder geschossen. Ja. Aber warum ist krank aus? Ich habe nur eine ganz kleine Verletzung. Ja, äh, schwierig grad. Ich bin jetzt kein Notfallpatient. Bleib mal hier. Ach so, du bist kein Notfallpatienter. Nee, nee. Der andere Mediziner hat so gesagt, nur Stützen. Ich soll dich stützen und in RTL bringen, hat's geheißen. Oh, hier fliegen Schüsse. Ja, dann stelle ich mal hinter in RTL. Ja, aber ich habe ja nur ein bisschen, ganz bisschen Blut im Bein. Am Oberschein. Ja, und trotzdem. Also ich habe keine Schmerzen. Trotzdem wirst du gerne behandelt werden, oder? Ja, aber ich habe ja nichts so. Wenn du keine Schmerzen hast, alles klar. Dann suchen wir jemand anderes, wenn man fahren will. Ja, du, sie finden bestimmt jetzt gleich welche. Ja, Gottchen. So war das jetzt nicht gemeint, ne? Ei, ei, ei. Aber wenn's so bei Ihnen geht, dann können Sie auch gerne in der Servicegarten auskommen. Ja, okay. Okay. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall gute Überzeugungen. Und bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund. Heute hast du mitgenommen von den Typen hier, von den Ärzten. M-m-m. Mach aber die Medizinberichte, das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Ganz, ganz wichtig. Warum? Damit das in der Akte steht und du sagen kannst, dass die Kopf nicht angeschossen haben. Damit wir damit vorgehen können. Ja. Habe ich jetzt eine Akte, dass ich, ähm, dass ich, ähm... Sie stand in der Triage drin und... Geld ist Kush, ne? Ja. Vom Autogang gefahren, rechts ist Knie today. Okay. Also eigentlich würde ich sagen... Weil das Geld wenn wir wiederholen, wird man. Ja. Wenn Sie nicht, wenn Sie nicht wollen, dann nehme ich das wieder raus. Ne, können... Sie können ruhig eine Krankenakte machen. Weil ich will die Polizei verklagen. Wow. Ja. Weil die mich oft nicht schossen haben. Ja, dann wäre es aber besser, wenn Sie mit ins Krankenhaus kommen, ne? Ne, dann doch vielleicht der Akte. Dass dann eine richtige Akte... Dass dann eine richtige Akte, äh, geschrieben wird dann. Dann egal. Heu. Okay. Ja, der junge Mann möchte nicht mit ins Krankenhaus kommen. Ja, okay. Dann behandle ihn kurz hier im RTW und dann lässt du ihn hier. Okay. Dann lasch ihn wieder raus. Mach ich. Hm. Dann kommen Sie mal hier mit zu mir. Mhm. Oh, Türklemmen. Vorsicht. Ja, die Tür ist wieder zugeschlossen, weil... Es wurde uns gerade schon in RTW geklaut, ne? Ja. 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 Ja, genau. Ja. 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 Das funktioniert. Neuerkrankbar? Neuer Lack. Ach du Scheiße. Ja. So, ich hab dir jetzt eine Partage ins Krieg gepackt, ne? Danke. Soll ich aussteigen, ja? Ja. Ob's besser geht jetzt. Brauchst du noch Schmerzmittel? Ich hab keinen Schmerz. Aber verbannst. Du solltest einmal den RTW ausmachen. Soll ich dir sagen. Warum haben die denn so komische Helme auf? Oh man, erst wird uns ein Krankenwagen gestohlen und dann das. Wer klaut denn ein Krankenwagen? Ich sag jetzt mal du, ne? Da hättest du sehen müssen, wir sind auf Würfelpark, da war anscheinend Hochzeit gefeiert und dann kam da einer, den mussten wir eigentlich von der EMS und natürlich lässt einer von den Krankenwagen wahr. Ja, aber man klaut doch keinen Krankenwagen. Ja. Oh, das ist ein Helikopter. Okay, ich laufe dann mal, tschüss, tschüss, sonst wenn der Kollege mit uns fahren kann, steckt uns mal hier drauf. Ihr seid alle böse. Ja, trinkt langsam. Ja, doch nicht angeschossen. Ich glaube, der Typ, der da rumgeballert hat, war einfach total nervös. Alles okay bei dir? Ja. Brauchst du ihn, lass oder hast du alles bekommen? Aber die Polizei hat einfach für mich geschossen. Ja, nicht nur auf dich. Den TK haben sie einen Durchschuss reingehauen. Ja, ja. Dann wundern die sich, wenn die Brett kriegen. Muss ich das jetzt verstehen, was hier abgeht? Ne. Du verstehst du nichts. Ich fahr hier, ich komm hier an und hör nur noch Knallerei und Mila ruft mich an. Bing, 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 bing. Ich steig mit Knarre aus, ich komm auf den Platz klopfen und fünf Leute, was er schießt auf mich. Ey, weißt du, weißt du, was die Kops mir meinten, zu mir da meinten? Ja, die Alix hätten mich extra angeschossen, damit das so wirkt, als ob die Kops auf welche geknackt sind. Pass mal, vom Dach an, ich bin da hergefahren. Ja, die Kops sind solch dumme Wichschweine, ne? Der bleibt da stehen, fällt rückwärts und sagt, die bedrohen mir mit Beschuss. Der Quill, warte, ich hol mir die Nummer. Ich bin verschreckt gegen die Laterne gerannt. Ich. Da wird mir wieder Zeit für ne Geiselnahme. Komm los. Und warum haben wir uns jetzt nicht gewehrt? Weil die so fehlte sind. Ich weiß nicht. Ja, wir haben uns gewehrt. Es wurde gesagt, ne, schieß es nicht. Ja, Jaguilder, haben wir einen Schwanz eingezogen, den Lutscher. Ja, ich. Ich wollte. Ich hab halt zurückgeschossen, ne? Fregel. Bester Mann. Was? 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 Was kann ich den nächsten Tag immer in der Bude? Aber warum haben die hier schon angefangen, genial dich zu ballern? Hä, weil die sind uns hinterhergefahren, wir sind ausgestiegen, wir sind losgefahren, wir hatten einen Unfall, also sind wir gerannt, ne? Und auf einmal sagt er, ich hab ne scharfe Waffe. Ich hab ne scharfe Waffe. Ja, ihr geiler, keiner hat genau hier rein, Alter. Na, Digga, wir hatten keine Chance. Ah, deine Stimme krankt. Hättest du dir vorher Bescheid gesagt, ey, dann wär gut gewesen. Oh ja, man, jetzt bin ich endlich auch cool. Ratatata. Ratatata. Ratatatata. Ratatatata. Ratatata. Ratatatata. 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 Aber Reis sind so, irgendeiner hat mich angerufen von den anderen. Ja, der hat jetzt gut von uns. Und den anderen? Ja, die sind ins Parkhaus gegangen und haben von dort weiter geschlossen. Haltatatata. Und die sind jetzt verletzt? Ich glaube, die werden abgeführt gerade. Also, als wir hochgefahren sind ins Parkhaus, hatten die halt Handschellen schon an. Dann haben wir, glaube ich, ein, zwei Korps umgefahren. Wer gehört zu den Girls? Mila geht zu den Mädchen, das ist ein Männergespräch hier. Ja, ja. Such dir mal ein paar Freundinnen. Ja, ich hab Freundinnen. Ja, ich hab Freundinnen. Trait ist meine Freundin zum Beispiel. Und Shatefi? Shatefi ist auch meine Freundin. Und ich bin deine Freundin. Und man muss meine Freundin auch, wenn sie nach Schwann stinkt? Achso. Was war das denn? Guck mal, der Heli. Guck mal, der Heli. Du hast dich aufgehangen. Was? Du hast dich aufgehangen. An zu haken? Ja. Ich will das auch mal machen. Wie? Wie? Mises. Schwein. Leute, was ist mit dem Heli da oben? Ich verstehe das nicht mit dem Anfang. Was hab ich gemacht? Warte. Lass den mal runterschießen. Wo ist denn der Jack? Oh, der versteckt sich irgendwo zwischen den Häusern. Das ist ein Mist. Was für Lütscher. Was? Da haben wir den gesagt. Okay. Nein. Oh, der hat sich verpisst. Oh, der Frank. Dann ruft immer allen. Der Kiez hat uns angerufen und haben gefragt, ob wir jemanden rausholen müssen. War eine gute Aktion. Aber Frank geht nicht am Telefon. Ähm. Hä? Was war das denn da, Männer? Was zum Teuf war das? Hallo, meine Frau. Ich hätt jetzt auf die Geschosse. Ja, ich hätt auch einen. Ich hätt mich gewehrt. Was für ein Paar. Ja, ich bin ein Paar Chaos. Ich komme jetzt wieder. Uh. Ich musste grad. Ich hab den Reece hier rausgebracht. Okay. Okay. Aber seine Freund hat sich schon gekommen und dann fang euch den 10 Kopf um mein Auto. Ja, ja. Okay, okay. Ihr habt einfach auf mich geschossen. 2 Stück habt ihr verletzt. Ähm. Na. Die Medics stehen ja nach vorne. Da kannst du doch mit. Ja, ich wurde nicht getroffen. Aber ihr habt auf mich geschossen. Ich will Schmerzensgeld. Einen habt ihr getroffen, der ist ins Krankenhaus. Ja. Ich will Schmerzensgeld. Ja. Ja. Danke. Boah, der regt mich auf, der Helikopter, ne? Ja, ja. Gleich schmeiß ich ihn Erden auf. Kannst du nichts aufwerfen? Warum lachst du? Guck dir mal die Scheibe an hier. Siehst du das? Ja. Die ist kaputt. Hab ich mir gedacht. Ja. Ich war grad im Parkhaus. Umzingelt von 10 Cops. Ich steig aus. Zeig dem einen Kopf den Ausweis. Und die Kollegen von ihm schießt einfach in meine Beifahrerseite. Warum? Ich so, ja was soll das? Ja. Hat sich aus Versehen einen Schuss gelöst. Ich so, ja gut. Aber jetzt, äh, kann ich mich gleich bei dem Kopf melden. Dann gibt er mir 5-10.000. Ja, ich will auch Schmerzensgeld. Ja, ja. Wo ist der Fisch, Fisch? Wir müssen das über Anwalt machen. Wo ist der Fisch, Fisch? Weiß ich nicht. Ich geh da hin. Ich hab auch Rhys rausgeholt. Hallo, nicht über den Rasen fallen. Natürlich nicht. Ich bin sofort weg. Du töltest Ameisen. Tschüss, Mr. Medizimänner. Jo, ruhigen Abend noch, ne? Man glaub ich, ich komm noch um die Angst. Aua. hat einer die nummer vom füsche füch hat einer die nummer vom füsche füch ich musste frank anrufen ja ich weiß was hast du hast du mit franken telefoniert schon und dann kam so ich bin hingefahren kam aus dem auto und 50 leute um auf den dächern und schießen einfach auf mich mit heldig kommt alles bei ihr und dann ja die haben rumgeballert und dann sind die vorgerückt zu den jadis aus james geht's dir gut aber ich bin ja so ein bisschen fisch haben ich will schmerzensgeld weiß nicht 50.000 dollar war der beteiligt der stand vor mir unser typ ist jetzt anwalt macht mit ihnen anzeige genau dafür jetzt bin ich wurde nicht angeschossen die haben nur meine richtung geschossen dann schieße ich dir kurz ins bein und sagst das waren die dann bist du verrückt warum weil das weh tut du kannst das ab ich habe sogar zurückgeschossen ja ok dann ist ja schon wieder alles gerechtfertigt und das nicht verhaftet die haben zuerst geschossen nö wurden nö nö das haben die gar nicht gemerkt wo bist du jetzt janker oder was na klar hier sind ungefähr ich habe miele alt getroffen und dann wusste ich nicht da und die hat mir dann gleich gesagt das hat nichts mit euch zu tun wir haben anruf gekriegt die jonke fack wird gerade hoch genommen und dann sind wir mit sechs autos um euch herum gefahren und wollten alle raus und dann habe ich aber mila erreicht und die meinte dann nee nee das war nicht wegen uns naja das war wegen jadis ja hab ich mila gesehen achso und die meinten du wurdest getroffen am bein du hast selber gesagt du blutest am bein ja ich bin weggerannt dann kam jack mit dem auto und der hat nicht gebremst der ist dann so ganz leicht gegen mich gefallen dass ich hingefallen bin achso ich dachte du hast google ins bein gegeben quatsch ja ok ansonsten wie geht es wie steht es lange nichts gehört doch ich war krank eine bucke zu hause echt komplett ja komplett krass gute besser aber er scheint jetzt auch bald hier so da bin ich wunderschön eigentlich heute perfekte tag ne wieso einfach so vom inneren gefühl meinst du ja es ist doch heute geil sind am was ist denn heute montag 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 rein in die euge ich habe echt am wochenende nichts großes gemacht ich weiß sowieso nicht was ich war die ganze zeit auf juni wir haben ja so warten kann man gemacht letzte woche und eine million 1,5 million strafe die ja vier von ich nicht aber drei oder vier andere die hatten mega plan und das fib hat reingekackt alter er nichts anderes also ich glaube drei oder vier shotguns und das wasser ich habe mich erst mal gewundert wieso die deren eigenen shotguns da in der asservatenkammer haben die aber die wahrscheinlich von dem anders beschlagnahm wurden ja auch keine ahnung aber auf jeden fall die und dann hat haben uns jason und so mit helis weggeflogen und die du musst dir heute der fabi hat einfach ohne zu wissen auf der heli geschossen die ganze zeit doch das hoffs genommen das ganze pd dicker wir sind reingestürmt haben alle hoffs genommen die drinnen wand wollen alles der gar nicht an der wand gestellt und so weiter und dann ging es los wir haben gar nicht verhandelt mit irgendjemanden wir sind einfach hoch haben die haben die asservatenkammerler gemacht und dann hoch zum heli haben die die anmachen lassen und so weiter und dann kam mal jason zurück nachdem wir uns abgesetzt haben sie vom himmel geballert einfach so ohne zu wissen wir haben den helikopter zerschossen ja das hat überlebt wird eine notlandung gemacht der ist nicht explodiert und ist dann oben ins dach geknallt also war nicht mal bewusstlos oder so das waren halt eine notlandung halber action film wieder komplett und das fb sowieso du kennst die stories nicht jason tritt gegen ein auto von denen die rennen ihm durch ganz palito hinterher und dann irgendwann haben sie ihn vom auto und sagen sie schießen ihm gleich in den kopf wegen weil er gegen das auto getreten hat wollten sie haben sie auch auf seinen kopf geschossen ob er es ausgewichen hat schulter schuss ich bin im telefonie mit frank komplett irre johnny und jack auch da jack ist aber juni nicht wir können vielleicht nachher noch mal treffen und reden oder bald oder der kommt vorbei ich glaube ja die sind auch hier ich habe von denen welche im auto also ich habe riesen im auto einen versuchen wir gerade noch im krankenhaus zu retten die stehen 15 Leute oder so ich muss noch einen rausholen aber ja ich komme gleich bis gleich ich stehe an der apotheke dahinten beim friseurladen und auf einmal streifenwagen vorbei streifenwagen vorbei streifenwagen vorbei hubschrauber vorbei streifenwagen vorbei und Milo ruft mich an und ich höre diese knatter halten und ich denke jetzt boh mein herz schon so ich sag zu Milo schießen wir schießen wir und diese stimmen ich konnte mich nicht konzentrieren die haben so an mir vorbeigeschossen ich hatte so angst das war so knapp boh hättest du jetzt noch einen kopf genau da vorne näher hättest du da jetzt noch ne boh dann können wir jetzt niemand unterhalten aber ich würd's trotzdem mit nachhause nehmen ich hab's auch geschossen ich hab meinen mann gestanden ja ich wollte ausschießen als ich dich schießen sehen habe aber dann warst du auf einmal verschwunden dann sehe ich einen polizisten und Jack sagt wie du wieder eingeschießen hast ich hätte mich gewehrt der frank holt jetzt nur jemanden aus dem krankenhaus groß von den jahres die haben aber nicht viele wünscht ne fünf stück von denen wir haben auch sehr viele wieder befreit der frank hat mir gerade erzählt wie ein kollege von dem der frank hat mir gesagt dass jemand von dem gegen so ein fb auto getreten hat und die sind dem hinterher gerannt und dann haben die gesagt bleibt stehen und schießt den kopf dann haben die auf den kopf geschossen aber der ist ausgewichen hat er so zeitlupe gemacht da siehst du nach hinten gelehnt und da meinte der hat gesagt die haben die also als herren kam ausgelärt was ist da drin daran polizei schaut ganz drinnen ja aber wir wollen das doch machen naja nicht die asserwarten kammer wo ist denn johnny de penne nöke nöke mit der tante nöke nöke nur nicht betalen somit die artis zu petzen küsst du bist du mich doch wir haben uns zeitgleich auf den arsch gehauen wenn ihr ein paar clips braucht ich bin gut kameramann ich hab schon videos gedreht von finn und wer war das im auto ja gut für ihn geht was ab ne ja hier ist richtig was los wie siehst du überhaupt aus ich bin ich bin bereit für die action es sieht so gefährlich aus der wurde direkt festgenommen ich wurde wirklich festgenommen ich bin einfach festgenommen ja wir hatten die kinderhandschellen dabei ja mit plüsch nein so welche handschellen nicht willst du welche? Mila hat welche ich hab welche Mila hat sogar welche mit augen drin ja mit echten augen hm 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 die airs ne einfach ha 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 inhennennennennennennennennennennennennennennennenn Shu Ich bin's, eure Mila. Heute erzähle ich euch eine Geschichte über Körders Füße, die echt stinken. Der war, weil du die mir im Mund nimmst. Was? Gar nicht. Einmal hatte ich einen ganz gelben Fußnagel, der war noch wieder weiß. Ich hab das gesehen. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen, da hat die Mila Körders den Fuß im Mund. Gar nicht, der war in der Nase. Die ist krass. Deshalb kriegst du so gut Luft. Ich vertrage die Tabletten nicht immer mit mir schwarz vor Augen. Wie viel hast du genommen? Wer ist denn davon jetzt? Sind das die Aldis? Ja. Hat jemand die Nummer vom Fischpfisch? Nein. Nee. Soll ich mal die nachfragen? Kannst du Badermeister mal fragen, Max oder Finn? Hallo Freunde. Boah, noch nicht schon der... Da kommt, Boy. Geh dich, du Wichser. Hast du dich, genau dich. Was rampest du mich an, Motherfucker? Junge, was hast du denn im Gesicht, Digga? Was denn? Junge, was machst du da? Was denn? Junge, du hast Schminkchen im Gesicht. Der Hund? Ja. Was ist mit dir passiert? Ich bin Robocock. Auch. Junge, scheiße. Junge, scheiße. Junge, scheiße. Nee, das ist gut. Hast du die Nummer vom Fischpfisch? Nee, hab ich nicht. Erstmal warst du weg und jetzt kommst du mit so einem Ding wieder. Was quatscht du mich voll, Alter? Ja, das ist halt ne halbe Knochen, ne? Wie? Du hast nur nen halbe Knochen. Wer ist denn der Typ hier? Das ist Karl Lagerfeld. Das ist Karl Lagerfeld. In Karl Lagerfeld. Ja, warum wurde jetzt auf den Jardis geschossen? Was gibt Payback? Ach, ich wollte hier gar nicht. Hat weise geordnet. Ja, öse, öse, öse. Achte her. Findest du die Nummer vom Fischpfisch? Nö. Das sind KTVs, ja. Keine Ahnung. Boah, der regt mich so auf der Kopf, ne? Ja. Wer? Der Fischer. Ich wollte knattern, aber... Jack hat leider da. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nee, nee, er hätte umgewesen. Dann wären wir alle sieben Tage im Knast. Ja. Wir waren ja komplett überall mit SMG und alles. Kesi, was hast du da? Locker zehn Stück. Und auf den Dach sind oben. Hey, mein Komer, Junge. 40 oder so. Wer bist du? Wer, ich? Ja. Yangi. Das ist mein Cousin. Da fehlt etwas in der Stimme. Das ist mein Cousin. Das ist mein Cousin, Alter. Was hab ich? Ich glaub, Jack hat das nicht im Glück hier. Der Bass fehlt. Ich glaub, Johnny ist in der Bude geblieben, weil er zugeknallt hat. Echt? Der hässliche. Ich weiß es doch. Yangi, du bist Curtis Seng Cousin. Ja? Der hat gedacht, dass er gewinnt hat. Curtis, willkommen in der Branche. Der muss noch den Rücken einspielen von der Tante. Boah, hat aber viel zu tun. Halbe Fußballfeld würde Galileo sagen. Geil. Der hat halt auch noch Postelcode. Ich komm nicht an die Nummer, aber der Fischer ist grad um im Krankenhaus. Lass da hin mit 40 Leuten aus. Wieso das denn? Wir stürmen. Ab mit 40 Leuten. Der braucht ein Erkennungsmerkmal. Der hat stürmen mit Messer. 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 Der hat stürmen. Der hat das Ding stürmen. Ah ne, heut ist Montag. Die wurden mir zerschnitten, du Buster. Hat jemand eine Tablette für mich? Hey, jetzt wir stürmen im Krankenhaus jetzt. Gibt's ne Ivo? Da hast du ja schonmal gemacht. Geil, hab selber eine. Ich hab eine. Ich schmeiß die hier gerade ein. Ihr seid scheiße. Du stinkst. Sehr richtig, jaja. Nein, ich hasse dich nicht. Ich hasse dich nicht. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Küsst meinen Ring. Okay. Mwah. Was machen wir heute? Ich will zu Codys. Ich will auch nicht mehr bei Codys. Codys hatte Quarkroppen-Eis für mich. Und Tiki-Nagi-Eis für mich. Und Quarkroppen, Quarkroppen, ja. Barmila. Hä? Ich hab ne neue Idee. Richtig einzigartig. Was? Geil, so ein Abend mit Kids. Ich hab grad schon mit dem Frank telefoniert. Der sagt so, Bruder, boah, wir haben ganze Woche nichts gemacht. Aber letzte Woche haben wir also Warenkammer hochgenommen. Und mein Kollege, der ist nur einen Kopfschuss ausgewichen. Aber jetzt, was? Geil, was? Was ist das? Ganz wöde. Einiges Dale-Pommes hier, Junge. Hahahaha! 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 Boah, das ist voll gut, wenn nur ich den Witz verstehe. Hahahaha! Hallo? Hahahaha! Ich schimmel's an. Wie, ich soll jeder gegen das selber anbieten? Ja, okay. Was? Das ist der Heilmannesdefekt. Schimmelzahn. Äh, von mir. Von mir? Nee, ich... Ach ja. Entschuldige nicht. Ich hab auch schon. Ich glaub, Kling hat grad in seinen Helm gekotzt. Feuer. 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 Sollen wir in der Koldis, Nila? Ja. Ich will in der Koldis. Fang kommt gleich. Ja, kann er nicht zu Koldis kommen? Nö. Da darf man nur von 1 bis 60 rein. Hä? Ist der schon älter als 60? Boah. Ich bin aber erst 50. Sein Ausweis ist so alt, der ist nur auf Papyrus. Der ist doch nur auf der Steinzeit. Der schleppt so eine Steintafel mit sich. Und Hammer und Meister. Hammer und Meister. Hammer und Meister. Immer erneuern. Sein Familienalbum ist eine Höhlenwand gemacht. Der hat noch Lehmtöpfe zu Hause. Der ist so alt, der hat schon seine vierten. Der geht auch nicht zum Koldis essen. Wenn der Hunger hat, geht der zum Baum. Und dann ist der mit so'n Stock. Ja komm, die Geschichte ist aber schon wieder viel zu lang, dass die lustig werden kann. Hei du Bebuch, Junge. Hei du Bebuch. Ich ruf Roman an. Richtiger Roman. Ja komm, wir gehen kurz was essen da. Kannst du mir was mitbringen? Ja hier. Ich wollte grad sagen Schwanz, wer nicht mitbringt. Dankeschön. Ich bin gar nix mit. Mach doch jetzt nicht so. Bring doch mit. Warte mal Milda, du hast doch was. Bring was mit. Was denn? Was hast denn du deine Hose? Schimmel. Was ist denn das? Ein Thunfisch-Sandwich. Oh das Koldis doch. Ruf dem schnell. Die haben um einen Lieferservice. Ja. Der hat dir so'n liefern. Bist du jetzt sauer? Nein. Bin sauer. Weil du ne Fische Fisch rieß? Aber die Kappe tue ich nicht. Warum lassen wir uns nix liefern? Weil. Dann kommt er auch mal weg. Boah du willst nur ein Händchen halten. Ja nicht wachen. Na klar. Äh äh. Ich seh doch deine Wichsgriffe wie die nach mir greifen. Du hast Wichsgriffe. Du hast Wichsgriffe. Du hast Wichsgriffe. Was denn? Der wollte Socken von dir kaufen. Ass? Aber du nutzt sie. Äh äh. Doch. Nee. Der hat gesagt, der braucht das zum Einschlafen. Oi. So ein Schwein. Der hat 500 Dollar geboten. Nur für die rechte Socke. Warum zieht er seine Ziege nicht Socken an? Die fallen immer ab. Was? Was? Oh. 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 Ich lutschke halt seinen Guck. Nein. Doch. So gehört der Songtext. Ich hab dein Tagebuch gesehen. Oh. Oh. Du sollst nicht mehr das denn lesen. Warum nicht? Weil das ist mein Tagebuch. Da steht. Was dir gehört Gott und mir. Hast du auch in den hinteren Seiten gelesen? Na klar. Ich fang immer von hinten an und arbeite mich nach vorne. Ich wollte nur diese Feste. So ein Schuh eigentlich. Warum? Was kann denn das damals tun? Weiß. Ja, ja. Ich rede beim Lesen. K. K. Oh. Ja. Ja. K. 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 M. K. Oh. Toll. M. Ja. Ich bin erschlafen. Ähm, was denn da? Ich will den Marienkäfer zeigen. Okay. Welchen denn? In den ganzen Dichten. Sind da mehr? Guck mal, das ist von Ron Weasley, die Tankstelle. Echt? Mhm. Oh. Ja. Wow. Also, was ich sagen wollte, dass hinten, dass ich so oft Mila Gush geschieben habe, das ist nur, weil... Was? Mila Gush? Mila Gush, weil... Ach so. Weil ich hab das nur gemacht, weil... Ich war... Ich hab das nur gemacht, weil... Sag doch einfach, wenn du mich heiraten möchtest. Nee, ich will nicht heiraten. Ich bin zu jung, brutal und gut aussehen. Was soll das heißen? Nein, ich mein... Hey, okay, wenn du heiraten willst, dann heiraten wir halt. Ist auch kein Problem. Ist okay. Nein, hey, warte mal. Hey. Hey. Komm mal her. Komm, komm, komm. Komm mal her. Und der hat's? Also... Ich... Ich... Ich kann... Ich kann... Hab... Oh, ich hab... Boah. Ich hab noch nie gesehen, wie eine Heirat geht. Also, ich kann nur das da erzählen. Komm. Also, ich kann heiraten, aber nicht heiraten. Das geht so. Ich zieh in den Kleidern. Ja. Du ziehst auch in den Kleidern. Okay. Dann geh jetzt zu einem Pister. Wohin? Zu einem Pister. Ach, einen Pister, ja. Und der sagt dann noch... Wollen Sie die heiraten? Dann sag ich ja. Dann fragt er dich. Wollen Sie diesen krassen Motherfucker mit dem Donutskörper heiraten? Super gepflegte Haare. Cool gestylte Haare. Immer frisch geduscht. Hey, warum kriege ich nicht so viele Komplimente bei der... Wie ein kleiner Ochse, ne? Und dann musst du sagen, ja. Dann kriegst du von mir einen Augenring verpasst. Ja. Und dann sind wir... Raser. Wir sind Raser? Nein, dann sind wir verheiratet. Ach so. Dann kriegen wir eine neue Steuerklasse. Bist du mehr Hartz IV? Hartz IV? Ja. Und es gibt Torte. Cokewappentorte. Oh, ja. Was war denn da in der Tüte drin? Warum geht die nicht platt, wenn ich da drüber laufe? Welche Tüte? Da. Die Mullertute. Das nicht. Hast du dich schon so sehr in deiner Umgebung gewöhnt, ne? Halt die Kappe. Schwanzlutscher. Du bist ein Schwanzlutscher. Ey, pass mal auf, Homie, ja? Nichts, Homie. Okay, sind wir jetzt verheiratet? Na, wir müssen erst zu einem Pister gehen. Aber... Und wir kriegen ganz viele Geschenke. Was für Geschenke? Wir haben von unseren Verwandten und die ganze Stadt hatten eine Nachnahme. Du dann auch. Einer von euch. Ich glaube, bei unserer Hochzeit wird es richtig Kopfschmerzen. Aber sonst kenne ich keine Vorteile. Warum stoppst du immer so? Hast du Hochsetzer? Du lernst so langsam. Der schläft chillig. Lauf auch chillig. Du siehst aus, als hätte du eine Buchse gemacht. Gar nicht wahr. Na klar, und du hast schon wieder unsere Jogginghose Pampers an, ne? Nee. Deshalb singst du auch die ganze Zeit die Mühle von unserem Blog, weil du so einen Arsch hättest gern mit Jello. Gar nicht wahr? Hallo, ich hab den Text geschieben. Hm. Ja. Ich kenn das Lied aus dem Radio. Gar nichts kennst du. Äh, schweig still, Vibe. Buh. Hihi. Willkommen bei Colis, Ihre Bestellung bitte. Halt die Klappe, ich will sofort mein Crowcropen-Eis, mein Chiginagi-Eis. Ich möchte ein Neppe-Shake, weil heute bin ich ein bisschen safter drauf als sonst. Und ich möchte, und ich möchte für mein, 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 Verlobten. Verlobten? Ver, 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 ich, äh, Verlobten möchte ich auch, ähm, Kuchen. Hunger. Der hat Hunger. Ja, auf was? Twinkies und Crowcropen-Eis und vielleicht, ähm, zwei Schoko-Shakes. Ja, du willst wirklich Twinkies und Crowcropen-Eis? Ja. Natürlich. Weißt du, was mein, 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 mein... Dein Bauch schwitzt. Mein Verlobter, weiß ich doch, was ich will. Seit wann seid ihr denn verlobt? Weiß ich nicht. Zwei Minuten. Ach ja. Oh je, herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ja. Ja. Komm, jetzt unsere Hochzeit. Ja, klar. Ist die ein Junkie-Pan? Wer wurde denn sonst? Natürlich wurde denn sonst. Ja, ist Catering, hab ich gehört. Ja klar, wer denn sonst? Ihr müsst Quarkropen-Torte machen, ne? Machen wir. Ja. Mit Schwanz. Ich würde dir sagen, nimm deinen eigenen, aber der reicht nicht für eine Torte. Der reicht nicht mal für ein Tick-Tack-Eis. Tick-Tack. Jetzt machen wir Essen verdammt. Ja, alles in Ordnung. Hunger. Milla, schalt deine Hüfte fest. Na ja, knack die nur weg. Nicht, dass die nur ausschlägt. Die sahen so gebrechlich aus. Oh fuck, Alter. Du siehst gebrechlich aus. Ich bin jünger als du. Du hast doch kaum noch Zähne. Hab ich ja wohl. Crazy. Hab mir die neu machen lassen, ja, ja. Die dritten, aha. Hab nämlich wieder Osmal bekommen. Ja, schau. Wie du das? Scheiße. Hast du das Essen zu Hause nicht geschmeckt, oder warum? Nein, der hat die Wäsche nicht gewaschen. Ah. Meine Socken waren immer nur hart. Sind die Tick-Tacks rausgepurzelt, oder was? Was? Sind die Tick-Tacks einfach rausgepurzelt, oder was? Ja, nur ein Tick-Tack. Der hat vorher nur einen Zahn. Ihr Spitzname war bei, sag ich ja. Ja. Der ist ein Fest davon überzeugt, ne? Schieb. Und der Zahn war spitz und klein. Ja, aber der war fest. Damit hat er sich mal in die Dachlinie festgehalten. Deshalb hat er auch so einen brutal gefärblichen Nacken. Weil der mal Training war. Scheiße, Alter. Schieb. Das ist einfach nur crazy. Ja, Lifestyle, Motherfucker. Zur Haustzeit schenke ich dir eine Fußnagelheizkette. Ja. Dein schickes Lange-Eis. Danke. Ich habe noch Vanille-Bee schenke, aber da habe ich ein paar Meplein reingemixst für dich. Hi, Alter. Sag mal, bist du am Flirten, Junge? Nee. Das hat sie erhoffen wollen. Das will ich dir den ganzen Tag gehören. Mach doch. Das ist das Ding hier full. Endlich. Dann kriegen wir wieder Geld. Das sind 60, Leute. 60? Ja, Luca. Nein, 65. Und für Curtis war das jetzt Kaulköppen-Eis, Twinkies und irgendwas zu trinken noch? Du kriegst gleich Tunties? Ja. Twinkies. Zwei Schoko-Shakes. Zwei Schoko-Shakes, genau. Versuch dir hier mal einen Torten anzubaggern. Scheiße. Nirgendwo kann ich in Ruhe hingehen, ohne angebaggert zu werden. Das ist gefährlich, ja. Losat, das ist echt ein Loch, Alter. Ich werde auch immer angebaggert. Oh, scheiße, Mann. Echt? Na klar. Von wem? Ja, von den ganzen Weibern, die ganzen Chicks und so. Chicks, also ja. Ja, die wollen meine Side-Chicks werden. Ach so, okay, okay. Aber Bewerbung ist mir nicht aus. Was gurgelst du? Ach so. Ich dachte, du gurgelst. Nein. Ganz schön. Du Mixer. Du bist ein Mixer. Hau mir ins Gesicht. Okay. Oh, die Theke hat sich ein bisschen angehoben. Ich glaube, die muss nachgezogen werden. Oh, scheiße. Oh, fuck, Mann. Jetzt bin ich so ein Lanzelot Kaldes. Brauchst du nur ein Pferd. So, einmal deine Chirp-Shakes. Was quatscht du mich an so von der Side of Life? Komm her. Danke. Will, du hast da wieder reingespuckt. Ja, immer. Das ist meine Hauptaufgabe hier. Mhm. Damit alles besser schmeckt. Sagst du mit dem Nacken Finger auf mich. Erzähl mal. Hä, ich hab dir das... Gar nichts los hier. Mila bezahlt. Okay. Ja. Mila, du kriegst ein Zähne, weil du das ganze Ding runterschluckst. Das kann... Oh mein Gott, das schaffe ich nicht. Was? Streng dich mal ein bisschen an. Wann da damit jetzt? Kann ich nicht. Guck mal, wie groß das ist. Oh, danke. Scheiße. Achte, Toni. Sag nun. Mila, hast du bezahlt? Nein, ich zahl nie. Komm jetzt rüber, Mila. Gib mir Rechnung. Wollen wir zu uns zum Park? Nein, ich zahl dann. Nein, wir haben doch noch einen Gutschein, oder nicht? Haben wir nicht. Warte, ich guck. Wo ist denn der Cody schon wieder? Bestimmt wieder hier im Dings, ne? Im Stripclub. Seiner Mama Essen bringen. Die ist wieder so durstig und hungrig vom ganzen Dancen. Nee, Cody geht's tatsächlich nicht gut. Er hat sich wieder hingehauen. Warum, was hat der? Keine Ahnung, schlechten Tag, hat er gesagt. Hat er vielleicht die Erkältung Feltins? Was? 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 Wer zahlt jetzt? Herr, du zahlst. Der Gutschein. Dann komm. Ja, haben wir keinen Gutschein. Ja, komm ran auf den Milter. Ja, lass mich doch erstmal die Rechnung schreiben. Was ist los? Nix Polizei hat auf mich geschossen. Hab ich gesehen, du bist ja auch weggerannt. Was trägst du auf Geld, ne? Komm, Puppe! Hallo? Ich bin... Toodle-Loo. Toodle-Loo. Aber Toodle-Loo ist genau so Kubi-Ukulu. Ja? Komm davon, die versucht, Motorrad zu klauen. Wo? Wer war's? Du steckst dich im Busch. Was machst du, den Mogenrock? Nee. Die versucht, das zu klauen. Sollen wir Polizei rufen? Ja. Wurde du Polizei? Ich kann nicht, die haben meine Nummer und blockiert. Sollen wir die anquatschen? Ja, okay. Okay. Aber das dauert jetzt locker halbe Stunde, bis du da bist. Obwohl, warte. Milder, ich hab... Ich hab Abkürzung gefunden. Sit. Äh, findest du Lücken im System? Ja. Oh. Das ist Joko. Was? Das ist Joko. Wer ist denn Joko? Das ist meine Tierfreundin. Bäh. Bäh. Was steht dir alleine? Ich weiß nicht. Wenn das dein Polen ist, warum hast du heute nicht Hallo gesagt? Ich hab's ja heute schon mit der Quatsch am Telefon. Und? Ähm, sie hat gestöhnt. Sie ist jetzt... Nein, sie ist jetzt Detektiv... Detektiv... Was ist die... Detektiv. Detektiv und Schervis... Scher... Sheriff... 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 Lernreden. Ey, ich kann... Manche Worte sind echt... Pstuzlan. Was? Pstuzlan. Pstuzza? Was? Pstuzlan. Ja. Kannst du Fremdsprachen? Fremdsprachen. Du weibler. Russe? Genau. Auge. Was? Was? Was für ein Auge? Geh mal aus dein Auge. Okay. Hier ist dreckig. Ey, nein, warte. Du hast gesagt, geh mal aus dein Auge. Nein, aber doch davor. Drei, kommst du... Warte mal, du traust dich nicht mit dem Finger hier anzufassen. Was ist das? Der Blitz steht für Handy auf Lern. Achso, warte. Drück mal in den Kabel. Welchen Kabel? Ja, da... An denen hier... Aua! Das klingt durch meinen ganzen Körper. Ja, das ist für geil. Ich habe immer geobachtet, wie er seinen Schwanz dagegen rennt hat. Eine halbe Stunde. Weißt du noch, als er diese Frisur hatte, die ganz nach oben ging? Das war der Tag. Da steht da... Because she loves... Wimers. Was ist Wimers? Wo? Ach, da oben. Wimers. Wie soll ich dir das erklären? Ich zeig dir halt dann, was eine Windshow ist. Nein, ich zeig dir das nicht. Das Bach. Aber Wimers, was ist das? Klamotten? Stell dir vor, du backst den Kuchen. Ja. Und dann tust du doch so einen Stab da rein. Und dann macht das... Und dann starte... Ja? Um den Tag zu rühren. Ja, richtig. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Nein, sowas ist bar. Bar? Mhm. Okay. Oh! Was denn? Ist roh. Wir dürfen gar nicht gehen. Nein, das ist nur die Hand von dem Idealer. Ach so. Der Sertau. Au doch selber. Voll die freundlichen Ampeln. Und was hast du in deinem Leben noch vor? Ähm, ich möchte mal Benzin aus dem Auto klauen. Das gelte mit einem Schlauch, ne? Ja. Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe ein Tutu... 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 selber raus. Komm, wir machen jetzt mal einen Dirty-Mind-Test, okay? Ja. Was steht da oben auf dem Schild in der Mitte? Was steht da? Dickler was. Was? Ne, klickler was. Bist du sicher? Ja, oder? Ist das ein C oder ein D? Warte, ich muss näher da... Nur das Schummeln. Was steht da? Das... Doch, Dickler was, oder? Und was steht da drunter? Computer Spezialist. Und da drunter? Surprise Facial. Das sind die neuesten Gesichtsmasken. Echt? Ja. Mit Vitamine. Ich will auch so eine. Okay. Ich gucke mal, was sich machen lässt. Mams Spaghetti. Nie is weak. I am so heavy. Nein, Mams Tacos. Und Mams Hot Dogs. Bro, das wäre geil, wenn wir hier so einen Barbecue-Laden hätten, ne? Warum machen wir eine Wurststraße? Weiß nicht. Warum machen wir eine Wurststraße? Wir könnten Mams Tacos machen. Ich mach die besten Mams Tacos. Oder einen Süßigkeitenladen. Warum machen wir eine Wurststraße? Ähm, können wir nicht. Wir haben doch den Job. Können wir da nicht auf Süßigkeiten verticken? Was willst du damit machen? Süßigkeiten verticken? Ja, aber wir können unseren Süßigkeitenladen machen. Warum machen wir Wurststraße? Ich weiß nicht. Keiner wäscht sein Auto. Hast du schon mal dein Auto gewaschen? Nee, aber es gibt ja auch keine Wurststraße. Ah, das leuchtet ein. Stimmt. Boah, du bist so schlau. Ja, ne. Du weißt, warum wir heiraten? Manchmal doch hab ich mal... Ach ja. Was heißt denn? Okay, wenn du nicht willst, dann warte ich jetzt auf Auto. Nein, nein, ja doch, ja, nein. Ich möchte. Komm, stell auf. Ich hör schon den Bus kommen. Komm, stell auf, ich will. Komm. Ich hör schon ein Auto kommen. Stell auf, jetzt. Ich hör schon ein Auto kommen. Siehst du, ich mein's ernst? Jetzt stell auf, ich mach. Sag, ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, aber voll einfach. Ja, ich will. Einfach? Ja. Jetzt heirat mich. Das ist meine fünfte Ehe. Hoffentlich gilt die nicht auch kaputt. Was? Was? Wie kannst du fünfmal geheiratet haben? Nein, nein, das stimmt doch gar nicht. Wer sagt denn sowas? Komm. Ich dachte, ich bin... Was denn? Warum? Warum lachst du? Das ist nicht lustig. Das ist ein Krankenhaus. Ich dachte, ich bin deine einzig wahre Liebe. Ich weiß noch, wie sie... Jetzt willst du richtig... Ich weiß noch, wie sie bei Sonnenuntergang auf diesem Berg saßen. Wo saßen wir jemals auf einem Berg beim Sonnenuntergang? Ja, dieser eine Tag, das war ein, äh, Dienstag. Ja, das weiß ich noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. War das schön? Ja, ein Dienstag. Und wir waren zusammen auf dem Montschill-Jahr saßen. Ich war noch nie auf dem Montschill-Jahr. Doch, doch, wir waren da. Ich hab Höllenangst. Das war bestimmt vor vorletzten Dienstag erst. Und auf jeden Fall waren wir da, haben den Sonnenuntergang angeschaut. Dann hast du gesagt, Mila, mein Herz. Bist du sicher? Ich will vor den anderen nicht sagen, weil ich so tapf sein muss. Und, und, aber, aber du bist das Einzige... Das stimmt so nicht. Doch, 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 und dann war ein einsamer Tränenrott über deine Wange. Dann hast du meine Wange gegiffen und mich zart und sanft geküsst. Ach, das war so rum. Ich glaube, du halluzinierst uns wieder. Das wird halluzinierst uns. Nein. Doch, Fata Morganas. Wir waren niemals auf einem Berg. Doch, vor vorletzten... Hey, natürlich, wir waren zweimal auf dem Berg. Einmal in diesem Labyrinth. Oh, scheiße, das stimmt, fuck. Fuck. Ich hab vergessen. Und das andere Mal vor vorletzten Dienstag auf dem Mondschilliat, wo wir uns den Sonnenuntergang angeschaut haben. Und du gesagt hast, die Sterne, die sind so schön wie mein Auge. Ja, weil die genauso weit auseinander wird. Nein, du hast gesagt, meine Augen verkehlt. Du Schwanzlutscher. Hab ich meinen Spruch gebracht? Dein Papa ist ein Dieb? Ja, ja. Weil er die Sterneklauseln in die Augen gelegt? Ja. Boah, ich bin gut. Und dann hast du gesagt, bist du vor den Himmel gefahren? Oder warum ist deine Fresse so kaputt? Und dann hab ich mir die Machen lassen. Oder warum hängt dein Flugel so? Dein Hähnchenflugel. Ach, das war schön. Das müssen wir unbedingt wiederholen. Ui. Ach, Geist. Wo sind denn die anderen? Die meisten sind schlafen gegangen. Hä? Ja, der Jack ist, glaube ich, Jack ist pennen gegangen. Der, äh, hier, der, der Enkel ist noch hier unterwegs. Der ist aufgestanden. Ansonsten, ja. Mila, der Jack ist schon wieder hier, ne? Der Vogelkopf. Wo ist der? Er war da hinten an der Straßenecke. Ich weiß nicht. Hat der nicht Parkverbot? Oh, ja, der hat meine Mutter beleidigt. Warte, wo habe ich heute gesagt? Äh, deine Mutter. Ich geh dich suchen. Oh, oh. Das hättest du nicht sagen sollen. Jo. Was fällt nun so? Ich weiß es nicht, Bruder. Hallo, Motherfucker. Ich glaube, die sind unterwegs. Ah. Bitte? Mila, jetzt benimm dich. Ja, ich weiß nicht. Boah, das ist wellen. Juni geht nicht am Telepool. Vielleicht telefoniert der, der hat sich schon aufgeregt, weil, keine Ahnung, so viele Anrufe bestimmt. Mila, du gehst jetzt da rüber und schließt Freundschaften. Hab das Sinn schon, meine Freunde. Ach ja, geh hin und umarmen die. Und sag, hey Mädels, ihr geht's. Hey Mädels, was geht's? Lass mich mal dücken. Ich find das geil, wenn ihre dicken Bäuche einander gehen. Bruder, das ist deine Traumfrau, oder? Wer denn? Mila. Nö. Aber ich hab den Heiratsantrag gemacht. Ich weiß, ich weiß, ich hab's gehört. Nein, gerade eben. Oh, dankeschön, danke. Du wirst nur mein Toad sein, ne? Was? Ja, Bruder? Aber nicht mit die Ringe weglaufen, ne? Ja, Bruder, das ist teuer, dann nehm ich mit. Das war voll geil, wie eure Bäuche gegen deine Klatsche sind. Ja, ich fand's auch geil. Unsere Büste haben sich ganz unsexuell verhört. Warte mal, was? Das war toll. Waffe ich mitmachen? Komm, noch mal her. Ja, jetzt geb ich dir eine. Und wenn du wieder bei Globus, dann gibt's nie wieder eine. Okay. Jetzt ist sie mir quit. Das sieht schon aus, die feinen Kuchen. Hi, wie heißt du eigentlich? Ich bin Mila. Ich bin Niki, hi. Hi. Hallo, Niki. Memo war mal Keltenraucher. Ja. Boah, ich hab jetzt heute nicht verstanden, wilde Memo, das macht mir so eine schlimme, ne? Dass sie so haarig klingt. Magic. Mach mal, Memo. Hey, so keine Magic. Magic. Wo ist Bargermeister? Ja, ich glaub, die sind unterwegs, Bruder. Nachtschicht. Ähm. Ich glaub, der Gyshi ist auch unterwegs, mit dem Haze, glaub ich. Boah, ich hab jetzt fünf Minuten gebraucht, um den Arm einzutippen. Das ist ein guter Durchschnitt. Gehen wir um. Ja, Kürtus. Ist das halt die Nachtschicht? Äh, nee, wir fahren grad ein bisschen durch die Gegend. Okay. Wir waren gerade beim Rockerclub oben in Norden, wo wir gestern eine Nachtschicht hatten. Habt ihr Ärger mit denen? Äh, ja, was heißt Ärger mit denen? Aber wir haben denen einen kleinen Besuch abgestattet. Wer ist das? Und die stehen da jetzt alle ganz bereit mit Shotguns und so auf ihrem Hof. Okay. Der Keks hat sich einmal im Leben umgezogen. Okay, dann muss ich später. Nee, ich nicht. Tschau es. Jut, jut. Warum hat er kein T-Shirt da? Wer ist das? Weil er gerne nackt rumläuft. Wer sind das? Ach ja, okay, ich weiß schon wieder, wer es ist. Hallo? Wer bist du? Was geht? Isaac. Isaac Newton? Was ist das? Was geht? Isaac Newton hat die Badewahn empfunden, ne? Ich muss mal. Ich spasse mal kack, Nila. Vergesst nicht zu spülen, nicht dass das Rohr wieder verstopft. Und wasch die Hände. Was ist denn los? Nix, Bruder, bei dir? Was ist los? Ja, ich hab gerade irgendwie angerufen, wenn irgendwas passiert. Hä? Ich hab nur gesagt, ist es gerade was los? Ja, so jetzt. Ach, so jetzt. Und ich hab dich angerufen vor fünf oder sechs, sieben Stunden. Ja, ich hole dir auf die Uhr. Aha. Du machst'n nun Schlafursalen. Einfach so? Man sieht zeitlich dein Schwein. Ich komm' gerade zum Schlafen. Ja, was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Ja, ich hab' den vertrieben, hab' den weggejagt. Mach' den keine Gefangsschlag, ne? Der hat Parkverbot. Kommt er nochmal wieder schlecht hinab, hab' ich den gesagt. Wow. Was machst du, Abo? Warum bist du nicht mit den Jungs? Mit welchen? Ja, mit Balu meistens und so. Ja, ich weiß nicht. Die sind einfach abgehauen. Keine Ahnung. Wow. Lass'n die Schampf am Stich. Ja. Soll ich Ärger machen? Nö. Ach, guck an. Was hat der selbst mit Jivke gemacht? Es ist schon wieder der Jax. Ja, beruhigen sie sich. War der gerade im Auto? Beruhigen sie sich. Ja, ein LRG. Ja, der will nicht akzeptieren, dass der hier nicht hin soll, ne? Nee, es geht ja nicht, dass er hier nicht. Der will den Jubeler haben. Der will den Jubeler da haben. Es geht ja nicht, dass er hier nicht stehen darf. Ach, der gestern habe ich dir den zugeparkt. Ja. Gib doch sein Auto. Nein, pass auf. Es geht nicht darum, dass er hier nicht stehen darf, sondern er hat Jivke so sauer gemacht, dass ich Jivke ihn selbst abkleinen will. Und du weißt, Jivke, Ruhe in Person. Ja, Ruhe in Person. Ey, der ist wieder rumgerannt, dahinter in der Ecke. Wer? Der Jax. Der hat aber seine Autos zugeparkt. Ja, genau deswegen, Bruder. Der soll sich heute überhaupt verpüssen. Ja, wir haben dir gesagt, der kann das um 12 Uhr gerne abholen. Aber der kommt immer wieder. Immer wieder. Wenn der, wenn der Jivke das... Der ruft doch einfach einen, Memo, hol deinen Abschlepper von 1, 6, 7. Soll ich? Ja, und dann fahr dem, ja. Nee, mach nicht. Wenn der Jivke sieht, dass er heute weg ist, der hat gesagt, morgen hat er auch verboten. Also heute auf jeden Eierkommorgen auch. Der versteht es gar nicht. Wo sind sie denn, der Herr? Kurz in der E-Szeit. Ich hab kurz noch nachgefragt. Was denn? Der war nicht so. Äh. Bis heute hat jemand Scheiße gebaut und das ging wieder in unsere Richtung. Ja, ist doch klar. Kommen Sie zum Park? Ja, ja, kann ich machen. Bis gleich. Bis gleich. Warum ziehst du auf mich? Ich halte gegen. Warum ziehst du auf mich? Die machen das schon. Okay. Memo. Memo, weil du da jährst, du hast noch in deinem Jogginghose ein Klopapier runterhängen. Schau mal. Wie bitte? Du hast deine Jogginghose in dein Klopapier runterhängen. Das siebenladige. Wie kannst du kurz wegmachen? Ich packe das nicht an. Bitte. Ich tue das bei Jackson Noto. Warum war der Blut dran? Da war kein Boot dran. Wer ist denn der Typ mal der Jamaika, Kippie? Äh, weiß ich nicht. Ein guter Boxer auf jeden Fall. Was willst du dich prügeln, Alter? Hä? Nein. Der hat gestern Giffi umgehauen. Giffi, ich so klein, den darf man nicht schlagen. Wer bist du? Wie bist du denn? Hallo. Ich bin ne Old Gideadis. Achso, ich dachte du bist du fest. Und du bist ein No-Mitges. Warte, geht ab. Wadda. Wut du back, Homie? Alles Gute zum, äh, zum Ehering. Wir haben nicht geheiratet. Wie? Aber wir haben gerade verliebt verlobt gemacht. Fahrradt. Ich habe dir presst, ich habe mich auf die Straße gelegt. Ich wollte doch heute Zwillinge kommen. Was? Zwillinge. Lern unsere Sprache. Ist so, Aslak. Ich grüße sie. Juni, komm da jetzt. Echt? Mhm. Der ist in den E-Salt. Zeit? Was macht der da? In der E-S-Zeit. Irgendwas geklärt. So schön. Wo ist meine Vater los? Oh, Hase. Grüße. Grüße. Grüße, Finks. Was läuft, was läuft. Hase-Memo hat sich ne 4K-Kamera gekauft. Jetzt kann es so viel bessere Videos bringen. Jawohl, keiner. Da kann man sogar ranzoomen. Ja. Ich glaube, ich werde auch mitbringen. Sieht schick aus. Ja. Ich habe die Jax seine Karre eingeparkt. Der war gerade schon wilder Hirn, ne? Der macht aber Faxen. Der meinte, der Hase kriegt ein Brettchen, wenn er ihn sieht. Wo ist der Lutscher? Der fährt die ganze Zeit rum. Wo? Geil. Der meinte, du bist voll der Lutscher-Hase, ne? Da muss ich mich umziehen. Ich habe mich vorbereitet zum Prototag morgen im Kindergarten. Wo Haseln auf Mutter gehören? Ich stehe schon jetzt auch ohne reden. Wo ist er? Ey, diese Karre hier können wir abschleppen lassen, ne? Die gehört auch nicht den Yadis. Hm? Diese Schmutzkarre da vorne, die auf unserem Rasen steht. Ja, Yadis, die gehören dir auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade nachgefragt. Was für eine Karre? Hier vorne. Hier vorne liegt es von uns. Der hat uns, der Rolex. Der die Luft hier verpestet. Wer ist da? Oh Gott. Wimgern die Scheiße. Wo ist Memo? Ich muss meine Hand schon, sonst kann ich mich schießen. Memo, schlipp das Ding mal ab. Was macht der denn? Lack Memo! Schlepp mein Auto ab hier. Ich bin schon weiter, Amon. Schlepp mal die Karre ab. Ich habe die Nummer von denen nicht. Ja, aber du arbeitest, Soldat. Noch nicht. Memo, tun Sie mich einen Gefallen. Fahren Sie einmal mit mir 1000 Dollar holen und ich muss einmal mein Moped. Nein, kein Bock. Ich hasse dich. Was? Ich hasse dich wie Pest, Memo. Arschloch. Ey, du bist wie der Gyfi, Alter. Ohne Scheiß. Wie geht's? Ach, Tach, Runkel. Tach, 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 Tach. Hast du schon Meldung bekommen, was passiert ist? Nein. Die ganzen Kuppers hier und so? Achso, du hattest mir schon erzählt, ja. Der hat auf mich geschossen. Soll ich mir zeigen? Ja. 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 Die Medizinerin wurde abgestochen, die mit uns gut steht. Die Jazz? Nein. Xavina. Ja. 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 Jut, der fühlt sich jetzt beleidigt. Meiner oder Latte? Mit mir oder Latte? Ja. Kennst du das? Wie geht's? Ja. Ja, aber ging nix. Ehe. 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 Sagt jeder. Ah, du sagst ging nichts. Ehe. 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 Ging sehr viel, aber das ist schon wieder aus meinem Kopf raus. Warte mal, der Löwen ruft an, Gott sei Dank. Hallo? Ach, jüt, 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 jüt. Was macht denn der da hinten? Ja, ich hatte gestern ein paar Balls wieder zurück zu hoch, oder? Würde das jetzt auch noch gehen, oder? Oder ist das zu spät? Ruhe, Schatt, ich bin immer lieb, ja. Ja, mit dem Memo, der wollte doch da arbeiten, da bei euch, dann in der Werkstatt. Fake News hier. Okay. Verschwörung. Memo, die nehmen dich nicht. Oh, das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Oder als Putze, glaube ich nur. Ja, das wäre auf jeden Fall cool, Leute. Du kannst gar keinen Jupp, Tyrese. Ich bin Professor Stützenempfänger. Nachdem wir einmal mit der BOM da Stress hatten, sind die nicht mehr aufgetaucht, sonst sind die ausgezogen. Dann haben wir den einen Typen von denen gesagt, die sind jetzt runter von der Pilzrunde. Ja, das weiß ich nur. Ja, und dann waren die die ganze Zeit nicht da. Bis vor drei Tagen oder so, da sind die irgendwie rumgefahren. Aber die wohnen auf jeden Fall nicht mehr da. Weil das ist ja unsere Forderung. Da haben wir mit denen gesprochen, dann meint Johnny zu denen, warum wohnt ihr nicht mehr da? Meint der, ja, das war doch eure Forderung. Ja, das haben wir noch nie gesagt. Ne, haben wir auch nicht. Die wohnen jetzt oben beim 24-7, der sechste. Hat Johnny auch gesagt, das war niemals unsere Forderung. Wir sollen von der Route verschwinden, das war es. Da meint der so, ja, ja, jetzt ist eh gering. Warte mal, die wohnen in Paleto? Nein. 24-7, sechs von neun oder was das da ist. Ach so. Oben in der Northside. Die wohnen da in diesem Hotel, kennst du das? Mit so einem großen Parkplatz. Ach so. Hinter der Bank. Ja, ja. Ja, genau da wohnen die. Fahr doch selber. Ich brauch nen Fahrer dafür. Ich muss 1000 Dollar holen und mein Moped abholen. Boah, komm, steig ein du Wichser. Ach, dankeschön. Was ist denn? Was passiert denn hier? Wohin? Wir fahren für Fahrsteller. Bruder, ich bin immer müde. Hat auch hinrennen können, der Wichser. Hast du mir mal einen Job geklärt? Ja, der meldet sich sobald da jemand von der Führungsperson da ist von dem Laden. Ok, BOM war weg und jetzt wohnen die oben? Ja. Ja, ja. Bei diesem komischen Hotel da. Dann haben die sich verplappert bei unserem Gespräch. Ja, ja. Ich hatte mich mit einem von denen getroffen. Mit diesem Snoop da, das ist der ÖG von denen. Dann sag ich so zu dem, ne, weil die Mexis hatten ja zu uns gesagt, so von wegen, ey, wenn wir die da oben auf der Route sehen, ne, wir knallen die sofort da runter und so'n Scheiß. Die haben bei uns nichts mehr zu suchen. Wir haben selber einen Hass auf die und so'n Scheiß. Und dann habe ich mit dem gesprochen und dann sag ich so, und? Wie läuft das mit dem Mexis? Alles in Ordnung bei denen? Und bei euch? Ja, ja, klar. Alles gut. Hä? Was, was, was? Dann sag ich so, ah, ja, 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 gut, okay. Ja, aber ich habe gehört, dass die euch von der Route runterknallen wollten und so'n Scheiß, ne? Und dass die noch eine Rechnung mit euch offen haben und so'n Kack. Dass der, äh, 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 ich sag, wann hast du das letzte Mal mit dem reden? Äh, 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 ja, vor zwei Wochen. Aber es ist alles gut. Warte mal, die Mexis haben jetzt Stress mit der BOM? Nein, das ist, das ist ne Lüge, glauben wir. Der hat uns erzählt, damit wir glauben, Alter. Der sagt, es ist alles gut und dann fragen wir, wann er das... Ja, aber was haben wir denn davon, wenn, wenn wir wissen, oder wenn die Stress haben? Hä? Hä? Hey, okay, 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 nochmal, ich erklär's dir, okay? Also, die Route, die Pilzroute gehörte BOM, Mexis und United. Ja, aber was, darf ich nicht müde sein? So, pass auf, das haben den gehört. So, und wir haben die, wir haben die ja da runter ge, äh, gejagt, sag ich mal. Der BOM. Mhm. Und die Mexis haben, damit ich, weil ich wusste ja, dass die bei den Mexis auch übernachtet haben, weil da Autos auch, ja, von denen davor standen, hab ich die Mexis gefragt. Ey, die haben da nix drauf zu suchen. Und verarscht mich hier nicht, ne? Ich weiß, ihr seid gut miteinander. Tach. Da meinte der zu mir, nein, wir haben nix mehr mit denen zu tun, das sind voll die Assis so und so, und wenn die da gesehen werden, werden die drauf weggeschossen. Ja, und meine Frage war nur, was haben die davon, wenn die uns anlügen, dass die Stress haben? Weil wir dann denken, dass die Mexis cool mit uns sind. In Wahrheit wollen die sich aber wieder die Route zurückholen mit den Mexis zusammen. Okay, aber neue Info, die ja, die gehen jetzt auch auf die Pilzroute. Ja. Sonst machen das nicht unser Problem. Ja, neue Infos, die Devils warten auf uns an ihrem Chapter mit den Mexis. Ja, sollen die mal warten, Alter. Wer wartet auf uns? Sollen die da ihre Zeit verschwinden? Ja, Devils mit den Mexis. Und die Mexis verstecken sich hinter der Sanddüne, direkt da gegenüber. Und warten, bis da jemand aussteigt und die wegwichsen will. Hä? Das sind solche Idioten. Warte mal, die warten? Die wollen, dass wir da hinkommen? Nein, das wissen wir nicht. Aber wir haben die halt gestern, die haben gestern auf uns, wir haben die hochgenommen. Dann hat einer von uns, von denen auf uns geschossen. Dann haben wir die ungeknallt. Und ja, jetzt denken wir, dass die auf uns warten. Nein, jetzt denken die halt, dass es heute nochmal passiert. Und deswegen stehen die wahrscheinlich schon da mit Unterstützung. Gleich die Verstärkung von der Mexikaner. Ja. Und die haben dann ihr Auto hinter der Sanddüne geparkt und sich einfach alle dahin gestellt. Und das habt ihr grad gesehen, oder was? Ja, ja. Wir sind hingefahren und haben gefragt, was los ist. Der eine meint schon, Ziel leider. Der zarten Lams, der war ein bisschen gereiht. Verpisst euch hier. Was wollt ihr hier? Die Straße ist zum Fahren da, also fahr weiter. Ich so, das ist aber nicht frech, Junge. Und er gleich kommt auf meine Seite. Sonst was. Sonst was. Dann wollte ich mal nicht das Mäutchen so weit aufreisen. Hast du gut gemacht, Junge. Er hat ja immer noch die Shotgun. Ich hab dann gesagt, bis später. Wo ist denn der hässliche Rhys? Der wollte vorbeikommen. Und der Frank Gau. Wo sind die ganzen Nadis? Knast. Knast. Wir befinden mit Rilde mit dem so. Und der so richtig beleidigt und sagt. Ja, ja. Mit euch kann man nicht reden und geht weg. Nur weil die sich beschwert haben, dass die Cops auf uns schießen einfach. Da ist er doch. Da devils. Da ist er doch. Wir scouten hier. Der spottet. Gibt einen kleinen Counterspot. Hey, wem seine Karre ist das? Die nervt. Lass sie einfach abschleppen. Lass sie abschleppen. Die tut ihm befehls, als hätten die Klappstühle dabei. Deshalb sitzen die immer so. Hat der jetzt auch versucht da rein zu gehen? Das Ding ist zu. Was machst du? Knicks hat telefoniert. Mit wem? Die reden schon rum, dass wir verlobt sind. Wer? Ich hab gesagt, ich schneid denen die Zunge raus. Okay. Wann wir das machen? Bist du verrückt? Okay. Geil. Na klar machen wir das. Geil. Wollen noch auf ihre 200 Mann kommen. Ja, und dann auch oben aufm Dach. Die haben sich oben aufs Dach aber hingelegt, sodass man die nicht sieht, aber man hat Knie noch gesehen. Knie vor allem, weil die sich hinlegen, ne? Knie. Ja, die hatten so Knie oben. Oh, geil, Knie. So. Ach so. Ja. Kann auch Antenne noch gewesen sein. Und der Pips ist nicht so groß. Der arme Tyree sagt er. Ja, und dann hat er gesagt, ja, wir reagieren allergisch auf Jugular. Da mein ich, ja, ich kann doch gleich mit Zentrone nochmal kommen. Oh, Koch-Toi. Ja, wolltest du nicht vorbeikommen? Ja, ja, ich komm auch gleich. Weil der Juni ist auch da jetzt. Dinger, hier vorn, 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 vorn. Wow, was sind das für die Reden bei dir? Ich fang die Bullen runter? Ich fang krank aus. Nein, nein, ich bin froh. Weißt du, was das Traurige ist? Ich hab kurz vorher einen richtig lauten Knall gehört und dann die Sirenen. Naja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, Digga, wir haben gleich eine gute Info. Ja, wir sind im Park. Ja, wir kommen gleich. Wir müssen kurz noch ein Security wegwachsen und dann kommen wir. Okay. Bis gleich. Der lebt richtig in einem Actionfilm, Junge. Was ist denn da los bei denen? Die sind im Krankenhaus. Frank sagt so, boah, wir müssten nur ein Security wegwachsen, dann kommen wir. Junge, die sind seit drei Stunden da drin. Der hat richtigen Actionfilme im Kopf. 어를 ja auf. Ja. Nix für, nix für, bei dich. Ja, ja. Warte, nicht. Schlaf gut, Luki. Acht! Hat Mila dir die Haare geschnitten? Mit Bastelschere? Nein, da war schon immer ne Riem von mir. Jetzt fehlt dir nur noch ne Ratte auf die Schulter. Den ich Money nennen. Mit kleinen Goldzahnen. Kleine Ratte mit kleinen Goldzahnen. Jaja, mit ein Stückchen Käse fütter ich immer. Aus dem Baucheln am Beruf. Also der Frank wird gleich kommen. Oder ich nenne die Ratte Norbert. Norbi. Norbert Zajak. Norbert Zajak. Grüße übrigens. Er soll mit dem E-Scooter vorbei ballern. Jaja. Boah, die krank regt mich auf. Memo schlepp die mal ab. Ne Memo das funktioniert so nicht. Dafür muss die Polizei kommen. Ja ich ruf die an. Ja dann ruf mal an. Mach mal. Ja. Aber wenn der Fisch da dran geht, dann legt er sofort auf, weil er kann nicht mit euch reden. Einen wunderschönen guten Abend junger Mann. Und zwar. Ich hab ja ein Auto stehen. Kennzeichen Rolex. Das muss abgeschleppt werden. Der steht genau mitten in meinem Park. Park. Park E ist eine 3. Am Junkie Park steht der. Und sagt der Motor läuft. Der Motor läuft. Der Motor läuft und er ist abgeschlossen. Ich hab schon ein paar Kollegen angerufen. Ich weiß nicht wem der gehört. Der gehört niemandem. Da bist du denn? Ich probier. Ja. Was? Der muss hier weg. Der steht mitten im Park. Und der Motor ist an. Das sind Abgase. Ecklich. Bitte. Das wär super Lied. Grüße. Schlafen sie schön nachher. Hä? Er versucht's. Der wilde. Hä? Er hat gesagt ich versuch da immer. Ich soll nicht versuchen. Das ist Abgase und hier das stinkt. Der steht mitten im Park. Ich rufe gleich nochmal falls keiner kommt. Ich werde hier machen aber die Nummer blockieren. Peter hast du. Wer sitzt hier Junge? What is mit dir? It is or it is. It is what it is. It is what it is. It is what it is. Der Johnny steht neben dir. Alter. Ja. Sheesh. Sheesh man. Crazy. Hey Junge pass auf. Da haben wir uns gestern hier geprügelt und der Dungeon lag hier am Boden ne? Hm. Und dann hörst du nur die ganze Zeit am Boden wie der so zuguckt beim Boxen und dann hörst man man so. Sheesh. Oh crazy man die hat gesessen alter. Hey Junge alter. Hey Junge alter. Guck mal wieder so. Sheesh. Heesh. 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 Weim gehalt in der Hotel allergy? Dorty. 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 Wer hat ein Shorty? Mein Brüderchen. Klingt wie ein Flachwechser. Ist auch einer. Ist nur ein Halbbruder deswegen. Achso. Ist der klein oder was? Jaja. Halbbruder deswegen nur die Hälfte der Größte. Und wo ist der? Weiß ich nicht. Hat jemand Schlüsselpult ne Karre? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja ich hab. Du vielleicht. Lass mich mal fallen. Uff. Was uff. Kann ich mit? Ja jetzt muss ich wieder sch... Sorry sorry. Ich kann nichts machen hier. Was ist... Wer ist denn da? Was? Fährst du mich an? Ich bin auch ne Orcai. Ja. Einmal ne Dosenbier holen. Zieh die Kutte aus du Wichser. Ich komme jetzt Dosenbier an. Du kommst mit. Du holst voller Borde. Ist der von der? Na vorne. Ja. Das ist genau deren Kutte. Das hat die bestimmt wieder im Kleidungsladen gekauft. Mh. Mit einem Patch. Gib mal Schlüssel. Boah. Ich muss erst mal suchen. Was darfst du überhaupt für Flipflop sagen? Ja ich war grad am Strand. Achso warte. Du kriegst erstmal noch den hier. Ich bin ein Orcai. Mh. Boah. Boah. Der Wichser... Boah. Der Schlüssel... Das ist ein kleiner Wichser-Schlüssel ne? Das ist ein ganz kleiner. Ja ja. Ja ja. Ich hab wohl in Goldsaal. Boah. Ich... Hallo? Da hier. Danke. Ich... Aber fahr den bitte nicht in Teich rein. Ich kann den anrufen. Mh. Da kommst du mit? Wohin? Zeig dir da. Warte nicht im Teich. Da liegt schon einer. Boah. Hi. Du sollst zum Stadtpark. Da will... Da ist irgend so ein Typ der sagt der stärker als du. Wer? Ähm. Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Aber der fragt auch die ganze Zeit nach deiner Nummer. Wer heißt denn da? Okay. Äh. Ne. Ach du bist im Telefon. Ja genau. Ich wollte schon sagen jeder stärkert sich. Gar nicht. Letztens warst du echt gut dabei. Stimmt weil ich die Hades verkloppt hab oder? Ja. Aber vielleicht sind die auch echt schwach. Was ist hier denn los? Lass mich mal von Coco zum Hotel bringen, ne? Ja hier ist die Coco. Okay. Also Bewerbung kann ich dann bei euch einreichen, ne? Ja. Kann man euch helfen? Ja. Ja. Halt die Klappe will dir sonst kriegst du einen gepfiffert. Oh. Hehehehe. Was geht? Was geht bei dir? Habt ihr alle einen Schinken gut gegessen? So ein Security Medic Typ nervt. Warum? Soll mal die Boxen? Er spielt Hilfsbolle. Ja wir warten grad auf ihn, dass er rauskommt. Wo ist denn der Pfank? Der steht da. Der steht da. Mit der weißen Mütze. Dank. Du hast du das? Digga der Security hat uns gesnitscht und ich will jetzt jede Minute die hier steht 1000 Dollar von ihm erst bei 27.000. Warte und wo? Digga da müssen wir gleich unbedingt drüber reden. Wir können da was machen. Soll ich einen reinstecken der den absteckt? Hast du? Klar. Tyrese macht er. Ne das machen unsere Leute selber schon. Die wollen auch. Die sollen selber stechen. Warte mal kenne ich dich nicht. Das ist Göttelis. Digga du hörst du überall in den Kinos und im Fernseher Digga. Auf allen Sendern? Weiß ich nicht. Du bist voll die große Nummer auf einmal geworden. To face. So heftig alter. Warte ich glaube er kommt. Ich glaube er kommt. Okay wir können uns zurückstellen. Nur wegen die können wir ihn jetzt nicht ficken. Wir wollten ihn gerade ficken gehen. Da ficken ihn doch. Oh wieder reden 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 reden. Ja. Ähm. Wir sind gerade unterwegs. Aber du musst vorne steht der an der Straße irgendwo. An der Straße bei den anderen steht der irgendwo. Komm wir stellen uns aber dazu. Weiß ich nicht dazu. Der Frank schreit bestimmt wieder. Wir sind super korrekte Jungs gewesen. Okay. Warte ich muss dazu hören. SC1 war der korrekteste von einem der durchgehend mit uns kommuniziert hat und der SC3 war still und gut. Ja. Wie gesagt. Da fange ich einfach an. Äh. Da tut mir leid wie das gelaufen ist. Das ist scheiße gelaufen. Tut mir wirklich leid. Ähm. Ich hab auch das Geld dabei. Das ist jetzt keine Frage. Ähm. Ja. Wie gesagt. Tut mir leid. Das soll so nicht wieder vorkommen. Möchten hier. Ja. So weit natürlich nicht nochmal haben. Bist du auch richtig? Kommt auch. Von. Also. Kommt von meiner Seite. Ich denke genauso von den Kollegen. Die sehen das auch so. Ähm. Äh. Du willst denen jetzt Geld geben? Den Strafenperlern? Ja gleich. Bist du der Nächste der mir Geld gibt wenn du so weitermachst? Ganz bestimmt nicht. Ja. Okay. Milla. Ich war nur ich. Oder ich respektier dich. Dankeschön Milla. Darf du mich beschützt. Ich hab deinen Konten. Oh. Ist mein Rap. Ey ich muss den. Milla. Ah. Oha. Oha. Warte. 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 Rechnen wir jetzt die Wartezeit auch mit drauf? Oder belassen wir es bei den 5000 wegen der Ding? Nein. Alles klar. 5000. Ja. Passt. Ja. Mal eine Sekunde. Warte. 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 Guck mal. Ich häng nur kurz mit dir rum. Und auf einmal bin ich direkt Fame. Dankeschön. Gut. Ja dann würd ich mal meinen Bruder Frank dafür bedanken. Ja alles gut. 5000 Cash in meinen Cash. Dass er dich mitschleppt. Guck. 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 Kleiner Baster. Warum bist du immer versöhnlich? Ja du fängst doch an mich zu verarschen. Das tut mir weh irgendwann. Ich denk irgendwann wirklich. Du magst mich nicht. Ich mag dich doch. Ja. Du bist scheinbar kein Bibi. Das hat bisschen weh. Nein. Können wir uns einmal in den Namen nehmen. Der zahlt euch jetzt Geld. Warum? Weil. Guck mal. Er ist Sicherheitsmann ne. Ja. Und. Ein Kollege hatte eine 50er dabei. Anstatt dass er sagt er soll die wegbringen. Ruft er die Bullen. Und alle anderen von ihm sagen er bring die weg. Und komm dann. Und er ruft auch auf Eklistibo und sagt ich will die Waffe nicht nehmen. Frank Reiter. Ja. Frank schreibt gleich wieder. Oh Gott. Was denn der? Der steht doch da. Wo? Nebenfragen. Der Maler mit nem Maler Outfit. Der mit dem Twilight-Dattoo? Wo? An der Schulter? Ja. Ja sowas wirst du von uns nicht herlegen. Nee. Safe. Genau. Ich bin laut zu hören. Dankeschön. Schönen Abend da. Warte. Ich hab mal eine Frage so. Nein. Seid ihr. Sind. Also sind die nur deswegen hier am arbeiten? Oder sind das eigentlich RTW-Fahrtrasse? Das ist genau. Jack. Komm mal mit. Mila komm mit. Da lass mich verleihen ne? Komm mal. Achso. Du bist nicht Jack. Ich bin Sex. Jack Curtis, Curtis Jack. Ist das? Ist das nicht dieser Total Rapper, der meint, der kann's bitten? Was? Du bist doch dieser Hamper, ne? Ja. Ne, ist er nicht. Das ist nicht Brian, ne? Zeig mal die Musik, die du kannst. Nein, nein, nein. Kein Kopf. Achso, okay. Piss dich. Jetzt hab ich dem Schwanz vertraut, das hat nicht Copyright Freeze, Alter. Der hat mein Ukulele. Der spielt das selber. Der spielt das selber. Der tut mein Ohr weh. Der spielt das selber. Oh, der tut dein Ohr nicht weh. Der, du siehst du, der spielt das mit seinem Ukulele. Der hat keine Gitarre in der Hand. Der spielt nicht selber. Ja. Ich warte im Auto. Kulak. Kulak. Nein, ich vertraue dem Lutscher nicht. Was? Ich hör das Programm. Sagt, was mein Hub kaputt geht, nicht seiner. Der ist eh schon kaputt von dem, Herr Scheißdorf, komm jetzt. Ich warte im Auto. Ich mach so lange Hubgeräusche. Nein, ernsthaft. Hört ihr das mal? Nö, ich will das nicht. Mela soll hören. Wir kennen uns. Ich will mir seine Schwanz-Lutscher-Mukke nicht hören. Der kann dir nicht rappen. Der will gar nicht rappen, der singt und spielt Ukulele. Genau wie die bei Cody's damals. Der hat halt auch getan im Spiel mit Füßen. Nein, 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 nein. Der spielt, der sagt ihm, was du willst und der spielst dir so, weißt du? Der macht das mit Frank auch zusammen. Frank rappt auf seinen Ukulele-Scheiß und so. Frank kann nicht rappen. Der kann nur schreien. Komm, jetzt wird das dann. Komm, jetzt wird das dann. Warum ist die Sitzheizung so hoch eingestellt? Hey, wir müssen weg. Nein, ich bin hier richtig. Hey, nicht ins Ohr. Die Schwanz-Lutscher wollen, dass ich mich in jemanden verliebe, der singen kann. Auf den. Auf den? Ich bin verloren. Hey, der kommt. Jack und Johnny, ja? Ähm, nur Johnny. Ja, komm mal kurz zu uns. Zum Teil. Ey, das war echt schön. Wie viele ihr wollt, aber wir wollen nicht mit allen reden. Also wir wollen euch das. Eigentlich nur dich und Johnny versprechen. Nein, ich höre mal deine Schwanz-Lutscher-Mucke nicht an die Scheiße. Der kann echt gut singen. Ich kann auch gut singen, wenn ich in meinen MP3-Player rein spreche. Boah, das Auto ist gut, ne? Ich glaube, ich behalte das. Aber das gehört doch den anderen. Und? Das soll so einem Shorty gehen, kenn ich nicht. Ich auch nicht. Oh, Mama. Was hat er gesagt, wir sollen da hinkommen? Was? Was hat Frank gesagt, wir sollen da hinkommen? Weiß ich nicht. Hat der nicht zugehört? Ich auch nicht. Was haben sie für ein Problem? Finden sie den Rückwärtsgang nicht oder was? Ja, hallo. Wo sollten wir nochmal hinkommen? Zu uns, Bruder. Ich weiß es nicht. Im Hotel? Ja. Okay. Was? Das ist meine Kuschel. Guck mal, hier steht Kuschelrocken drauf. Siehst du das nicht? Eine Klappe. Wo ist Juni? Ja. Ja. Äh. Das hatte ich nicht. Doch. Ey, da war echt einer, der das gesagt hat. Ich war im Stadtpark und hab jeden angeschrien und gesagt, wer sagt, dass er stärker ist, jetzt mich. Achso, der eine Typ hat gemeint, du bist voll die Lusche und der will deine Nummer, der will sich mit dir pogeln. Dann sagt, er soll zum Junkie-Pod kommen. Okay. Okay. Kannst du Juni anrufen haben, oder? Ist besetzt. Boah, diese fecke, feckige Fettschwein, ne? Oh! Was denn? Hast du das gerade wirklich gesagt? Mhm. Oh oh, nein, nein, wort. Darf man das nicht sagen? Nein, das ist beleidigend. Was denn der da? Meinten die nicht, der ist bei der Tanker? Ja, guck dir den an, den Quäcke. Guck, wie der Angst hat. Lauf, Forrest, lauf! Du musst laufen, Forrest, lauf! Hallo! Was machst du hier? Hallo! Hallo! Was geht? Wo willst du Helen? Äh, ich bin gerade angereist und ich will mir mein erstes Auto kaufen, aber ich war gerade im Laden, die wollten für ein Rusty Rebel 90.000 Euro. Boah! So viel habe ich obviously nicht und das ist ja auch safe nicht wert. Und jetzt bin ich zum nächsten. Das ist echt ne Fächheit. Ja, Kuschel am Apparat? Ey, Curtis! Ach du, ich habe gedacht, du bist ein Anwalt. Nein! Ich habe dich unter Avokalt Anwaltsliebling eingespeichert. Weißt du, was mir vorhin aufgefallen ist? Was denn? Du hast ja jetzt eine Woche Durchfall, ja? Ja. Hast du Körbsen gefüttert? Oh, Mila, hast du Körbsen gefüttert im Keller? Äh, äh. Nein, wir haben vergessen. Deshalb stinkt das so. Oh mein Gott! Filter den mal schnell! Ich habe keinen Schlüssel zum Keller! Der muss auch seine Windeln wechseln. Und du musst seine Windeln wechseln. Der Schlüssel zum Keller liegt unter Dings da. Ah, die Windeln wechsle ich doch nicht von denen! Doch, du musst das machen, das ist dein Sohn! Also, du willst dir ein Auto kaufen? Mhm. Okay. Wie gesagt, ich bin gerade angereist. Ich dachte, das wäre keine schlechte Idee. Wo kommst du her? Ich komme aus Deutschland, aber meine Familie ist ein bisschen stupid deswegen. Und wo aus Deutschland? Wo Deutschland ist? Nein, kommst du, wie heißt das nun, Wuppertal? Aus Wuppertal? Nee. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo Wuppertal ist. Also, ich komme so Mitte. Mitte? Ja, Mitte ist vielleicht übertrieben, aus Bielefeld komme ich. Sagt euch das was? Wahrscheinlich nicht, oder? Bielefeld gibt's nicht. Kennt ihr so die Staaten in Deutschland? Nee. Ja, die Vereinigten Staaten von Berlin kenn ich. Berlin, Berlin. Du bist so wundervoll, Berlin. Mögt ihr Deutschland? Küssen kann man nicht alleine. Dann brucht man einen an den Mund. Mögt ihr Deutschland? Ich war noch nie da. Ich bin froh, dass ich da weg bin, Mann. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich hatte das alles da ein bisschen abgefuckt, so. Und ja, ich habe eher Bock, so ein bisschen Selbstständigkeit zu verdienen. Und da hat man extrem viele Steuern gezahlt. Wie sind die Steuern überhaupt hier? Ich habe das noch gar nicht herausgefunden. Wir haben letztens dafür demonstriert. Gestern. Echt? Und? Ich glaube neun Prozent. Neun Prozent? Ja, das ist chillig. Also, genau sowas habe ich mir ehrlich gesagt erhofft. Und wofür habt ihr demonstriert? Weiß nicht. Hab nicht zugehört. Hab von Kiez gemacht. Ah, krass. Ja, von denen musst du dich fernhalten, wenn du die hörst. Den Namen Kiez. Ja, einfach auf durchzufangen. Das ist so ne Seniorengruppe. Okay. Die wollen golfen mit dir. Ja. Richtig langweilig. Und die machen Fotos, wenn du nicht mögst. Ja, und Bingoabende machen die auch. Und die betrügen da. Ja. Bei Bingoabenden? Ja. Das ist krass. Weil die du da hast. 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 Ja, nix da hast. Hast du kein LOL gesagt? Also nicht mit Kiez zocken. Ja, nicht mit Kiez. Gar nichts mit dem zu nahm. Also ich will. Das sind Gauner, ich sage dir. Okay, ja. Ja, ich hab die zum Glück noch nicht gesehen, aber ihr seid die Ersten, die ich gesehen habe. Also, nach der Einreise. Erste. Ziemlich herjagt, ey. Und ja, jetzt. Na, du musst zum Stadtpark und so. Da sind dann Leute. Ja, wisst ihr, wisst ihr, wo ich so ein günstiges Auto kriege? Am besten so ein... Ja, hier vorne bei Mosley. Hier direkt wo ich bin. Ja, da vorne. Vorne links oder so. Da ist ein Schottikerhändler. Ja, geil. Geil. Weil ich war schon bei zwei Händlern und es war übelst teuer bei beiden. Und ja. Genau. Der verkauft den Rusty Webble, der ist cool. Geil. Ja. Aber manchmal ist da noch Müll hinten drauf. Der kostet 9000 Dollar, glaube ich. Geil. Ja. Ja. Wie ist denn dein Name? Hans Hermann Müller. Hans Hermann Müller. Hans Hermann Müller. Jo. Auf jeden. Klingt afrikanisch. Ja. Ja. Ich weiß tatsächlich schon ein ganz deutscher Name. Also. Deutscher geht es eigentlich nicht. Ach so. Ja. Ja. Es wäre ehrlich gesagt auch ein bisschen peinlich so einen deutschen Namen zu haben. Warum sind die erst peinlich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich verbinde eben nicht mehr viel mit Deutschland. Es gibt viele deutsche Ausländerer in Los Andes. Ja. Ja. Der Kiez zum Beispiel. Der Kiez zum Beispiel. Die kommen aus Hamburg. Digga. Die kommen aus Hamburg. Ah deswegen Kiez. Deshalb stinken die auch so nach Fische Fisch. Krass. Haben die bei Hamburg öfter mal Gruppen die Kiez heißen? Äh. Keine Ahnung. Aber da gibt es auf jeden Fall einen Ort, der so genannt wird. Ach so. Jo. Weißt du was du schon hier machen möchtest? Willst du Drogen kaufen? Äh. Insgesamt auf jeden Fall. Also. Da musst du zum Jungle Park kommen. Wenn ich erstmal eingereist bin so. Und erstmal vernünftig am Start bin. Irgendwie keine Ahnung. In deiner Augen geschminkt? Nen Motel habe. Meine. Ja. Sind deine Augen geschminkt? Ja. Hast du eine Lippliste? Ja. Das war ein bisschen stressig im Flug so. Da war so eine Frau neben mir und die hat mich ein bisschen... Also ich meine, ich erkenne noch ein bisschen Dings. Er hat das in den Augen wieder. Wie heißt der? Meinst du... Rouge? Rouge? Nein, das für die Wangen. Augenschminke. Ja. Meinst du Eyeliner? Genau Eyeliner. Das ist das Schwarze. Das ist umhandelt. Ja. Keine Ahnung. Äh. Deswegen freue ich mich. Wollte ich auch gerade drauf hinaus. Deswegen freue ich mich, wenn ich irgendwie ein Hotel später gefunden habe. Ja. Aber hier in der Gegend musst du aufpassen. Über Ghetto. Ja? Ja. Aber beim Junkiepark da bekommst du Drogen. Beim Junkiepark da bekommst du Drogen. Das würde ich noch gerne wissen. Das ist das Beste bei einer Einreise, wenn ich das schon mal weiß. Ich muss erstmal irgendwie Geld verdienen. Ich habe nämlich gar nichts. Dann hätte ich schon Bock, ein bisschen Drogen zu nehmen. Gerade am Wochenende. Sehr gut. Sehr gut. Dann musst du zum Paar kommen. Der ist dir direkt um der Enkel. Genau. Gegenüber von der Polizei für Wahrstelle. Ah, okay. Kommst du hin und sagst, hi, ich bin der Herrmann, ich bin der Freund von Curtis. Äh. Lack Verwalter, was hältst du an? Von wem? Vielleicht gibt's ein Brett. Was geht? Ist hier der Straßenstrich? Nee. Sonst würdest du Geld verdienen. Ja. Ach, würdest du mich mitnehmen, ha? Nee, ich habe nur zwei Sitze, siehst du? Ja, und im Kofferraum, Mann? Da ist kein Platz. Passt der da nicht mehr rein, ha? Nö. Du sollst arbeiten, Mann. Hallo, Mann. Ja, wollte mir gerade ein Auto kaufen, um das zu machen. Ist das dein Fohlentherr, Mann? Der arbeitet für mich. Was? Wer bist du? Dein Zuhälter. Was laberst du? Ja, wie? Was laber ich? Ja, dann musst du gucken, wo man bleibt, Mann. Mach du das freiwillig? Hm? Die Antworten nicht. Jetzt verstehe ich, ob man geschminkt ist. Haha. Ja, das gibt immer Trinkgeld, weißt du? Kauf dir jetzt ein Auto, Mann. Tschüss. 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 Halt mal deine Bitch unter Kontrolle. Genau. Ja, ich schlag den ein, aber keine Ahnung, Mann. Der ist wild. Der wollte uns ihm sonst was geben. Was? Ja. Jetzt fix den. Ja, aber bezahl den, ne? Ja, was? Wir haben mit einer Prostituierten geredet. Ich dachte, das wäre ein ganz normaler Typ. Wir haben mit einer Prostituierten geredet. Wir haben mit einer Prostituierten geredet. Was zum Teufel? Jetzt verstehe ich doch, warum der geschminkt war. Ich liebe diese Stadt, ne? Hier gibt's immer Abenteuer. Ja. Da triffst du einen Auswanderer aus Deutschland. Wie hieß der Hermann Müller? Hans Hermann Müller oder so. Hans Hermann Müller oder so. Und dann kommt auch immer sein Zuhause. Wild. Er ist der Tag, Mann des Lebens. Fast so gut wie der Tag, als wir am Mount Chilliard waren. Wir waren nicht offen mit einem Chilliard. Waren wir wohl? Jetzt tu nicht so. Wo bist du? Johnny. Ja. Milo und ich fahren gerade so in die Southside, ne? Mhm. Dann sehen wir so einen Typen, der hieß Hans Hermann Müller und war so ein bisschen geschminkt im Gesicht, ne? Ja. Und der erzählt uns, dass der neu in der Stadt ist und sich ein Auto kaufen will und arbeiten gehen will. Und wir sagen ihm so, wo der Drogenhörter kommt. Auf einmal kommt so ein richtiger Ghetto-Boy in so einem Maibach herangefahren und dann war das sein Zuhälter. Was? Das war sein Zuhälter. Der kommt so und sagt, warum bist du nicht arbeiten und so. Wir sollen zum Hotel zum Kiez kommen, ne? Ja, ich weiß nicht. Wir haben gerade die Sopranos hier. Zwei Stück. Warum? Äh, weil die sind hier oder hinkommen und erzählen uns gerade, dass irgend so eine Abigail Morton oder so rum erzählt hat, die auf die Grasroute drauf wollen und das stimmt nicht und das wollen die uns vorher schon gesagt haben. Ja, wir sind ein Older. Ja. Kommt ihr bald oder wollen wir uns nochmal neu verabreden für später? Wir haben hier gerade die Sopranos, die irgendwas wegen der Grasroute, keine Ahnung. Okay, sauerbar. Bruder, ich habe gerade die heftigste Story erlebt, ne? Was denn? Ich fahre mit dem Mille in den Sopranos rum, dann sehen wir so einen Typen mit weißem T-Shirt und so, ne? Ja. Der sieht aus, als wäre der gerade frisch aus dem Flieger. Wir quatschen ihn so an, Hans-Hermann Müller oder so heißt der. Ja. Wir quatschen ihn so an, der sagt so, ja, ich will arbeiten, ich kauf mir ein Auto bald und dann sehen wir so aus dem Auto, dass der ein bisschen geschminkt ist, so richtig kurios, ne? Ja. Und auf einmal fährt die übelste Karre so in Maibach oder nur so. an uns vorbei hält an, da steigt so ein richtiger, wie aus solchen Filmen, so ein Ghetto-Boy aus, ne? Ja. T-Shirt frei, so übelst aufgepumpt. Dann war das dein Zuhalter. Nein. Der Typ hat einen Zuhalter. Nein, das war ne männliche Prosti? Ja. Nein. Dann sagt der, warum bist du nicht arbeiten und so ein Scheiß? Nein. Ich schwör bei Gott. Nein, wo? Nein, das du seid. Der Typ ist grad bei Mosleys, sich ein Auto kaufen. Das will ich mir gerade ziehen. Ja, sag dir Bescheid, wenn ihr soweit seid, oder was? Okay, bis gleich. Geh da hin. Mach ich, mach ich Mosleys. Ciao, ciao. Die wegrennen werden aber angeschossen, weil die denken, das ist von der Fräge. Wunderschönen guten Abend, die Herren von Zetralnuss. Grüße. So, verstehst du das Problem? Und dann wird mir noch ins Gesicht gelogen von der Kopffrau, dass die Typen da mit den Knarren, die hier reingefahren sind, extra uns angeschossen haben, damit die Kopfschuld dafür bekommen. Aber ich hab zu 1000% gesehen, dass die Kopf auf unsere Leute geschossen haben. Ich schwöre bei Gott, ich kam mir um die Ecke, Mann, die haben sofort auf mich geschossen. Ja, ja, das ist, weil er wahrscheinlich die gelbe Cappy anhat und die gelbe Flags oder so ne Scheiß. Ich hab einen Streifschuld. Okay, ehrlich auf ehrlich auf. Meine Arztrechnung wurde nicht bezahlt. Das waren 3000 Dollar, Junge. Das ist viel Geld. Jetzt ehrliche Frage, was habt ihr gemacht, wo das angefangen hat? Wir standen hier. Die sind hier reingefahren. Nein, nein, nein. Das geht ja noch nicht mal um uns. Ja, ich weiß, dass nicht um euch geht. Aber was habt ihr gemacht, wo die hier gewallert haben? Ich bin weggelaufen. Also ich bin ganz ehrlich, als auf mich geschossen wurde, ich konnte nicht sehen, dass das Koppers sind. Ich hab zurückgeschossen für 5 Sekunden. Und dann hab ich gesehen, okay, so ein Polizist und dann bin ich weggerannt. Und du weißt ganz genau, wenn wir hier anfangen zu schießen, dann hätten die Cops auch keine Schnitte. Zu dem Zeitpunkt waren hier locker 40 Leute im Park. Die steigen hier aus und schießen einfach los. Wir haben die Leute zusammengehalten und gesagt, die sollen nichts machen. Wenn die Leute hier ausgetickt werden, du weißt, wie die Leute auf Drogen sind, ne? Das hätte ganz, ganz anders ausgesehen. Ja, und der Fischer hat uns auch wieder angeschrien. Ja. Ja, das Ding ist, guck mal, ich hab mir jetzt mehrere Seiten natürlich angehört. Und, äh... Alles ist falsch, außer unsere. Nein. Ja, was denn sonst, Bruder? Ey, Max? Ja? Kannst du mir mal kurz helfen? So, das Ding ist aber, guck mal, zum Beispiel von der anderen Seite hör ich das, dann ist man der Meinung, während der Schießerei mit dem BMX über dem Polizeiauto zu springen, da läuft einer den Kopf hinterher und sagt, oh geil, Ballerei und weiß ich was. Ey, guck mal, okay, ich sag dir jetzt mal was, ne? Das macht das natürlich alles schwieriger, ne? Ich sag dir mal was. Wenn die Leute, wenn ich rauskomme, ne, und die Leute kommen direkt zu mir hin und sagen mir, ey, ich schwöre dir, wir haben wirklich nichts gemacht und wir sind einfach nur weggerannt und auf uns wurde geschossen von den Cops. Dann ist da wirklich ein wahres dran, weil mich brauchen die nicht anzulügen. Ja, aber vielleicht lügst du mich ja jetzt an. Ja. Aber wir hätten, zum Beispiel... Frank, doch. Frank, doch. Frank, doch. Frank, doch. Frank, doch. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich hab gar kein Problem damit dir zu sagen, als ob ich hier scheiße war oder nicht. Nein, ich glaub, pass auf, ich glaub das größte Problem dabei war, sind wir ehrlich, ich glaub beide Seiten, ja? Ich glaub euch, dass die Kollegen, die einen Kollegen das gesagt haben, die anderen Kollegen das, aber ich glaub, ähm, mein Kollegen, dass da definitiv der ein oder andere dann vielleicht mit dem BMX über ein Polizeiauto gesprungen wird. Weißt du, die haben hier ein Sperrgebiet ausgerufen. Natürlich passiert hier viele Sachen dann. Warte mal, warum wird hier diskutiert? Du kannst uns glauben oder nicht? Wenn du uns nicht glaubst und wir uns unschuldig behandelt fühlen, dann können wir dir sagen, solltet nächstes Mal hier Polizeiautos kommen, wird keiner zurückgehalten, ganz einfach. Wenn wir hier erwarten müssen, dass wir in unserem eigenen Zuhause angeschossen werden oder auf uns geschossen werden, ohne dass wir was gemacht haben, nur weil die nicht auseinanderhalten können, zu wem die wollen, und die wollten zu den Yadis und das ist hier nicht der Yadi-Turf. Das waren zwei Stück, und ihr rattet hier rein, und ihr rattet sogar mit S&Gs rein, da steht neue Tasers zu benutzen. Und ihr wart viel, viel mehr als sie, das könnt ihr uns nicht verarschen. Hatte das Auto ein rotes Dach? Das war so ein weißes, ich glaub schon ein rotes Dach, aber das war ein Cabrio. Wie viele fahrt ihr? 48 Leute hier oder so? Ja, mit so einem roten Streifen in der Mitte. Das war so ein weißer Wurz-Wurz. Der war oberkörperfrei und aufgepumpt. Ja. Und der Typ ist nach Mosleys gerannt und will sich ein Auto kaufen. Ja, da war er nicht. Dann geht er sich wahrscheinlich jetzt Klamotten kaufen. Wo? Er geht sich bestimmt Klamotten kaufen, hier ist der nächste Klamottenladen, hier ist auch niemand. Du warst sicher bei Mosleys gegenüber von der Grove? Gegenüber von der Grove? Ja, da ist Mosleys, ne? Ach so. Wo warst du denn? Ja, bei dem anderen. Die Oberhalb von den Projects. Ja, gegenüber von der Grove. Also der in der Mitte da ist, sozusagen. Ja, genau. Die Dom fahre ich hier gerade, hier ist aber keiner. Der hat blonde Haare, der Typ. Blonde Haare. Also die Prostituierte. Die Prostituierte. Die musst du irgendwie finden. Ja, aber hier ist keiner. Dann geh mal beim Klamottenshop gucken oder so, oder zum Park, Stadtpark. Meinst du das? Der muss ja irgendwo, oder? Der ist in den Auto eingestiegen. Oh! Ich muss jetzt dem kurz zuhören, Frank. Was musst du? Ich muss dir kurz zuhören. Hatte der Zuhälter eine lila Hose an? Ja, genau. Okay, die Zuhälter hab ich. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Warte mal auf. Ja, deswegen habt ihr so Fälle. Warte noch Färbe. Das ist mein Färbe, Junge. Gut, wir wünschen was. Ja, gut. Was einfach hier so Fakt ist, ist, wenn die Cops irgendwo irgendjemanden jagen, dann sind die schnell dazu bereit, mit scharfen Waffen zu schießen. Ja. Und pass auf, und die juckt nicht, was außenrum steht, sondern die ballern, ob alles, was denen im Weg steht. Und das ist das Problem. Das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Aber das wird auch gerade geändert. Guck dich das an. Die Jungs hat aber nichts gemerkt. Guck dich mein Schulterchen an. Der wird getroffen. Das ist ein Blutfleck. Boah, was ist da denn für ein Loch? Ja, das ist ein Blutfleck. Junge, da kann ich ja durchgucken. Die halbe Schulter ist weg. Ah, Junge, da kommt ja schon was raus. Da passt ein Bazooka rein. Wie soll das denn da? Über was wir jetzt gerade diskutiert? Ich hoffe, der Arm fällt nicht ab. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht, ob wir überhaupt diskutieren. Ja, die Polizei war halt ein bisschen überfordert und dann kann es passieren. Ja, die haben überreagiert. Ganz einfach. Mir ist das scheißegal, ob auf mich geschossen wurde, aber was ich blöd fand, war halt Fischer. Weil er rumgeschrien hat. Ja, der meinte so, der Finn hat mit dem geredet und meinte, warum schießt ihr auf uns und so, wir haben nichts getan und dann meinte der Fischer so, dass wir Idioten sind und der nicht mit uns reden kann und will. Mit uns kann man sowieso nicht reden. Ja, guck mal, ich hab auch mit ihm geredet und der hat halt nicht verstanden. So, wenn hier irgendwelche Leute der Meinung sind, also nicht ihr, sondern andere hier reinfahren und sich eine Auseinandersetzung liefern mit der Polizei, ja, dann erwartet man doch, wenn man damit nichts zu tun hat, dass man einfach sich auf den Boden legt oder die Hände über den Kopf macht. Und wir sind ja alle abgehauen, ne? Ja, uns wird gesagt, wir sollen uns verpissen, wir sollen hierbleiben, die rennen hier rein, mit der SDGs rennen, währenddessen die an uns beilaufen und machen diesen Drive-By-Geschreie, verpisst euch hier. Ich wollte gerade eine Art Koks ziehen und dann kommt auf einmal ein Heli und dann ist mein Koks weg. Und dann schießen die vom Dach noch in die Menschen rein. Ja. Von dem Dach haben die auf mich geschossen. Aber nicht Polizei, so hab ich gehört. Du? Das sind Prozesse. Die Leute, die mit der SDG, entzielt die mal die SDG und dann gibt die mir jemand anders. Die SDG-Leute sind ab. Genau, wir sind Gangster, wir beschweren uns. Richtig. Oh, oh. Das gibt eine Hansa hier. Oh, 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 oh. Oh, Pax. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist das ein Manager? Das hat er angstvoll im Zahnriegen. Ist das ein Manager? Das ist ein Manager. Da kommt es hin. Das knallt. Der fliegt gleich. Oh, oh. Das hat er dran. Nein, das ist kein Manager. Keiner. Das ist nicht der Ernst. Das ist nicht der Ernst. Nicht, dass sie hauen. Nicht. Wir tun nichts. Ich wurde angeschossen. Sehen sie meine Schulter. Habst du dein Hohen? Was? Habst du dein Hohen? Warum? Na ja, fisch, fisch, will niemand zauen. Ey, wir können reden, aber ich will nicht, dass sie so dicht kommen. Ich stelle mich jetzt hier in die Wette einfach. Okay. Okay. So und reicht hier. Der rollt dich gleich über. Pass auf. Opa. Boah, ich will den Helm auch haben. Opa-Helm. Wo droppt der? Wo droppt der? Ja, Lothar? Brauchen wir euch eben nichts an der Gnade. Wie für die droppt der? Militäre Gelände. Was für Stats hat der? Das ist die starke Wester, Jungs. Die macht ein Selbstbewusstsein 5 hoch. Geht die 2 bis 3. Ist das die 3, Wester? So, ich bin jetzt hier. So. Ja. Wir wollen eine Entschuldigung hören dafür, dass ihr heute geschossen wurde und danach auch noch auf uns. Ja, aber ich hab euch, ich hab ja wie gesagt weiter. Entschuldigt euch. Ne, so war das nichts. Das muss von beiden einvernehmlich sein. Weil sonst ist das, äh, Schenke. Dann küsst uns doch. Du wolltest mir in der Nase kokst, du entschuldigst dich jetzt. Ich entschuldige mich nicht. Nein, man kann ja verstehen, dass die Polizei überfordert war. Ich, ja, 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 richtig. Eine, wenn, wenn, wenn es Leute gibt und das ist einfach komplett behindert, sich immer irgendwelche behinderten Farben anziehen und es geht auch darum, dass es eigentlich scheißegal, was für eine Farbe die tragen. Sollen wir uns nen Merkmal suchen? Nein, nein, scheiß auf den Merkmal. Scheiß auf den Merkmal, ja. Dann wurde uns schon mal gesagt. Wenn die es extra so provozieren und auf Leute schießen und, äh, 80 Kreisel fahren, damit wirklich 15 Polizeiautos hinterher sind und dann hier extra reinfahren und dann das Feuer zu öffnen, damit automatisch auf euch geschossen wird oder dass es zu irgendwelchen Konflikten kommt. Ja, das ist natürlich eine Überforderung. Aber was willst du, was willst du, gib mir einen Anhaltspunkt, was man machen könnte, so. Es wäre natürlich einfacher, wenn diese Person, wenn diese Person, ne, jetzt wurde ja aktiv auf die Leute geschossen. Die sind ja hier rein ausgestiegen und haben auf die geschossen. Und das waren ja Kollegen schon draußen. Ja, aber vielleicht nicht auf Leute schießen, die keine Pistole haben. So. Und, äh, ja richtig. Wenn welche die Hände über den Kopf nehmen oder Hände in die Luft nehmen und dann rumschreiben, wir haben damit nichts zu tun oder was weiß ich. Das wäre schon mein erster Anhaltspunkt, nicht auf die zu schießen. Das verstehe ich, aber da ist, da ist ein Problem, weil, äh, den Leuten wurde hier drei verschiedene Sachen gesagt. Die einen sagen Hände hoch, die anderen sagen hinlegen und die anderen sagen wegrennen. Sobald die Leute weggerannt sind auf die Aufforderung von, von den Polizisten, wurde auf den geschossen. Weißt du, was noch das Problem ist? Dann liegt mir ein Polizistin ins Gesicht und sagt, die, die Typen haben extra auf uns geschossen, damit wir den Polizisten abfacken. Aber die Polizisten haben auf uns geschossen. Aber, pass auf, lass uns da doch eine Lösung finden. Dann eine Entschuldigung reicht. Ja, lass uns da einfach umhauen. Ja, wenn da falsch gehandelt wurde, dann, äh, das ist scheißegal. Sag Entschuldigung, ich will den Helm haben. Ja, lass ihn aufreden. Ja, aber, um das einfach, äh, für, äh, wenn das nochmal so was passieren sollte, dann lass doch da einfach eine Verhaltungsart am, am... Auf den Boden legen. Richtig. Auf den Boden legen. Auf den Boden legen. Ja. Sag Entschuldigung jetzt. Hat der doch gerade. Hat der doch gerade. Sagen wir mal. Ich kann mich nicht hinnehmen. Ich will von allen drei eine Entschuldigung. Ich war ja nicht da, du kriegst von mir ein Graf. Ich hab einen Push-It von mir. Also, entweder höre ich hier eine Entschuldigung, oder ihr seid alles 10 und 15. Vom Gezicht. Sag doch mal. Ich hab einen T3-Helm auf. Oh, oh. Ich hab dein Gesicht schon oft genug gesehen. T3 aus Naxxramas? Ja. Ich mach dann, er hört so einmal in die Wunde. Ich hab alles fest. Oh, oh. Komm her. Ich hab den Schmatz auf das Visier gehen mit meinem Lippenstift. Alles glücklich. Ja, okay. Dankeschön. Ich krieg keine Antwort. Ja, aber kriegen wir dahin? Ich sag dafür, dass wenn man sich irgendwie hinlegt oder die Hände dann hochnimmt. Ne, lass eine Sache überlegen. Hinlegen. Hinlegen ist gut. Hinlegen. Wegrennen. Nein, wegrennen. Nein, wegrennen. Hinlegen ist schlecht. Und schreit, dass ihr damit nichts zu tun hat, weil es gibt wirklich Leute, die versuchen immer an... Ja, wie soll ich sagen? Die machen den Leroy Jenkins zum Pullen die Scheiße in die Gruppe rein. Irgend so. Und dass das dann ein White gibt, das ist halt... Ich muss sagen, diese Sprache verstehe ich soweit ich. Halt die Klammer, du Scrapone. Aus der Suppe. Ach man, scheiße. Ja. Ja. Okay. Also einfach hinlegen. Nein, nicht hinlegen. Das ist besser. Doch hinlegen. Doch hinlegen. Wenn dann ein Polizeiauto kommt... Also das, was man eigentlich im State Prison beigebracht kriegt. Schwank wird. Ich war da nicht. Nee, aber wenn es dann nicht Schlägerei gibt und die liegen sich nicht hin, die werden alle umgeratzt. Okay. Da gibt es einmal... Nimm einen Schlagstock. Was war das? Oh, das war das? Oh, das war das. Oh, das war das. Da verstehe ich das jetzt richtig. Wir sind ja hier gerade im Squad-Game, ne? Wenn wir euch jetzt drei hier hinlegen, dann haben wir doch das Chicken-Din, oder nicht? Ja. Nee, weil ihr seid mehr als ein Squad. Hä, nein. Wir sind maximal... Wir sind ein Dreier-Squad. Ja. Oh, der hat zu Schadone-Klappschuh dabei. Ja. 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 Ja, ich wollte gerade sagen, guck dich da Autos her an. Ja, Autos haben keinen Wert. Wann hast du an Kohle? Ja, verkauf die Autos, dann hast du Wert. Ich hab 10 Millionen. Ab 10 Millionen ist eine Adoption auf jeden Fall jede Wahl. Ich hab 10 Millionen. 10 Millionen. Überhaupt kein Problem. Also die kriege ich da wieder keinem. Wir verkaufen das PD. Wir kaufen das. Das PD? Ja, wir machen Fuhrpakt raus. Das können sie bald umsonst kriegen. Boah, geil. Oh, wenig Wert. Nimm ich. Ja, nee, weil wir umziehen. Ja, nee, weil wir umziehen. Achso. Ey, lass mal. Sollen wir helfen beim Umzug? Ich schwör ich nimmer nix mehr. Ich räum die als Erwartenkammer für euch aus. Ja. Die wird ja da nicht mehr räumen. Die wurde doch letzte Woche schon ausgeraubt. Wie viel Zeit habt ihr für die Info? Ich seh das. Aber du guckst durch Schlitz. Ich hab auch gehört, da wurde ein Helikopter geflogen. Hm. Ja. Was? Die wurden auch beschossen. Ja, ich weiß. Ein, das so genoten hat, musste in Notland. Ja, und ich weiß, dass ihr sechs Leute davon festgenommen habt, richtig? Ach, apropos. Ich hab heute die Information bekommen. Du hast heute eine Heli geschenkt bekommen. Wer? Der Geburtstag hat. Der mit dem Bus gerade umhalten. Wer hat Geburtstag? Das Geburtstag. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. He? Ach, mal, Mann. Nein, 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 nein. Und an dir im Geburtstag kriegt er Geburtstags-Kind immer der, Alter, du Scheiße! Na klar, schluss. Bauer. Bauer nach mich wieder los. Bauer! Polizei, weil... Jetzt kämpft du voll Fettsacke, das wird lustig. Ich bezahle dir das eigentliche Sack. Ich brauche nieder. Ich muss 3.000 Dollar bezahlen. Ich habe so viel Geld nicht. Das ist mein Problem. Gucken Sie mal die Schulter an. Was ist dein Problem? Ich musste 3.000 Dollar bezahlen, weil ich von Ihnen ange... Gebt kein Trinkgeld? Ich schmerzen, aber das ist immer noch schwierig. Ich kann die Rechenworte bezahlen. Die Rechenworte bezahlen. Ich wurde auch angeschossen. Ich warst gar nicht. Ich habe das in die Sicht gehauen. Ich blöd angeguckt. Ich vermiss mein Energy. Guck mal, ein Teich. Was ist denn Juni jetzt denn? Gut, ich wünsche euch weiter. Hau rein, Knöcker. Hau rein, Bornwaller. Hast du gehört? Geht euch alle. Ich habe zudem gesagt, hast du auch gewinnt, soll ich dir auch die Fresse anziehen? Und sagte, nee, ich hatte schon. Was hast du gesagt? Hast du schon richtig gehört? Zeitverein Duell. Los, ich habe mal den Karten geöffnet. Was haben die gesagt? Ich lege schwarzer Drache mit eiskalten Blick im Verteidigungsmodus. Und eine Feinkarte. Leg Glürig. Ich lege den türkischen Glürig. Leg den, wo alles irgendwie stört, diese Kombination. Ich werde Donnerblitz ab, mit meinem Schwanz, mit meiner Fluchkarte. Ich habe noch Relaxo. Oh mein Gott. Der setzt sich in die Mitte und fiegt das ab. Ich schlichte das Ding. Ich lege den rechten Ei von Iksol da. Da ist ein rechter Ei von Iksol da. Junge, wo ist Jack? Zieh mal Time Warp jetzt. Da ist das rechte Ei, hier. Ich spiele McMillen aus. Wer ist McMillen? Der da. Der bohrt auch an. Scheiße, ich habe verloren. Amo, der ist der Stunt. Trauft er jetzt. Trauft er. Ich habe verloren. Der hat McMillen ausgespielt. Das ist eine Glitzerkarte. Oh mein Gott. Juni. Juni, wir fahren kurz. Malzeit. Wir fahren mit dem kleinen Auto. Komm. Rot an den Yaris. Rufst du den an? Ja. Wer ist denn der Typ? Ja. Der von gerade. Wo? Boah, die Schnauze. Na welcher meinst du jetzt? Ja, der mit dem ich gerade Duell gemacht habe. Der O'Brien. Das ist der Sohn von einem Fischer. Guck mal, die Fische kamen sogar. Ja, ich hoffe an. Wir kommen jetzt zu euch. Okay. Wo sind die? Alles klar. Bis gleich, ja. Wo den? Boah, ich mag das Auto, ne? Ja. Das ist meins. Das ist mit Schauly ausmachen. Wer ist denn das? Mein Bruder immer noch. Entschuldigung. Du kennst deinen eigenen Cousin nicht. Weil das Welt nie gewachsen ist? Ja. Nur die Haare sind gewachsen. Und die Zähne. Der sieht aus, der kleine Hase. Und die Ohren. Und die Füße. Aber mehr nicht. Garstiger, kleine Hobbits. Deshalb, weil der sitzt so ganz nach vorne, ne? Ja, 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 ja. Musst du erst mal nach hinten stellen, ne? Mhm. Ist dir schon mal aufgefallen, das Gandalf, ne? Ja. Der Bruder von dem Ding, du sagen könntest du, von dem von Harry Potter, der Typ. Von Dumbledore? Ja. Boah, das ist kein Prank. Das sieht gleich aus, ne? Da hast du aber einen hingelegt, ja. Hast du gesehen? Ja, da war ich die Scheiße. Egal. Da war ich die Scheiße. Peace. Hau rein, Da Vinci. Hey, du hübscher Mann. Hey, für dich war es vorweg. Diese Info gebe ich nur dir. Du bist der Einzige, der außerhalb vom Kiez davon erfährt. Einfach nur, weil ich das möchte für dich. Oh, mein Gott. Nur noch Jacksack, ne? Aua. Äh, ja, hier. Kletters ist auch dabei, ne? Was ist das für eine Pussy? Ich als alter Handspringer runter und du hast Probleme, oder was? Ich bin umgeknickt. Ah, nee, gut, mal nicht. Ah, dann ist Kacke, Digga. Warte, ich will was zum Kühlen. Ah, ich will auch schnell raus, bevor der hier oben ist. Hey, Jos, besorg mal was zum Kühlen. Johnny ist umgeknickt. Nein, ich bin Kletters. Kletters ist umgeknickt. Ah, ich dachte, das wäre jetzt. Ich brauche einen Kalippo. Nein, das ist Kletters. Ich bin Kletters. Wer ist Jack? Der hat nichts zu melden. Also kurz vor euch. Das ist nur eine kurze Info. Die hat gar nichts. Das hatte ich gar nicht vor, euch zu erzählen, aber es ist besser. Wo habt ihr denn die Kalle? Das erzähle ich. Ey, hör mal zu jetzt. Warte, ich will die Trichomen sehen. Die Trichomen siehst du nicht, weil kein Mensch sich da oben hinstellt und die manikürt, Davis. Was laberst du denn? Weißt du, was Trichomen sind, du Idiot? Das sind diese kleinen Härchen, wo du es dir erzählt hast. Richtig. Und da kommst du nicht ran, weil die Blätter davor sind. Nee, da kommst du nicht ran an jedem Bad. Du bist so hohl, weil du hast gar nichts zugehört. Er macht oben die Dingsblätter nicht ab. Oder wir machen die nicht ab. Siehst du das nicht? Du kommst kaum an die Bad ran. Warum hat das Ding nur ein Bad? Wo sind denn die Seitentrieben-Bads? Klar komm ich schlipp rein. Wir haben die am Anfang so geschnitten, damit es nur eine Main-Bad gibt. Das ist schon Absicht. Aber ihr macht's Outdoor-Growing, Alter. Weil wir in Kalifornien... Ach so, nee. Oh Gott. Was ist denn hier? Bist du dumm? Ja, was ist denn das für eine Frage? Ja, geht das ja. Verschanzelt hier die armen Blüten. Blumen. Kann ich euch? Okay, du Grow Master. Entschuldigung, nee, kannst du... Ja, kann ich's zu, warte. Nämlich Greenbox. Ja, ja. Ähm, kurz Dings, pass auf. Barry, verpiss dich! Ja, ich dachte, er braucht was zum Kühlen. Barry, verpiss dich jetzt! Ach so, ja, braucht er auch. Gib mir mir was zum Kühlen. Wir hatten gerade nichts anderes. Wir hatten gerade nichts anderes. Eine kalte OSA-Flasche. Danke. Oh, du kannst euch schon kühlen. Ja, auf jeden Fall, die Info gebe ich nur euch. Ihr habt keinen anderer. Also das haben nur wir, die hier stehen. Also der gesamte Kiez und ihr. Ja, unsere Struktur. Okay. John, Frank, Holy kommt darunter. Und dann kommen die beiden, Davis und Coco. Sind alle gleich wissend eigentlich, was alles angeht. Das heißt, es ist einer nicht erreichbar, ist einer von denen erreichbar. Ja. Ja, okay. Nur das ist einfach nur so nebenbei. Ach so, ach so. Ja, 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 okay. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Wir haben mitbekommen vorhin, oder das habt ihr bestimmt auch gesehen, dass die Securities vom Krankenhaus Taser haben. Ja. Was haben die noch? Mit einem Schlagstöcke oder so. Funkgeräte bin ich mir nicht sicher, weil Dings hat auch keine Funkgeräte. Taxi. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber Schlagstöcke vielleicht noch, ne? Eben. Drum. So, dazu kommen, dass, das dauert aber wahrscheinlich noch, dass ja auch ein zweites Security-Unternehmen gerade im Groen ist, wo eben der Sohn von Fischer mitbeteiligt ist. Woraus resultiert, man ziemlich stark davon ausgehen kann, dass die auch ausgerüstet sein werden. Mh, mh. Meinst du nicht? Mh, nee. Warum das eine Security-Unternehmen ja und das andere nicht? Ja, die werden aber nicht, also, die werden vielleicht mit Taser ausgerüstet sein, aber mehr auch nicht. Funkgeräte meinst du echt nicht? Ne, glaub ich nicht. Das können wir in Empfangungen bringen. Ja, eben, das ist ja auch etwas, was, noch ist es ja nicht so, deswegen, das ist etwas, wo man gerade mal die Lauscherchen aufhalten sollte. Ja, man kann da vielleicht mal jemanden hinschicken, der da vielleicht mal arbeiten möchte oder so, weißt du? Ja, ja. So findest du das am besten aus. Also generell ist es so, dass wir gerade am Gucken sind, wer, beziehungsweise Jan hatte die ganzen Ideen dazu, dass man guckt, wer, welches Unternehmen hat was, was sonst keiner hat, damit man gar nicht in Konflikt mit Bullen mehr kommt, weil das, wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr ja selber. Zweiteres, wir haben am Wochenende eine erfolgreiche Geiselnahme gemacht mit zwei Leuten und das einfach abgebrochen bei der Hälfte, wie damals an der Villa und das funktioniert meistens. Wie fern abgebrochen? Na, du hast zwei Geisel und verlangst pro Geisel 200.000. Wenn du die erste Übergabe gemacht hast, machst du nie eine zweite. Lässt die zweite Geisel irgendwo in der Wüste raus ohne Telefon. Versteht ihr, was ich meine? Verstehe, worauf du hinauslaust. Das wird auf Dauer natürlich darauf hinauslaufen, dass die Bullen versuchen, direkt zuzugreifen. Deswegen muss man sich überlegen, ob man das macht. Aber wir sind auch nicht, und das muss man sich wirklich vor Augen halten, wir sind nicht immer verantwortlich dafür, dass die so handeln, wie sie handeln. Ich glaube nicht, dass die so handeln, weil sie sagen, oh Gott, das sind ja schon wieder die und die und so weiter, sondern die sind den ganzen Tag haben die mit echt Spastis auch zu tun. Genauso mit Spastis, wie sie selber sind. Und diese Spastis ergänzt sich dann so, dass sie denken, dass ihr Spastitum auch noch richtig ist. Spasti sagt man nicht. Ja, das ist doch so. Merkt ihr nicht, dass unser Toolen Trittbrettfahrer mit sich bringt? Na klar. So, und genau das ist das Problem. Und plötzlich werden wir behandelt wie die. Als Davis mir mal erzählt hat, dass du in einem Shop warst und meintest, ich arbeite hier, weißt du, ob ich das schon mitbekommen habe, dass Leute sagen, ja, ich arbeite hier. Danach, alle plötzlich haben ein Praktikum. Fischer hat mich doch selber gesagt, Bruder, bitte macht ihr ein Unternehmen. Jeder erzählt mir, seitdem du das erzählt hast, dass das die Praktikanten sind. So, ich fühle mich voll, Alter. Das nervig einfach. Deswegen müssen wir unbedingt in dem, was wir tun, übelst springen und kreativ sein. Damit, was wir machen, nicht etwas ist, was schon zehn Jahre alt sind. Aber alles, was wir bisher gemacht haben, war gut. Ich habe hier mal bei Dach reden. Und das kann auch keiner nachmachen. Nein, darüber brauchen wir auch gar nicht reden. Mann, allein diese Willenaktion, Bruder. Ja, ja, ja. Hättest du eine Kamera dabei gehabt, ne? Wallah, halber Actionfilm. Toll. Allein, wie du da runtergesprungen bist. Allein, wie wir da runtergeballert sind. Wie du gesprungen bist und den Typen weggerasiert hast. Das ist ein Ungebracht. Guck dir doch die Stadt, Mann, und was hier alles rumrennt. Bist du voll Idiot. Als ob irgendjemand davon was könnte. Auf dem Niveau, wie wir das machen. Nee, und ich glaube, das Problem ist, dass die Polizei auch damit überfordert ist. Und auch diese Kombination hier, ne? Ich meine, wir sind ein bisschen dümmer und so. Ja. Aber gewalttätiger. Ja, die Kombination ist heftig. Ja. Deswegen nervt auch im Moment dieser teils sich anfühlende Unmut in euren Reihen, muss ich ehrlich sagen. Bei einigen hat man das Gefühl, die haben gar keinen Bock auf uns. Die haben keinen Bock auf Knast. Das kann ich verstehen, voll. Und die haben Schiss davon, dass nur was schief läuft. Weil wir halt... Knast ist hier irgendwie nicht Knast. Nee, nee, also hier ist Knast. Das Ding ist, die haben zum größten keinen Vertrauen in uns. Und denken schon bei der Sache, scheiße, das geht alles schief heute. Aber es geht doch nicht einmal irgendwas schief. Ja, aber die denken das trotzdem, weil die dumm sind. Wie kann man... Aber das verstehe ich nicht. Also wenn... Wir sind doch wohl mit... Die F... Also pass auf. Ich habe hier, seitdem ich hier bin, locker, locker, locker 20 Geiselnamen gemacht. Locker, locker, locker. Und wurde einmal, ein einziges Mal für irgendwas angeklagt. Und da war... Da fing... Weißt du noch, Johnny, wo ich weggeballert wurde? Vom FIB? Vor diesem Comedy-Club. Ja, ja, ja. Das ist das einzige Mal, wo ich in Haft war. Das ist das einzige fucking Mal, wo die mir irgendwas beweisen konnten, Alter. Von 20 Malen, die ich es gemacht habe, ne? Ja, soll ich mal anfangen? Ja, du bist aber auch der Heftigste bei sowas. Weil du einfach am Ende noch versuchst, alles versuchst und dir ist egal, ob du in Klass gehst. Erzähl mal, Can. Ja. Also ich war von 20 Geiselnamen. Vielleicht... 2 Mal draußen. Und 18 Mal drin. Es geht ja nicht um dich immer nur, ne? Aber selbst wenn die Unmut haben, die sind trotzdem dabei. Nein, hat er schon recht. Also bei uns ist das auch so, dass die Leute sich sagen, Knast, da haben wir keinen Bock drauf. Es ging gar nicht darum, es ging gar um den Umgang. Du hast ja auch Banane. Wichtiger ist, dass wir jetzt wieder weitermachen. Ihr habt mitbekommen, was wir verloren haben? Nein. Ein Auto voller Ausrüstung? Wie? Ja, es ist Hopps gegangen. Ich möchte schon erzählen, wie es war. Ja. Holy hat im PD einen Schlüssel weggeworfen. Das hat jemand gesehen und diesen Schlüssel wieder aufgehoben. Hat mit diesem aufgehobenen Schlüssel, der weggeschmissen war in einem anderen Raum. Er hat ihn irgendwie gefunden. Also hat mit diesem Schlüssel das Auto geortet und rausgefunden, dass es da drin ist. Ja, was für ein Bullshit. Während wir alle geschlafen haben, wohlgemerkt, ne? Ja, das wollen wir gar nicht kleinreden. Also 7 Funkgerät, Bullenuniform, Medicuniform, das ist alles weg. Ungefähr im Wert von 5.000 bis 600.000. Boah, nein. Aber auf der anderen Seite haben wir auch wieder neue Sachen geholt, ne? Muss man dazu sagen. Das sind Sachen, ja. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Nee. Also wir waren wirklich auf alles vorbereitet, aber nicht. Ja, aber das ist das Ding, was ich euch schon mal... Ja, aber John habe ich das erzählt. Ja, wir haben geschlafen. Bruder, was willst du machen, wenn dir ein Schlüssel aufhängt? Digga, hä? Nein, 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 stopp, stopp. Und wir haben sie gesagt... Damit sowas überhaupt nicht mehr passieren kann, braucht ihr jemanden von außerhalb, der fast nichts mit euch zu tun hat, ist der euch der Lager. Bruder, du hast nicht eine Vorstellung, warte mal, du hast nicht... Nein, 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 ich möchte dir kurz vor Augen halten, wir haben trotzdem nur höchstens ein Viertel unseres gesamten Bestands verloren. Du denkst falsch, wir haben das, so wie du sagst, aber das geht nicht mit allem. Wir haben locker 5, 6 Autos, die voll sind... Frau Koko, die kommt nicht mehr in der, die muss neue Autos kaufen und so eine Scheiße. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja nur ein Bruchteil, das ist schon... Wir machen das nicht so, dass wir immer die Sachen dabei haben und so. Das war alles schon ziemlich behindert, Digga. Und du musst dir vorstellen, Jan und ich sind nachts noch um 2 Uhr, Digga, einfach... Digga, sind wir losgefahren und wollten nach den Autos gucken und er war einfach weg. Irgendwann nachts um 2, Bruder, wo keiner da war. 3 Uhr war das sogar. Aber seid ihr sicher, dass der Hubs genommen wurde? Ja, ja, wissen wir doch von unserem Anleitung. Woher soll ich denn wissen, dass sie geortet haben? Die haben einen Durchsuchungsbefehl... Ja, aber die können doch nicht... Mann, das ist so ein Bullshit. Anstatt dem Durchsuchungsbefehl war Holys Name sogar falsch geschrieben, das war denen auch egal. Da haben die gesagt, dass aufgrund dessen, dass der Schlüssel irgendwie weggeworfen wurde, und gefunden wurde, ein Tatverdacht der Verdunklung besteht, er besteht und die deswegen das Auto beschlagnahm. Boah, ich hab so Bock auf so einen Power-Riegel, ne? Halt doch. Ja, Mann. Ja, das ist... High-Protein. Also der mit extra viel Protein. Ja, ja. Weit in meinem Shop. Power-Rate. Power-Riegel. Egal, was passiert, was sie jetzt machen. Ja, nimmst du halt hin, ne? Soll er ins KD kommen? Oder willst du ihn verhaften? Ja, das... Ja, dann kann er doch zu dir kommen, dann ruft er dich gleich an. 10, 15 Minuten, danke. Geht der jetzt so 20.000 rein? Jacks Green heißt der, der macht das. So 20.000. Nehmt er das auf sich? Ist das nicht der brutale Flöchen? Wie? Er hat einfach einen heftigen Flow. Ja, und deshalb nimmt man ihn noch Flöchen. Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge. Der Jacks Green ist da. Dann fährt er um die Kurve. Erinnert eine Drift-Pommes. Ach, Kürz ist wahr. Arm aus dem Fenster wie ein Gangster. Egal, ob es seine Seiten auf Null. Okay. War das dein Kockring, John A. Connor? Ja. Das mag ich. Also, wann machen wir die nächste Aktion? Ja, sollten wir diese Woche in Angriff nehmen, oder? In High-End-Plan? Nein. Das Problem ist, was ich sehe, ist noch, dadurch, dass dieser Unmut untereinander zwischendurch war, müssen die Leute sich viel mehr einfädeln. Wenn du so eine Aktion miteinander durchziehst, muss jeder sich auf den anderen so heftig verlassen können. Ich kenne die nicht mal. Ja, genau, und da fängst du schon an. Ja, aber es ist so gut, dass man sich untereinander nicht kennt. Da kann man keine persönliche Bindung auffahren, und wenn der da liegt, dann lässt du den liegen. Guck mal, wie die Sache bei uns, wo jemand kam und meinte, irgendwas zu mir zu sagen oder zu deiner Frau zu sagen. Hier von wegen, ja, Curtis wartet irgendwie auf dich oder so. Und die so, her, wer ist ein Curtis? Weißt du noch? Nee, ich bin voll stolen. Bei welcher Aktion war das? Da, wo wir verhaftet wurden? Das war die Aktion mit der Apotheke. Das meine ich gar nicht. Ihr sollt euch doch nicht lieben. Hey, ich scheiß auf, wie ihr euch mögt. Nein, ich meine, ich finde, das Film noch, weiß ich nicht. Das ist zu groß. Ich sehe nicht, dass das im Moment bei deren Aufmerksamkeit möglich ist. Versuchen können wir es. Die große Aktion quasi, das End-Ding. End in Anführungszeichen. Das letzte Level. Das Problem ist, dass ich von dem Dings-Typen nie wieder was gehört habe, Alter, der Sprengstoff klären wollte. Nie wieder. Er wollte sich zwei Tage später melden. Wir haben uns so, alleine wie viele Funkgeräte wir umsonst gekauft haben. Aufkommen, Leute. Hi. Hi. Hi, was geht? Klar, bei euch? Ja, natürlich. Los. Wer seid ihr denn? Kriminelle. Wie? Ja. Hä? Wer seid ihr? 1h7. Ach so. Ach so, Alter. Alter. Seid gruselig. Ja, immer. Ja, was machen Sachen? Ja, Sachen machen nix. Ja, wir sind gerade am Quatschen. Wir sind gleich. Ja, alles gut. Alles gut. Die gewisse Seite, ne? Irgendwo stehen doch einfach unsere Leute, Dinger. Das ist ja ganz so ein heftiges Déjà-vu. Was zum Teufel. Ey, das ist doch mies komisch, Bro. Egal, ist doch egal jetzt. Ja, was sagt ihr denn? Was würdet ihr denn diese Woche angriffen? Fakt ist, es fehlen immer noch Sachen. Viele Sachen. Ja, der wichtigste Fede. Das, was Oma sagt. 2 SMGs. Genau, das, was Oma sagt. Minimum 2 SMGs noch. Ja, das ist auf dem Platz. Ist fest drauf, ja. Das ist leider nur so. Und wir haben jetzt, also die letzte Überlegung war ja, dass wir halt nochmal eine Geistung machen, die wir da fordern. Und wenn es dann nicht klappt, dann müssen wir uns halt halt mit Kohle irgendwo kaufen. Das war doch die letzte Aktion. Das haben wir schon bei der letzten Aktion besprochen. Achso, der Plan wäre es, sie zu kaufen. Ja, I know, I know. Ja, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, auch mit Logan und so, und die meinten alle, das ist quasi keiner, die verkauft für einen humanen Preis. Die nehmen solche Preise dafür. Ja, da kann ich, weißt du, was ich meine? Ja, deshalb vielleicht dann irgend so einem Waffenhändler drankommen, dass man andere Waffen kaufen kann, aber die dann gegen die SMGs tauscht. Ja, aber dafür musst du erstmal jemanden finden, der safe eine hat. Ja, darum kann man sich ja dann kümmern, wenn man andere Waffen auf Lager hat. Ja, haben wir. Ja, aber woher? Zu uns kam doch keiner. Ja, hä, wir haben euch das schon zehnmal gesagt, dass ihr die haben könnt, von dem Preis. Äh? Ich weiß davon nichts. Doch. Mhm. Doch. Das habe ich vergessen. Als du genau letztes Mal das bei euch vom Park, als du erwähnt hast mit dem Tauschen, habe ich dir gesagt, ja, an die anderen kommen wir ja auch ran. Warum finden wir keinen scheißverdammten, verwichsten Kriminell im Kopf? Irgendeinen FIBler oder so. FIB ist doch komplett kriminell, aber halt auf ihrem eigenen Film. Die kannst du knicken, Digga. Das FIB... Nein, Digga. Mit FIB will ich nichts zu tun haben. Wenn, dann muss das ein Bulle... Ja, dann Korrupter wäre geil, aber eigentlich ein Bulle, Bruder. Kann doch nicht sein, dass wir keinen finden. Wir brauchen ja nichts eigentlich, außer die scheiß Info, wann, wo SMGs sind. Das reicht doch voll aus. Ja, so ein Transportüberfall. Nicht mal. Es reicht doch, wenn wir wissen, dass Officer A mit Officer B und Officer C im Auto sitzen und A und B jeweils eine SMG haben. Das reicht doch aus. Wofür? Ach so. Willst du die abnehmen? Geht doch nicht, da hast du eine Kette dran. Nein, 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 ich weiß wie. Wir nehmen die Hops. Lassen die alle Sachen in das Auto tun. Wir müssen mal los, hören uns dann. Haut rein. Tschüss. Okay. Packen alle Sachen. Wir nehmen dann alles ab, packen das aber in ihr Auto. Machen das, schließen das ab, stellen das ab. Machen, fangen mit Geiselnahme an, bla bla. Und dann sagen wir, ihr habt keine SMGs. Da sind zwei Stück. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Dann gibt es keine Ausrede. Oder wir nehmen nur Officer C mit. Was hältst du denn davon? Ja. Guck mal, wenn wir mal die Stadt betrachten, ne? So Leute wie wir. Wir sind ja so, nicht nur wir, sondern die ganzen anderen auch. Vor allem diese komischen Gangs. Das ist doch ein riesen Übel, ne? Total. Was ist denn, wenn man so einen Heimatstadt-Taktik... Ja, was ist das? Heimatstadt-Taktik macht so aus diesem Film. Dass wenn man einen Kuppersuch, der was zu sagen hat, vielleicht sogar so einen Fischer, direkt zu dem größten Motherfucker geht und zu dem sagt, pass auf, gib uns was. Gib uns ein kleines Stück und dafür weißt du von 90 Prozent, was in der Stadt geht. 70. Ja, oder 70. Aber er kriegt eigentlich nur 20. Ja, man kann denen halt was geben, ne? Vielleicht gehen ein paar Leute mal her. Absichtlich. Absichtlich. Wacht. Weißt du, füttern. Aber dem das Versprechen geben, dass wir uns um alles kümmern. Also, so wie du gerade sprichst, kennen wir uns ja eigentlich doch länger. Also, irgendwie kommt mir das so vor, als ob wir uns... Also, ich weiß genau, woher du gehst. Kennst du mich nicht, wenn du schminkst. Komisch. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß, ne, wieso? Ja, doch, du weißt, was ich meine. Dem anzubieten, auch was zu tun. Ich meine, wir sind keine Gang oder so. Weil da eher noch wir haben. Aber dafür müsste er uns ja SMGs geben. Ja, erst mal Vertrauen aufbauen, ne? Was heißt, wenn die irgendwo bei irgendwas auftauchen, weißt du, woher sie kommen? Ja, soll ich ihn herholen jetzt? Das wäre gar nicht so dumm. Boah, wir hatten gerade ein Gespräch mit dem. Wer hat sich bei uns entschuldigt? Achso. Weil die auf uns geschossen haben einfach. Ja, aber weißt du mal, das ist, was du davor hast. Der kam in volle Panzermontur, ne? Das ist total gut. Wir snitchen eigentlich gar nicht, sondern nur uns selbst. Ja, genau, wir geben kleine Häppchen. Ne, die Häppchen können auch groß sein, aber von uns. Aber von uns halt. Ja, hol doch hin. Ist doch egal, hol doch hin. Aber wollt ihr es jetzt noch machen? Ja, safe. Ist mir doch egal. Du mit deinem Jetzt noch, Metz noch. Deine Schnauze. Spaß. Hure! Hast du Zeit? Ich bin mal kurz. Du Zeit hast. Ich bin mal kurz pinkeln. Wolle ich ein interessantes Gespräch für dich hätte. Digga, wenn ich dich anrufe und sag, dass es interessant ist und mich mit dir treffe, dann wird das schon interessant sein und ich möchte mich mit dir treffen. Hast du einen mysteriösen Ort? Ja, so mysteriös halt, wenn man so denkt. Wollen die was sagen? Also ich mache hier, was ich will. Ja sag wo, da wo ich angeblich gesehen wurde, wie ich mich im Wasser umgezogen habe, okay wann, wann bis da? Ich bin nicht alleine, du kannst gerne Officer mitbringen, aber wenn du das Gespräch mit uns führst, würde ich das gerne, dass du das alleine tust. Warum riecht denn der Pool so nach Spargel? Okay, perfekt, bis gleich. Ciao. Was willst du denn von Imamen überhaupt, Courtois? Vertrauen erstmal. Richtig, denke ich auch. Ja, du kannst ja nicht mit die Tür ins Haus fallen, ne? Richtig, gucken wir gleich mal, dass wir das Gespräch da anfangen. Wir können ihm ja so unterschwellig vermitteln, dass wir dem helfen, bei allem was der will. Wenn der irgendwo ein Problem hat, ganz egal, helfen wir dem. Ich habe vergessen, wo wir uns treffen. Ich habe irgendwas gehört, am Hafen? Wo ich ins Wasser gesprungen bin und die gesehen haben, wie ich mich umgezogen habe. Bei der Metro da oben, an der Ecke. Wie viele von uns wollen wir mitnehmen? Wollen wir alle mitnehmen, aber dann die im Auto lassen? Oder wie wollen wir das machen? Mir ist egal, wir sind eh nur zu zweit. Ja, deswegen brauchen wir ja nicht Riesen. Ich will aber die Leute nicht, die von uns noch da sind, die jetzt doof dastehen lassen. Dann sollen die mitkommen und wenigstens im Auto. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr keine eigenen Beschäftigungsdingen? Doch, klar. Bei uns ist das auch so. Aber manchmal gibt es so Abende, weißt du, dann erwarten die das und das merkt man. Ja, aber das Ding ist halt so, je mehr du mit Meeren losfährst, desto auffälliger weht hat. Ja, das stimmt auch wieder. Ich habe eine Idee. Wartet. Schlaf gut, Kölsch. Und danke an die Re-Subs und Zaps, die reingeflattert sind. Ihr wisst, ich küsse auch Augen. Jetzt geht es vielleicht in eine... Mal gucken, mal gucken, ob der Fisch da drauf einsteigt. Das könnte echt interessant werden. Ja, ja, diese drecklichen Haschroisch-Gift-Ziräten-Konsumenten. Janne, komm, warum stehst du auf dem Tisch? Warum nicht? Wo habt ihr eigentlich die Couch her? Wir haben immer nur keine. Haben wir geklaut. Wo? Okay, dann behalt deine Geheimnis für dich, Gandalf. Hast du schon mal halt darin geguckt? Schande bei dich. Er wäre doof, wenn nicht... Wir sagen dem halt so durch die Blume, dass wir einfach alles und jeden verraten, ne? Einfach für unseren eigenen Vorteil, so. Das ist schon ein heftiges Angebot, Alter. Vor allem, weil wir immer besser connected sind als die Couch selber. Da kann doch gar kein FIB und so mithalten. Wir kriegen doch alles mit, Alter. Ja, das ruft Barry an. Ja, dann lass uns rennfahren. Okay. Warte, mit wem treten wir uns jetzt? Das war bald im Metro, ne? Ja. Draufgekackt. Okay. Darum geht's ja eben. Nee, das habe ich kiffen, nicht. Ja, wo bleibt Link eigentlich? Keine Drohung. Ja, guck. Also, ich würde das annehmen. Sag was. Ja, 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 ich überleg gerade mal kurz. Was denn? Naja, es gibt ein paar Stück von uns, die sind auch an irgendetwas. Ja, ich weiß. Weißt du, und ich glaube, wir zerstören das damit. Nö. Doch. Warum sollen wir das zerstören? Weil die Kopf sich vielleicht ein paar Mal untereinander absprechen und wenn der eine mal das sagt, der andere dem das nicht sagt, weil du... Ja, du musst das so sehen, wir gehen direkt zum Höchsten der Höchsten. Ja, aber dann werden die anderen vielleicht nicht mehr gebraucht und die anderen haben dann, weißt du... Also, nein, bleib doch ruhig, wir sagen dem gleich, der soll doch mit keinem anderen darüber reden. Außer vielleicht halt mit seinem Sohn oder so, ne? Ja, der Sohnemann, der Sohnemann. Vertrau mir. Dafür habe ich auch schon eine Idee. Finde ich schon richtig geil, ne? Ich weiß, was Bademeister oder Finn oder sowas mit irgendwem zu tun hat, ne? Kann sein, ja. Die sollen dem... Die, wir sagen, Finn. Wenn er darauf angesprochen wird, soll er seinem Kontakt einfach sagen, ne? Mhm. Dass das schon seine Richtigkeit hat. Vertraust du mir? Ja, ja. Was heißt denn die Ja, Ja? Ja, ja, du bist groß und stark, ja. Ich weiß. Erstmal ein Flying Duplo. Ja, ja. Ja, ja. Der hat halt immer nur sein Helm auf. Ja, was geht da, blot Helmchen? Ich habe ein gut blut gehabt heute. Ich bin drei Helm, alter. Ich bin drei Helm, ich bin ich sicher. Hängs aber nach. Okay. Rechne mal den Helm ab. Wird dich schon keine Ahnung spucken, ja. Aber gleich ehrlich anfangen wollen in der Hose, es sieht echt nach Midlife-Crisis aus. Ich muss noch sagen, ich stehe doch fast alleine, ne? So viel, wie ich heute rennen musste. Hey, wir machen das andersrum, er ist das Wichtige dann in Smalltalk. Okay. Pass auf, ich bin jetzt ganz offen zu dir, ja? Wir haben gemerkt, dass es echt schwierig ist, einen guten Draht aufzubauen zu jemandem bei der Polizei. Und eben hat der neben mir, zur Linken, hat erwähnt, dass sie eigentlich der kompetenteste sind, dem man am ehesten zutrauen kann, dass er auf Ideen, wie wir sie haben, eingehen könnte. Kontoa, dein Part. Nein. Ach. Du schon wieder. Herr Fischupfisch. Ich fahr lieber in die Schießerei rein, als ich wegzufahren. Höh? Ja. Das ist Actiongeil. Nö, ich bin da hingefahren, ich wusste gar nicht, was los ist. Ja, die Schießerei, hast du doch gehört? Ja, aber kann doch sein, dass das irgendwelche Stinkerrucker sind. Wir verfallen wieder in Smalltalk. Okay, also, pass auf, worum geht es denn? Also Kontakt aufbauen. Nein, ich habe eine Frage. Ja. Wie oft in Ihrer Karriere, in Ihrer polizeischen Laufbahn, hatten Sie schon solche Gespräche hier? Mit irgendwelchen... Kann ich nicht zählen mehr. Und da waren immer nur Idioten bei? Nein. Da waren noch kompetente Leute bei? Auch. Mal so, mal so. Das Ding ist halt, wir sind... Wie die Anspielung vorhin, wo ich gesagt habe... Was habe ich nochmal gesagt? Der eine wollte mich küssen. Nein, nein. Ja, das sowieso. Ich habe letztes Mal den Herr Wurschicken etwas gesagt. Ich habe dem gesagt, dass ich einen Schwarzdealer kenne für Polizeiequipment. Ja. Und das war dem voll egal. Wie? Ja, das war dem komplett egal. Ich habe dem gesagt, dass ich weiß, wer solche... Diese komischen Marken besitzt und die auch unter der Hand verkauft. Und der ist dann nicht weiter nachgegangen oder konnte er dem nicht... Das war dem komplett egal. Der wollte keine Nummer... Das war übrigens nur ein Bait, ne? Ja, ich hocke schon vor dem Bailey und mich kurz vor dem Reinbeißen. Das war übrigens nur ein Bait, um jemanden zu finden, mit dem man wirklich quatschen kann. Aber ihr habt doch da auch mit einem gequatscht. Basteln. Eben, am Park, am... Ja, weil das war ja wegen der Schießerei. Ja, okay. Aber sowas hast du mit dem nicht übergegangen. Ganz viele haben schon versucht, irgendwelche Leute zu finden, mit dem man mal reden kann, weil wir kriegen ja auch viel mit. Und wenn man die Stadt mal so betrachtet, muss man ehrlich zugeben, dass es viel Scheiße gibt. Vor allem auf der Straße. Ja, diese ganzen Gingings und mit ihren scheiß Drecksfarben und mit ihren verfickten Drecksruten. Und will die sich alle über den Hof knallen und nicht sterben. Ach, das ist nicht dein Mindset? Nö. Was juckt mich eine Route? Wir sind keine Gang. Wir sind keine Gang. Alter, was ist das? Und wir? Sagt auch keiner. Jungs, Jungs, Jungs. Ja. Nein, aber kann ja sein, dass ihr uns so einstuft. Nein. Ich... Also, willst du meine eigene Meinung haben? Ja. Dass der Park da einfach ein Ort ist, wo die Leute halt chillen, wo die zusammen hocken. Eigentlich der Würfelpark für die Southside, sag ich mal. Ja, genau. Und der Kiez? Der Kiez? Ihr seid ein lustiger Haufen, der gerne mal in den Laden voll Spermium voll ballert. Spermium? Was machst du? Das macht hier nur einer. Das war nur ich, aber da musst du noch mehr hinterstecken. Was sind wir noch? Was machen wir denn? Ey, lass dich von Haien anbeißen. Also, den Junkiepark hast du besser beschrieben. Und ihr seid so ein bisschen... Ja, okay. Willst du wissen, was ihr seid? Ja. Aber nicht böse nehmen? Nö, ich nenne dich doch auch stark scheiß Bulle, also. Ey, pass auf. Ein Wanderzirkus. Aber jetzt kommst du... Jetzt sagst du mir, warum. Warum wir ein Wanderzirkus sind? Ja. Aber nicht ein normaler Zirkus, sondern ein Puppenspieler. Ah. Mehr sag ich nicht. Ey, hast du auch ein paar nette Worte für mich übrig? Ey, warum, Digga? Hör mal zu. Aber warte mal. Warte mal. Nein, ganz kurz wichtige Sache. Ich hab eine wichtige Sache, ganz kurz. Nein, das ist mir wirklich wichtig. Über all die Jahre jetzt. Weißt du was, Digga? Weißt du, hier kommen Leute her und sagen... Also, es gibt hier Gruppen, die haben drei Dons und sonst was, die von niemandem dazu ernannt werden. Du sagst Puppenspieler. Sag doch mal bitte dieses Wort. Sag mal irgendeine kriminelle Vereinigung, die du so nennen würdest. Bitte. Puppenspieler? Ja, welche Vereinigung sind das? Mafiosis. Nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt italienische Mafiosi. Jede Gruppe, die seine Geschäfte oder jedes Unternehmen, was seine Geschäfte macht und deals mit A, B, C oder D macht, ist ein Puppenspieler. Und das ist für mich keine Bezeichnung, ob das, keine Ahnung, Mafiosi oder was weiß ich. Oh Mann. Ich würde mich selber noch nie so nennen, weißt du, das ist mein Problem. Aber Puppenspieler ist ja... Dass ihr eine Mafia seid, oder? Nein. Kein Problem. Aber Puppenspieler ist ja kein... Kiez ist Mafia. Nein, Mann. Puppenspieler ist ja kein schlechtes Wohl dafür. Eben. Weil ihr wisst halt genau, wo ihr eure Stärken einsetzt. Und ihr wisst genau, wie ihr Sachen lenkt, dass ihr an euer Ziel kommt. Ja, nee. Also, ich will nicht sagen, aber es hört sich gerade an wie eine Selbsthilfegruppe. Soll es auch. Ja, aber soll es auch. Ja, aber was bin ich, was bin ich, der böse Polizist, ne? Nö, böse würde ich dir nicht... Ganz ehrlich, ganz... Willst du eine ehrliche Meinung? Ja. Polerisch. Du bist ein absolutes korruptes Stück Scheiße, kommst damit irgendwie durch, aber es läuft. Aber man muss auch ein bisschen da rumkommen, ne? Also deine Korruption muss ich dir nicht zum Vorwurf machen, aber du schlägst halt einen Architekten zusammen. Und so eine Sache... Ich schläge Architekten zusammen? Ja, halt's Maul, die. Ach du meinst, sagen wir es mal so... Aber man muss das auch mal aus dem Blickwinkel betrachten. Achso, nee, weiß ich nicht. Ich kenne ihn seit sechs Jahren und er schikaniert mich schon seit vier Jahren. Man muss das mal aus der Sicht auch betrachten. Von Bishop. Du bist doch der Schief, ne? Also du bist so der Höchste, Höchste? Ja, der Assi-Schief. Also es gibt noch eine, die über mir ist. Ja, aber du hast Einfluss. Und wahrscheinlich bist du nur so ein bisschen korrupt oder auch komplett korrupt, um... Ich bin nicht korrupt. Okay. Ich spiele halt im... Ganz ehrlich, ich habe immer ein Ziel. Und das ist Ruhe auf den Straßen. Und wie ich arbeite... Und du bist erfahren genug, dass du weißt, dass es nicht immer nur schwarz oder weiß gibt. Ja, richtig. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Und manchmal musst du auch in grauen Zonen rumtanzen. So. Richtig. Was wir gerade auch machen. Dass sie das auch auf wen ausfallen. Nein, na, warte. Lass mal Ihnen den Satz zu Ende führen. Du willst nur Ruhe auf der Straße. Und wenn... Ja. Ja, du musst weiter sein. So, dass nicht immer jeden passt, so kann ich ja nichts für. Ach so. Was ist, wenn es Leute gibt, die dir diese Ruhe gewährleisten können? Gewährleisten ist das falsche Wort. Nicht gewährleisten, aber dazu beitragen können, dass du ziemlich schnell die Schotten über dich machen kannst. Sagen wir mal so. Na Leute, die... Die Arbeit erleichtern können. Sodass die Ruhe auf der Straße viel, viel leichter von deiner Hand geht. Ich habe schon mal lernen, aber erarbeitet die Ruhe auf den Straßen dafür sorgen. Und das Problem ist halt, dass die sich dann aber an Deals dann irgendwann nicht halten. Und dann beschweren sie sich, warum man... Warum die dann sozusagen den Sonderboden nicht wegkriegen. Komm mal von dieser die weg. Wir sind nicht die. Wir sind nicht die. Komm mal davon weg. Ja, wir sind wir. Und du bist du. Guck mal, man kann das ja so machen, quasi wie so eine Auktion. Du kannst davon ausgehen, dass wir alles wissen. Egal was. Egal was. Egal welches ekelhafte Rattenloch, woher wer gekommen ist, wer was gemacht hat. Wir wissen alles. Das kann gut sein. Ich kriege halt nichts mit. Ich bin halt im Büro. Ja, und das haben wir uns nämlich fast gedacht. Aber was wäre denn, wenn du alles mitbekommen würdest? Verstehst du? Hättest du Interesse daran, alles mitzubekommen? Willst du wirklich alles haben? Kommt drauf an, was ihr wollt. Das kann man ja gucken. Erstmal würde ich Vertrauen aufbauen. Damit man sieht, dass man auch Deals und alles einhält. Ohne irgendwelche Gegenleistungen. Aber wir bekommen alles mit. Das ist natürlich gut. Fang doch mal an. Sag doch mal eine Top-Sache, die dich interessiert an uns. An euch? Irgendeine Straftat, gegen die ermittelt wird, oder irgendwas. Probier's doch mal. Lass ich mal überlegen, was mich jetzt mal wirklich... Kommen wir jetzt nicht mit irgendjemandem, der falsch gepackt hat. Was für persönlicher Interesse. Oder... Was mich interessiert. Leute, Leute, damit es ruhig ist. Ich hab doch gesagt, was mich interessiert, dass es ruhig ist. Und was mich jetzt zum Beispiel interessiert, wird zum Beispiel... Boah, Jungs, jetzt habt ihr mich. Ist nicht irgendwas passiert, worüber du dir Gedanken machst? Ach komm, ganz einfache Geschichte, Bro. Wir treffen uns morgen Abend. Und dann hast du eine Frage. Oder zwei, oder drei, oder vier, oder fünf, oder sechs. Ansonsten zur Not. Hältest du denn zum Beispiel Interesse an? Wir haben doch... Wir haben doch... Kann ich offen reden? Ja, safe. Ja, ja. Weswegen ihr im Büro wart? Welches Büro? Im Käpt'n-Büro. Warum waren wir da? Wegen das... Wegen dem PD? Ja. Wegen welchem PD? Wegen dem Helikopter und so? Ja, was ist damit? Ja. Ob das wirklich so fortgefahren ist, so wie ihr das gesagt habt. Oder ob ihr da versucht habt, einfach Stress zu schieben. Du meinst, als wir ins Büro kamen und dir die Dinger... Ja, ja, wegen dem Schießen. Bruder, wir waren so ehrlich zu dir, wie du dir nicht mal... Wären wir nicht allein im Raum gewesen, hätten wir... Wir waren komplett... Weißt du, wie wir uns darüber aufgeregt haben? Und wir sind nicht Menschen, die nur an uns denken, sondern auch, wenn ich jetzt mir überlege, vielleicht macht Curtis morgen das Gleiche und stirbt dabei, weil die das nicht... Oder Curtis ist Geisel irgendwo und stirbt dabei, weil die so... Die waren wirklich komplett... Also, vielleicht waren da kleine Lügen bei, um uns selbst nicht zu einer Straftat zu bezichtigen, aber es ist alles... Ja, ich hab da sämtliche Sachen gemacht. Ich hab's dir gesagt. Ich hab irgendwas gemacht, nein. Nee, nee, also ich sag's dir, ich stand... Ich war der Einzige, mit ihm zusammen, der weggekommen ist. Wir waren in der ersten Helikopterscharge. Danach ist... Ja. Das ist schlimm, alles so. Ja, und ich bin... Ja. Was mit dem FIB ist halt das Schlimmste und deswegen war ich so ehrlich. Ja, genau, ja, okay, da habt ihr was. Gebt davon was. So, ich muss mit dem Feuer spielen teilweise, um einfach die schwarze Schafe auszusortieren und ich rede nicht von den Straßen, das können die machen. Es geht um meine eigenen Leute. Also ich hab bis jetzt einen FIB leider nur getroffen, der Kompetenzen hat und das war Steiger, hieß der. Der ganze Rest von denen sind einfach nur schießwütige Spasten. Ja, also das eine, was ihr mir gesagt habt, der ist seitdem nicht mehr aufgekreuzt. Ja. Kannst du nicht mehr bespragen. Warte mal, kannst du dich noch daran erinnern, dass mal eine Geiselnahme gemacht worden ist an diesem Comedy-Club? An dem Comedy-Club? Ja. Ich kann mich an dem Gefängnis erinnern, ich kann mich an ein Kino erinnern, ich kann mich an den PD erinnern und ich kann mich... Warte, doch, da war irgendwas, da war ich aber nicht da, das wurde mir nur berichtet. Das war gegenüber vom Club, bei diesem Rocker-Club. Ne, ne, im Comedy-Club waren Geiselnahme. Achso, ne, da war ich nicht da, den Tag. Da ist egal, aber da war auf jeden Fall eine Geiselnahme. Ja. Und, ähm, da wurde ich auch für festgenommen. Ich auch. Das Ding ist, da kam das FIB und das FIB hat sofort, also wirklich, die kamen ohne Marken, haben ihre Waffen gezogen und daraufhin habe ich gesagt, ey, wir haben Geiseln im Comedy-Club, ne? Und die Antwort darauf war, ist uns egal und dann haben die angefangen loszuschießen. Ja, aber du, ja, das, guck mal, das anzusprechen, das ist ganz schwierig. Auch zu sagen, irgendwelche FIB-Leute oder Cops sind beschissen. Ihr wisst selber, was... Nein, 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 ich sag, ich sag nur, was der, was der, äh, Frank damit meinte. Mit dem schießwütig. Ja, das ist, das nennt man Kausalität, ne? Wenn die Leute auf der Straße sich so verhalten, verhalten die Bullen unter die FIB-Leute sich genauso. Ja, muss sich alle über den Kampf stellen. Und das gleiche Sache, ich hab auch zu meinen Leuten zum Beispiel bei euch von, bei diesem Junkie-Park da. Nennt man das eigentlich wirklich Junkie-Park? Ja. Okay, Junkie Park So, dass die sagen, das sind welche, die ballern nur rum, weil die mit denen und denen rumfahren Und dann sagen sie am besten reinhalten, aber es sind halt nicht alle Ich hab vergessen, was ich sagen wollte Ja, was zu sagen Ja, wir können alles anbieten Alles, wirklich alles Ja genau, ihr wollt vieles anbieten, aber ihr wollt Digga, er hat es doch gehört, es hat doch gesagt, er will Vertrauen erstmal aufbauen Mach das doch erstmal, hab mal die Geduld Bei Geiselnahmen hast du die auch nicht, Digga Da musst du dich nicht wundern, dass ich nach 2 Minuten keinen Bock mehr habe, mit dir zu reden Und irgendjemand andern das geht Hä, ich liebe Geiselnahmen Digga, du bist so eine Zicke, du nervst richtig rum Ich hab manchmal das Gefühl, ich bin der Bulle, der mit dem Geiselnehmer redet Manchmal denkst du, dass du der Geiselnahmer bist, denkst du manchmal selber, ne? Ja, wenn ich mit, ja Ja So verhältst du dich auch, Alter So verhältst du dich auch Nein, alles cool Aber du musst da, da musst du, wir sind keine Typen, die jetzt hier stehen und sagen, dafür wollen wir das und das Darüber haben wir nicht mal geredet Nein, das gilt erstmal nur, um jemanden zu finden, dem man vertrauen kann Wo man sich gegenseitig beweisen kann, okay, die halten sich an Deals Wir sind alles keine Dummköpfe Der größte Punkt ist, dass du das niemandem erzählst Ja, niemand Und damit fängt es an Wirklich niemand Und wenn es eine Instanz gibt, in der, in der das irgendwie zum Vorschein kommen könnte, du dafür sorgst, dass es das nicht kommt Also es gibt eine Instanz, die immer, immer mit reingezogen wird und das ist bei jedem Kopf scheißegal Also wenn es eine gewisse Linie über, über, ne, überspringt Immer Und wer ist das? Das ist der, äh, Secondary Wer ist das? Oberste Staatshaupt von der Justiz Wer ist das? Ja, verfrag mich doch nicht den Namen Wechselt der? Wechselt der? Es geht um solche Sachen Es gibt auch Informationen Ich hatte mal Informanten, ist ja scheißegal Über Namensänderungen, über, was weiß ich, äh, andere Möglichkeiten, etc. Ich bin nicht allmächtig Weißt du, was ich meine? Also es gibt immer eine weitere Person, die irgendwann über gewisse Sachen dann informiert wird Ja, aber das ist ja egal Du bekommst die Informationen und du reichst die dann weiter Ja, aber damit du Bescheid weißt Aber da sind wir nicht Es geht nur um das Gespräch, dass wir reden Das, 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 Fischer ist ja etwas, was dann frühestens kommt, wenn wir mal irgendwas von dir wollen Dann wird es ja erst interessant Solange du nur nimmst, musst du niemandem Rechtfertigung abgeben Ja Und eventuell habe ich sogar bald ein Häppchen für dich Weil ich weiß, dass jemand korrupt ist bei dir im PD Meinst du fünf? Aber zähl mal Sagt dir die, diese Maxis, sagen die dir was? Mhm Die haben, die haben auf jeden Fall Leute im PD Unterwangerheit? Das haben die mir selber gesagt Die haben gesagt, die kommen an PD-Schlüsse dran Die kommen an die Information, an Informationen dran Wer, wie lange, wann im Gefängnis sitzt Und, und, und Und bei uns ist halt die Sache Wir sind keine Kops Was? Bei uns ist halt die Sache, wir sind keine Kops Wir müssen uns an nichts halten Auch nicht an das Gesetz Wenn wir jetzt als Beispiel wissen Okay, die Maxis haben irgendjemand im Knast Wir können da hingehen Und dann machen wir die weg Und dann nehmen wir eine mit Bis der uns den Namen sagt Verstehst du? Das ist mit Sicherheit nicht im Auftrag der Regierung Nicht im Auftrag der Regierung Aber, wenn du Informationen brauchst Besorgen will die Auf unsere Art und Weise Das interessiert mich nicht, wie ihr die kriegt Sondern, ob die da sind oder nicht Ja, die werden dann das Aber du kommst und sagst Und wenn wir offiziell das mitkriegen Oder das sehen Oder welche dazugerufen bei Straftaten Werden wir da auch agieren Musst du Na klar Ich will davon einfach nichts wissen Und das ist jetzt dieser graue Bereich Wovon willst du nichts wissen? Weiß ich nicht Ja, aber es ist doch gut Für den Staat Anstatt wenn Schmutz gegen Schmutz kämpft Anstatt irgendwelche Officer verletzt werden Aber was ist, wenn man so beispielsweise Dabei so mal so ein Türchen vergisst Abzuschließen Dass wenn man Nein, nein Es geht jetzt um Wenn man im Knast an jemanden ran möchte Darum geht es jetzt Es geht nicht um Asservatenkammer So weißt du Mach Tasche auf Damit es keine Beihilfe Für Straftaten geben Okay, das war jetzt Schwissen Wenn ihr gut seid Dann kriegt ihr alles Andere auch so raus Ja, klar Wenn ich will Nehme ich mir deinen Schwissen Jetzt aus der Tasche Das ist der erste Treff Denkst du, ich würde dir sowas beantworten? Auch ein Iron-Berkser Wir wissen ja auch nicht Ob du nicht ein Mikro Unter deiner schicken Wessel trägst Ja, das ist jetzt Wim Wer will uns was tun? Wer ist der denn? Wer kommt da hinten? Kommt der Oldo Fährt weg Damit wollte ich ja nur sagen Dass wir an alles rankommen Ey, wir machen aber jedes Mal andere treffen Jedes Mal andere treffen Niemals dieselben Ja, nicht in selben Ort Ja, 100% Wir stehen jetzt schon viel zu lange hier Sorry Hä, warum? Finde ich Da fährt die ganze Zeit einer rum? Ja, das ist bestimmte Flöche mit seinen Driftingen Ach Nein Ich hab zweimal weggedrückt Safe Wurde ich geordnet Weißt du dir den Arsch auf? Du musst mir meine Waffe anschaffen Um mich zu schützen Ich fick die, wenn ich die nochmal sehe Also wo sind wir jetzt stehen geblieben Um das zu verkürzen? Hafen Es gibt keine Gegenleistung Es gilt jetzt erstmal nur im Vertrauen Und du überlegst dir irgendwas Was du wissen möchtest Und wir liefern Hallo Okay Dann machen wir morgen nochmal einen Treff Mhm Das war eine Uhrzeit Bam Ungefähr so zwischen 22 und 0 Uhr Kann immer mal was dazwischen kommen Ich kann in einer Schießerei sein Bei uns auch Könnte eine Geise nach und plötzlich kommen Man weiß das nie Ich hab damit nichts zu tun Ich würde nur einmal als Geise genommen Ja, ja, du lässt dich beschießen In irgendwelchen Junkie-Parks Das ist auch das gleiche Ja, da kann ich nur nichts für Ja, aber wenn ja auch sowas arbeitet Noch irgendwas rauszukriegen Mir kriegt das doch mal hin Dass die nicht dafür sorgen Dass eure Leute Oder welche Aus dem Junkie-Park Verletzt werden Würden solchen dummen Leuten Das ist alles aber auch Teil der Fassade Wie willst du das Ja, du wirst das noch verstehen In den nächsten Wochen Glaub mir Du wirst ziemlich viel verstehen Da kommen auf einmal 30 Autos angefahren Und wir haben so schon viel zu klären Weißt du wie viele Leute Weißt du wie viele Leute In der Stadt Diesen Park übernehmen wollen Die was? Die diesen Park haben wollen Ja, komm Und uns nicht mögen Das ist ein Hotspot der Park, ne? Sind wir auch mit? Diese ganzen bepissten Rocker Alle Die Rocker? Jeder will uns an die Karre pissen Ich denke mal Wir hauen noch Okay Macht's gut, ne? Na gut Okay, ciao Ciao Also Ich sag dir so wie das Wenn ich unterwegs bin Dann klingelt man Durchgehend Was für ein Steiner Wer ist ein Steiner? Wir kommen sofort Ich möchte noch mal kurz gucken Wer hier meint rumzufahren Äh Nettes Auto Wieso? In welchem Bezug? Hä? In welchem Bezug Okay Okay Haben wir Gebrauch gekauft Übrigens Heute erst Äh, gestern? Ja, nee Auf jeden Fall gibt's da so Auf jeden Fall gibt's da so viele Konflikte Dass die natürlich alle nervös sind, ne? Wenn dann auf einmal irgendwas passiert Und geschossen wird Äh Aber es hat ja auch keine Zurückgeschossen, Pono Doch, ich Also Intelligenz hier was zu machen Wenn da wirklich die Polizei reinkommt Oder irgendwelche andere Schießereien auf dem Boden liegen Wie wir eben schon gesagt haben Ja, wir sind dabei halt Und durcheinander, ne? Dem wurde alles gesagt Und ich bin da selber Guck mal Stell dir vor Ich hab da 80 Leute im Funk Okay, das waren 40 Und die schreien alle durcheinander Keiner weiß, was los ist Wo, was ist, etc Bla, bla, bla Ähm Und dann Es sind da 5, 6, 7 Leute Im Würfelpacken Sagen ja, hier wohne ich Das ist mal Bla, bla, bla Dass die einfach Weißt du, man hätte danach Alles regeln können Klären können Aber einfach mal kurz auf dem Fleck bleiben Dass die nicht erschossen werden Du hast halt nur Stress dazu Ich denke mal, beide Gemüter waren Beide Parteien waren unglaublich ne War noch War noch War noch Ich bin selber Ich geb zu Ich hab zurückgeschossen Ich hab nicht Ich glaub, wir haben uns vorhin noch getroffen In dem Auto, ne? Du hast mir hinterher gefahren Ja, genau Und auf einmal Ja, ich wusste Ich hab das nicht gehört Und ich fahr zu mir nach Hause Und auf einmal höre ich nur Knackerei Ja, und wer fährst denn nachher Ich kenn so welche Die Lexus hatte ja auch einen Der wollte immer mein Auto einsteigen Wurde in den Einsatz War, weil er gefühlt mich nicht ernst genommen hat Ja, ja, aber Fischer Du darfst das nicht verwechseln Weil das Ding ist halt Wenn der Also bei ihm sein Zuhause rumgeballert wird Und er vielleicht Angst hat Ja, das verstehe ich Aber Das ist halt Und ich bin dann diesen Dings Ich hab geparkt vor diesem Haus Bin um die Ecke gelaufen Und wurde beschossen Äh, außerdem wie oft sagen Wir sagen, wir Wenn hier reinkommt Schießen wir in Die kommt trotzdem rein Hm? Hm? Wo? Ja, sag mal bei Wohin Wer war da denn? Habt ihr den angehalten? Nein, ich hab ihn nicht gefunden Da fährt er nur hinten Wo? Der fährt er schon wieder Am großen Schiff Das hört wieder hinten Links hinter die Hände Ich hatte keinen Schleifer Ist halt nicht gelaufen, aber Punkt Check Oh, Brian, kannst du mal drahtfrei machen? Ich muss mal ein neues Auto zulegen Ballern dir? Oh, ich hab noch so'n blauen Ja, 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 ja Damit komm ich Ich hab die Ohren zu Das ist halt Feuerwerk Das ist nur so'n Schiffsmotor Und der wird angelassen Das klingt immer so Das Da passiert hier nix Das ist normal Ja? Hast du mich geortet? Okay, wo bist du? Okay, hier fährt so Ja, gut Das weiß ich Bescheid Dann bist du das nicht Ja, Alter Ja, 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 ja Okay Dann Okay, wir haben ihn nachher Bis später, Hade Immer diese Paranoia Das hat man gesnipet, Alter Das ist noch nicht Dann solltet ihr jetzt gleich verschwinden Weil wir haben eine gesetzliche Sicherheitslücke Die ich euch sagen könnte Aber das sag ich nicht Ja, alles gut Das wird euch überall rausboxen Ist eh egal Bist du? Komm Zeit, komm her Wenn ich irgendwas mache Interessiert mich das nicht Ob ich ein Gefängnisland Es geht nicht ums Gefängnisland Es kommt um was danach ist Ja, aber das sucht mich nicht Okay Wenn du der Meinung bist Dann kannst du das machen Wenn nicht, dann nicht Verstehst du? Hier ist keiner gezwungen Irgendwas Naja Ich will erzählen, was er nicht will Okay Gut Dann machen wir morgen zwischen 22 Uhr und 0 Uhr so, ne? Ja, genau Gucken wir, wie es passt Ob wir Geiselnamen haben Oder ihr irgendwelche Sachen Vielleicht sieht man sich auch in den Zellen Dann können wir das da machen Ich hab gehört Eine Geisel ist nur 13.000 Dollar wert Ihr sagt, ihr wollt Kontakt aufbauen Wollt ihr wirklich nur mit einer Person Kontakt aufbauen? Ja Wieso, was wäre Wer wäre die andere Person Wenn du jetzt mit Ja? Ich weiß eben, wie du sagst Sag, sag du Deinen hässlichen Sohn Naja 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 Lass uns doch nur bei dir bleiben, oder? Ich spiel mit offenen Karten so Wenn du sagt, eine Person Ist für euch mehr vertraut Nein, spiel mal mit noch offenen Karten Wirst du es ihm so oder so Da kommen zwei auf den Das ist ein Bullenkarre Habt ihr denn einen Grund, ihm nicht zu vertrauen? Haben wir einen Grund, ihm nicht zu vertrauen? Wir haben einen Grund, ihm nicht zu vertrauen Meine Frau Ihr habt keinen Grund, mich nicht Siehst du, wir gehen nur auf dich zu Wegen deinen Kompetenzen erstmal Ob wir an die vertrauen können, wissen wir nicht Ja, aber ich bin ja auf Status neutral, oder nicht? Noch? Er? Ist scheißegal, aber jede Person, die davon weiter weiß Ist eine weitere Oder trag du dafür die Verantwortung, dass er nichts weiter erzählt Wenn du den unbedingt dabei haben willst, weil es dein Sohn ist Dann bist du auch derjenige, der dafür die Verantwortung trägt Dass keine Infos rauskommen Weil hier gibt es dann Wenn das wirklich das Vertrauen mal aufgebaut ist Dann geht es wirklich um ganz krassen Scheiß Nicht nur um interne Polizeisachen, wer korrupt ist Sondern auch, ne, die Straße Si, si, Senor Und das bedeutet in unserem Fall Krieg Wenn die rausbekommen, ne, wenn wir irgendwas rausgeben Ui, Schlüssel gefunden Ui, die nehm ich mit Oh, der sieht aus wie ein Gefängnis Der sieht krass aus Nehm ich alle mit Alles meine jetzt Ich meine nicht, dass wir Angst davor hätten Irgendwie Krieg oder so auf der Straße zu führen Ah, okay Boah, den nehm ich alle mit Aber muss er nicht sein Und liegt er auch in deinem Interesse, dass die Stadt ruhig ist Ähm Ähm War das ein Schalke-Schlüssel? Warum ist denn das blau-weiß? Hä? Oder? Egal, nicht für Lichter Ach, der Horror ist und er hält Okay, also morgen Ja, morgen 22.00 Uhr Richtig Ich bin Schwarz Bis morgen Tschüss 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 Tschau Tschau Wollen wir dann auch Ey Wollen wir dann auch morgen das weiterführen Oder wollen wir Lass uns morgen mal vorher treffen Bevor wir davon reden Jo Oder? Bist du da? Boah, ging ab Vielleicht vorher eine Aktion Vielleicht vorher eine Aktion machen Wenn ich das schon mal da höre, ne? Halt es mal, Junge Was denn? Der und seine Aktion Alter, ich kann das nicht mehr hören Alter Können wir noch vorher bei einem Laden vorbeifahren? Ja Nee, willst du trinken holen? Sonst muss ich noch eine Aktion machen Boah Bei Gott, das war halt der Wind Ja Ich hab euch nicht berührt Ja, will ich hoffen Ich bin einfach zu schnell Ja Komm, wippen nach vorne Ja, fahr ruhig Oh, ne kleiner Wichser Idiot Boah, wie ich den Hobbs genommen habe jetzt Guck mal Hä? Guck mal, zu mir rüber Was? Guck mal, zu mir rüber Da ist doch nichts Siehst du nicht, wie ich hier wacke bin? Na jetzt, alles klar Ich glaube, dass der Fischer schon ganz oft solche Gespräche hat mit irgendwelchen Idioten Ja, ich glaube auch Aber du hast ja gehört Der hat gesagt, er hat ja auch ein paar Komponenten zusammen gehabt, ne? Blaue Autos? 44's Grüße Dankeschön übrigens für die Resubs und Subs Und Tobi, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen Schätzt, seid ihr müde? Ich hab euch einen Goldsohn Das könnte interessant werden, ich bin echt gespannt Na hör mal Tacheln, ne App Mist Mist Ich hasse meinen Bruder, ne? Nein Guck mal hier im Handschuhfach Was ist denn da? Junge, er ist so ein Das kannst du gar nicht mehr sehen, alter Alter, das würde ich sehen, wie er das macht Nee, alter, nee Ich bin einfach warnt, Alter Ähm Quatsch, du gleich mal einen Pfinn? Nee, das kannst du übernehmen Du Schwein Okay, lass mich kurz überlegen Die haben einen Kontakt, Mann, ne? Ich sag zum Pfinn Okay, aber der sagt eh nichts weiter Von daher muss ich nicht mal Pfinn quatschen Außer wenn er sein Sohn nochmal dazu nimmt Und dann erst quatsch ich Die sollen ihr Zeug machen, damit wir uns nicht in die Quarkommen Und wir geben ja nur gar nichts Der Shorty hat im Handschuhfach Verbandskasten und war in Dreieck Was hast du denn gemacht? Was denn? Ich bin runtergefallen Ich hab beim Kiez im Pool gepisst Ich seh da aber einen Prudeflick Au Wo ist denn Milo? Wer? Wer sind denn die? So ein Auto hinterher Was wollten die zu Pranus füllen? Was schätzt du das? Äh, sie wollten zu ihren Donner Also zu mich Hast du das verstanden, Jax? Oh, oh Also sie wird erkannt Ja, zwei Tage, die Scheiße, wir müssen nicht zurück Wir sehen uns in zwei Tagen dann, du Bastard Meine Fresse, Alter Das ist ein Wichser, Alter Dummes, nervtes Mistschwein, Alter Was hat der? Was macht der? Boah, Junge Der boxt vorne einfach in die Runde rein Dann nervt er die ganze Zeit Der schwingt die ganze Zeit mit dem X rum Fährt uns die ganze Zeit an Dann hat Jifka Dann hat Jifka Dann hat ihm eine dicke Ansage gedrückt Junge, der hat so geschrien Dann hat man, glaube ich, noch oben Paleto gehört Und der ist ihm die ganze Zeit hier um den Park gekreist Und wollte sein Auto rausholen Jetzt haben wir das zugepackt Und der sagt uns Der kommt gerade eben hergefahren Und sagt Ja Ich so, ja, merkst du gerade selben, ne? Der so, nee Ich so, ja, du hast ein Parkverbot, du Idiot Der so, nee, ich hole jetzt mein Auto Ich so, du holst, geh nix Ich hab den zwei Sekunden vorher angerufen und gesagt Du holst die Karre jetzt nicht ab Und dann drückt der den Leuten Also drückt der Maxi an und sagt Ja, ich hol die in der Nacht ab Der fährt weg und sagt Ja, ich hol die gleich in der Nacht Junge, mein Gott, ne? Wenn ich den sehe, schiebs in den Augen Geh den doch suchen Nein Der kommt doch eh gleich her Der ist so dumm, der kommt gleich eh wieder Nein Junge, wir hättest du das mal sehen müssen Der ist da vorne gegenüber, ne? Wo dieses, wo dieses Tor ist Was immer aufgeht Der hat sich dahinter gestellt Das die ganze Zeit auf und zu Auf und zu Immer wenn der hin und her gelaufen ist Und der ist dann auch mal in das PD da reingegangen Warum machen die Sopranos jetzt wohl, ne? Weiß ich nicht Einfach nur informationstechnisch Ja, die wollten zu ihren Don Ja Die haben nur Bescheid gesagt, dass Die nix auf der Grasroute da wollen Nicht, dass wir da wieder Warum kommen die denn zu uns dann mal Die Grasroute können ja nicht Ja, weil die von ihren Don Wahrscheinlich klappern die alle ab Die halt drauf sind Alle, Tübe Ich hab dir nur noch ein bisschen gegeben An Infos Das müsste reichen für die Woche Von wem sind sie der Don? Von den Sopranos Du bist Don, du ein Digimon Hey, 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 hey Wir haben ein neues Auto gekauft Obacht der Herr Auch Basteln Einen Landstalker XL Woher diese Geld? Haben Cody nicht zusammengelegt, haben wir zusammengekauft Küss den Cody, du Mach yo Und der Tempester kommt nachher auch noch aus der Lackiererei Ja, wo ist der Wo haben wir den Tempester her? Ich hab den gekauft Hä, von welchem Geld? Äh, ich hab die Er hat gemacht Der lässt die Leute für sich laufen Ja, aber wo ist der Paragon? Was will der Typ hier? Hab ich keine Schlüsse von Der ist von uns Mit William reden wir die ganze Zeit Lass dir mal in Ruhe grad Oha, warum tust du mir ne Ansage? Ja, der ist von CircleCaster Chef Und wir drippeln da grad was Ja, ich hab Ärger gekriegt wegen dir, Curtis und Mila Warum? Jaa Och man, Alter, ihr seid doch so die Größen Das war der Carl, den ihr da angemacht habt Von der Lonely Gentleman Ach, ich wusste nicht, dass der da ist Ach du, Carl Ja, das war der Chef von Lonely Gentleman Und ich hab den vollgequatscht, weil er meinte Einer am Stadtpark an der Straße meinte, der stärker als ich Die Mila hat dich angeplunkert Ja, ich weiß Ja, ja, und dann bestanden die hier im Park Haben die sich ein bisschen ausgeweint Aber ich hab die getröstet Tränen weggewischt unter Auge Was macht Johnny jetzt da? Haben sie das gehört, Curtis? Wer hat die Mila getröstet? Nein, ich hab die Typen getröstet Ich mach mich nicht an die Frauenrande Ach so? Ach so Ich bin verheben Ihr seid schwuchteln Sowas sagt man nicht Ja, Tiki, küsst mich Ich weiß jetzt immer noch nicht, warum ich so prang uns hier war Einfach nur so Weil die gesagt haben Dass, äh, wie heißt das, dass hier irgendeine Tuste in der Stadt rumläuft Die erzählt, dass die auf die Grasroute wollen Dass die so prang uns drauf wollen Ja, ja Ja, aber warum kommen die her, sollen die zu den Jardis gehen? Ja, aber da waren die vielleicht schon Die haben gesagt, äh, wie heißt das, die wissen Oder die vermuten, dass wir auch da mit drinnen hängen Also kommen die auch hier hin und sagen das Die haben zu jedem gesagt, der da irgendwie was mit Gras zu tun hat Weil wir halt der Junkiepark sind und hier alle Drogen verkaufen Haben wir halt auch irgendwann mit Gras zu tun Die wollten einfach nur sicher gehen, dass da jetzt nicht irgendwer bei denen auf der Matte steht Die wollen wahrscheinlich gerade einfach nur ihre Ruhe haben Weil die gerade noch Probleme mit dem Lost haben anscheinend Immer noch? Ja, die haben dann irgendwie eine Tochter von so einem Büchse oder so umgebracht Haben die nicht auf eine Beheiligung rumgeknattert? Ja, so halb haben die gesagt Wie gesagt, die wollten halt einfach nur klarstellen, damit das nicht irgendwie In, äh, Dinger, in falschem Ende gerät Mich aber in Goldsohn Ja, wir waren ja vorhin bei denen oben und haben gewunken vom Gegengrundstück Da kam die auch schon direkt Wir haben uns so eine Villa angeguckt Und dann auf einmal fährt einem Nachbarding in ein Auto rein Und wir sehen, wie so zwei Typen mit Anzug da hinten reinlaufen Und da stehen auf einmal voll viele Ich hab ganz kurz gedacht, da ist die Hitman-Versammlung Wer ist denn der Typ mit diesem roten T-Shirt da, der beim Hase steht und so? Äh, wer ist das? Boah Das ist Cyrus Das ist nicht Cyrus Dann weiß ich nicht, wer das ist Sieht aber aus wie einer Denk dran, wir müssen aufpassen Warte, Johnny, du hast doch auch hier jemanden kennengelernt gehabt, oder nicht, oder? B.T. B.T. oder so, ja Kann sein, dass der da ist, der hatte vorhin noch ein Mindestziel Ja, 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 den kenn ich noch Ja, sag ich doch, und du hast vorhin gefragt, wer das ist? Und der vorne ist B.T.? Ja, der hat noch ein grünes T-Shirt an, aber kann sein, dass der sich umgezogen hat Weiß ich nicht, frag mal Ich geh jetzt pellen, ne? Ja B.T. Bist du B.T.? Bist du B.T.? Ja, ja, ja B.T. Bist du B.T.? Ja, ja, ja Ja, ich bin jetzt echt gespannt, Mann Boah, das könnte cool werden Tut jetzt nichts, als würde dir Hallo sagen B.T. 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 Dann noch Stream Freitage? Nö Aak Ab nächster Woche wieder LAN Dienstag, Mittwochs Ich bin morgen da, Mittwoch auch Und dann auch da und immer da und Mainboard bei The Way, ne? Isabella, Dankeschön für die Wüse am Dexans. Na, du Racker? Komm, wir gucken noch. Ist Johnny live? Ich weiß gar nicht, ob der die Röhnchen anhat. Äh, Johnny ist nicht da, aber der stinker Dexas ist da. Ich mag Dexi Maxi. Naja, ich brauch, hallo, der hat auch ganz viele Zuschauer. Lieber jemanden dann zu supporten, der nicht so viele hat. Der kann das besser gebrauchen. You know what I mean? Die Leute, die unbedingt teilgucken wollen, die können auch zu Teil gehen. Macht da schön, Liebe, seid überall nett. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft alle gut. Wir sehen uns nachher wieder. Warte, Ray Tom ist neuer. Zack, zack. Und seid lieb. Und danke. Für alles in mein Hort rein. Aua. Ähm, tschüss. Tschüss, schlaft gut, tschüss. Tschüss. Tschüss.